Das Dorf in den Bergen wurde zerstört, von Räubern besetzt und wieder zurückerobert. Doch noch immer liegt es in Schutt und Asche. Einige wenige haben sich bereits an den Wiederaufbau des einst schönen und strahlenden Dorfes gewagt. Aber unter Führung des grießgrämigen Verwalters geht es nur schleppend voran. Und das Wolfsgeheul in der Nacht sorgt auch nicht für bessere Stimmung. Um den Wiederaufbau zu beschleunigen, schickt mich der König zur Unterstützung. Während ich mein Bestes gebe und den Wiederaufbau vorantreibe, muss ich gegen viele unerwartete Gefahren bestehen. Nicht nur Wölfe und Monster machen mir das Leben schwer. Nein, auch eine Spinningkönigin hat es in die nahegelegene Höhle verschlagen. Ein Abenteuer liegt hinter uns. Doch ein neues Abenteuer erwartet uns bereits und wir haben einen Auftrag des Königs. Seid gegrüßt, Crockedeilandie. Der König möchte, dass ihr euer Haus im Bergdorf wieder bezieht und dort bei den Reparaturarbeiten helft. Einige Bewohner sind bereits dorthin zurückgekehrt und der Wiederaufbau hat begonnen. Die Oberaufsicht hat weiterhin Walter, der Verwalter. Fragt ihn nach euren Aufgaben. Für euch hat der König noch eine weitere geheime Aufgabe. Er wird sie euch mitteilen, sobald ihr einen geheimen Keller zu eurem Haus gebaut habt. Vernichtet diesen Brief jetzt. Ihr hört von mir. Der Bote. Das hört sich ja fantastisch an. Unsere Reise verschlägt uns wieder ins Bergdorf. Für alle, die es nicht wissen, ich habe das Bergdorf bereits aufgebaut, verloren und wieder zurückerobert. All das könnt ihr in den Serien hier oben rechts nachschauen. Unsere Aufgabe jetzt besteht aber, das Dorf wohl wieder aufzubauen. Und da liegt es vor uns. Höchstwahrscheinlich ein bisschen verlassen, aber irgendwo sollten wir Walter treffen. Und das da oben, das war mein Haus. Das werden wir sicher wieder beziehen. Ich muss echt dran denken, dass ich diesen Brief noch unbedingt vernichten soll. Ich habe nur allerdings aktuell kein Feuerzeug im Inventar. Oh, schaut mal, da sind schon die ersten Bewohner. Guten Tag. Hallo. Guten Tag, Rocco. Schön, dass du wieder am Bergdorf bist. Ja, ey, mich freut es auch. Gemeinsam werden wir dieses Ding wieder aufbauen. Es schaut echt schrecklich aus. Oh Gott. Darauf ging es zu meinem Haus. Hier hinauf. Wir haben hier einen ganz, ganz schönen Überblick gehabt. Da. Das war der Blick, den ich immer hatte. Und einen Hund hatte ich auch hier. Ja, der saß immer am Marktplatz. Was weiß ich, wo der hingedüst ist? Ich hätte mich auch verzogen an seiner Stelle. Und das war das Haus. Damals gab es noch eine Rückwand. Und man musste hier raufklettern, um ins Bett zu kommen. Öp, ins Bett kommen wir noch. Kisten stehen auch noch da vor mir. Sind sie leergeräubert worden? Nein, Krusch ist noch drin. Ein altes Quest ist noch drinnen. Blumen. Oh, ein Feuerzeug. Sehr gut. Und hier unten ist leer. Dann kommen wir mal der einen Aufgabe nach und vernichten den Auftrag des Königs. Gut, keiner weiß mehr von unserem geheimen Dings. Wir müssen das Haus wieder aufbauen und einen Keller dazu bauen. Und wisst ihr was? Wenn wir es schon aufbauen, dann bauen wir es auch einen Hauch größer. Auch wenn ich mich gern direkt einen Wiederaufbau machen möchte. Und da hängt sogar noch mein Schild an der Tür. Ich sollte Walter suchen gehen. Und ich vermute, Walter... Ja, das muss Walter sein. Am Rathaus im Bergdorf finden wir ihn todsicher. Ey, ich bin so aufgeregt. Ich freue mich so, dass wir das hier aufbauen dürfen. Das Dorf wird wundervoll. Es schaut noch nicht so aus, aber wir werden es zu neuem Glanz führen. Walter, grüß dich. Ich bin total... Ja, ja, Crocodile-Landie. Ihr habt ganz schön lange auf euch warten lassen. Ja, der König hat mir... Ja, ja, sparen wir uns die Floskeln. Wir haben viel zu tun. Und Priorität hat eindeutig das Rathaus. Baut es wieder auf und vergesst nicht, ich möchte mein eigenes Schlafzimmer und Büro dort haben. Eigene Schlafzimmer und Büro im Rad. Das hatte noch... Das hatte echt noch... Ja, im Lager sollte noch einige Rohstoffe sein. Und von den täglichen Steuern haben dürft ihr großzügigerweise 50% von dem Dorfaufbau verwenden. Den Rest packt mir immer in meine Kiste. Ich vermute, die Kiste ist dann auch bei dir oben im... Irgendwo sollte es auch einen Bauplan fürs Dorf geben. Wenn ihr ihn habt, dann nutzt ihn nicht, dass ihr noch den Überblick verliert. Und jetzt macht euch an die Arbeit. Okay, ähm, was ist denn bei dem falsch? Lassen wir uns gar nicht zu sehr aufhalten und düsen gleich mal zum Rathaus. Aktuell haben wir 8 Einwohner im Dorf. Und uns fehlt hier die Treppe. Wir haben hier eine Menge Kisten mit irgendwelchem Zeug drin. Das da drüben war das Büro. Und hier können wir tatsächlich auch die Steuereinnahmen immer noch kassieren. Ich hatte doch Emeralds dabei. Ich glaube, 27 waren meine eigenen. Und 8 haben wir hier bekommen. 50% heißt, das dürfen wir immer behalten. Es war sogar noch was drinnen. Das heißt, wir haben wieder ein bisschen was, um demnächst Einkäufe zu tätigen. Denn schließlich müssen wir auch irgendwie an Rohstoffe kommen. Und die kaufen wir uns am besten für Emeralds, bei den Holzfällern oder im Steinbruch. Wir haben die Steuern gecheckt. Das funktioniert noch. Das Zimmer hat sogar noch eine Abdeckung, das nicht reinregnet. Das wird dann mein Arbeitszimmer werden. Ah, schön. Und hier haben wir eine Menge Kisten mit aber jeder Menge Bauzeug drinnen. Und ich habe den Bauplan gefunden. Nice. Den werden wir auch aufhängen. Ich würde sagen, sobald das Rathaus steht, hängen wir uns irgendwo den Bauplan auf, dass wir auch immer wissen, was wir tun müssen. Und ansonsten hauptsächlich irgendwelche Rohstoffe. Wisst ihr was? Wir räumen die Kisten weg. Wisst ihr, was ich mich frage? Wie hat dieser Walter eigentlich irgendwas bei dem Verhau auf die Reihe bekommen? Ach ja. Warte. Hat er ja nicht. Aber das Rathaus sollten wir auf alle Fälle wieder in Schuss kriegen. Durchgewurschtelt ohne Ende. Am Dach war ich mir nicht schlüssig und habe es am Ende, glaube ich, wieder ähnlich gebaut, wie es vorher war. Das alte neue Rathaus steht wieder. Und der Walter kann einziehen. Denn ich habe alles nach seinen Wünschen getan und gemacht. Hier unten ist mein Arbeitsbereich. Immer noch der Empfang. Trip rauf wird jetzt der Walter-Bereich sein. Hier drüben sein gewünschtes Schlafzimmer. Und auf der gegenüberliegenden Seite sein Arbeitszimmer. In sein Arbeitszimmer kann ich auch gleich mal, wie gewünscht von ihm, nö, dem können wir nichts extra, die Emeralds reinlegen. Denn er wollte ja die Hälfte immer bei sich wissen. Und die andere Hälfte kommt dem Dorfe zugute. Es wird Nacht und es ist für mich dann Zeit, auch schnell wieder in ein Bettchen zu huschen. Und ich wollte nur noch einen kleinen Rundgang vorher machen und zum einen mal schauen, was im Lager hier eigentlich wirklich genau drin ist. Ich bin gerade schon ein paar Mal vorbeigezischt und habe Sachen geholt und dabei entdeckt, dass hier auch noch eine Menge Holz drin war. Vielleicht hatten die Räuber ja auch vor, das Dorf irgendwann wieder aufzubauen. Eine Menge Steine, Erde und Zeug ist auch dabei. Das ist gut. Den Bauplan hängen wir gleich noch auf. Aber ansonsten, na doch, Eisen und Emeralds waren sogar auch noch drinnen. Die reiße ich mir mal gleich unter den Nagel. Nachdem der Verwalter hier eh nicht wirklich einen Überblick hat, nehme ich das lieber an mich, damit es dem Dorfe zugute kommt. Hört ihr das? Schiffsgeheul? War das die letzten Nächte auch schon? Habe ich irgendwie nicht so wahrgenommen. Naja, ich wollte einmal schauen, ob die Minenarbeiter noch am Arbeiten sind. Wir hatten nämlich einmal, lass uns erst zu dem hier drüben gehen. Ganz hier drüben war einer. Wenn der noch arbeitet, wäre ja wirklich gut. Fantastisch. Minenarbeiter sind da. Hier bekomme ich Eisen und Kohle. Und die andere Mine befand sich im Dorf. Da war es schon wieder. Irgendwo hört man das Wolfsgeheul. Eigentlich ganz schön laut. Und da ist noch ein Minenarbeiter. Gorketeil, an die. Gut, dass ihr hier seid. Was ist los? Hört ihr nachts auch die Wölfe heulen? Also, ich muss gar nicht sagen, es ist mir diese Nacht zum ersten Mal wirklich aufgefallen. Ich kriege nachts keine Augen zu. Wie soll ich denn so anständig arbeiten? Ja? Kannst du nicht mal nachschauen? Ich kann mal schauen, woher das Wolfsgeheul kommt. Aber ich habe eigentlich nicht so viele Bedenken, dass da eine Gefahr für uns droht. Aber ich kümmere mich drum. Wir haben einen Eisengolem. Warum macht er sich Sorgen um Wölfe? Aber es ist schon recht häufig. Das Gefühl, es kommt irgendwo aus den Bergen. Und da ist ein Creeper. Der ist gefährlicher wie jeder Wolf. Ausgeschalten. Ausgeschalten. Oh, mir fällt gerade so ein, ich könnte mal bei dem Guten hier drei Eisenbahren stehen. Dankeschön. Und das Golem hier reparieren. Also, wenn Gefahr droht, sind wir wieder geschützt. Bevor ich mich um die Wölfe oder Ähnliches kümmere, haue ich mich mal aufs Ohr und schaue dann, dass ich mein Haus hier wieder auf Vordermann kriege. Sollen wir ernsthaft da unter freiem Himmel übernachten? Es schaut nicht nach Regen aus. Der Tag ist jetzt schon ein wenig vorangeschritten und ich habe ein bisschen im Dorf gebummelt, aber ich dachte mir, ich gebe euch an der Stelle mal einen kurzen Überblick, damit ihr wisst, was in dem Dorf früher so alles war. Wir haben natürlich hier oben das Rathaus, hier mittig ein Lager, dann befindet sich dort hoffentlich bald mein eigenes Zuhause. Ganz rechts eine kleine Art Bibliothek gehabt, direkt daneben den Kornspeicher. Wir haben zwei Minen und auch zwei Schmieden in der Stadt gehabt. Es gab einen Metzger, einen Fischer und auch einen Bogner und hier unten noch den Stall für unsere Tiere. Und abends, da haben sich immer alle am Marktplatz gesammelt. Und jetzt ist im Moment sehr viel zerstört. Aus dem Grund schauen wir, dass wir den Bauplan anbringen. Eigentlich wäre ja im Büro sinnvoll, aber irgendwie ist da so wenig Platz. Hier vielleicht? Oh, wir bringen ihn hier im Vorraum an. Ich glaube, das ist gut. Hier. Das ist ja cool. Das ist unser Dorf. Das Lager, das Rathaus, Markt. Oh stimmt, ein Gasthaus haben wir ja auch noch. So eine Taverne, ganz vergessen. Gebäude fertig, 5 von 30. Oh, die grünen Gebäude habe ich schon fertiggestellt. Die roten müssen noch fertiggestellt werden. Hey, da haben wir einiges zu tun. Und wir kümmern uns jetzt um das hier mit dem roten Bett. Das ist nämlich mein Zuhause. Schauen wir, dass wir das endlich hübsch bauen. Es steht. Wir haben eine neue Bude. Und ich mag sie. Sie ist größer, sie ist geräumiger, wir brauchen den Platz gar nicht zwingend, aber wir brauchen ihn vielleicht doch. Denn wir müssen ganz geschickt da natürlich noch unseren geheimen Keller einbauen. Oben ist es recht eng und niedrig. Dafür haben wir ein gemütliches Bett hier mit einem Fenster. Ich glaube, das ist erfüllt seinen Zweck. Wir werden später noch Kisten etc. mit reinbauen, je nachdem, was wir halt immer noch benötigen. Da wir hier unten gleich noch mit dem Keller weitermachen, schmeiße ich mal alle Materialien, die ich zum Bauen brauche, hier hinein. Denn ich möchte mich jetzt diesem Wolfsproblem annehmen und mal die nahegelegene Bergkette checken, ob in den Höhlen irgendwo sich Wölfe umhertreiben. Denn wenn die Dorfbewohner nicht arbeiten können, aus Angst vor den Wölfen, müssen wir was unternehmen. Schild in die eine Hand, Axt in die andere und wir beginnen unsere Winter-Expedition. Nur aufpassen, dass wir nicht irgendwo in tiefem Schnee versinken. Da oben habe ich direkt eine Höhle gesehen. Die klappern wir zuallererst ab. Okay, jetzt vorsichtig. Aber scheint nicht wirklich was da zu sein. Nope. Nichts in den Höhlen. Nein. Ich glaube, wir haben sie entdeckt, die Wolfshöhle. Aber da sehe ich so ein mini kleines Welpen. Nein, und hat den Schwanz ganz runterhängen. Hallo. Die sind hungrig. Und auch nicht aggressiv. Und... Ja, wer bist denn du? Nein. Da ist ja mein Hundi. Hi. Du hast dich hier hoch zurückgezogen, als der Räuberüberfall war. Oh nein. Und du hast deine kleine Familie gegründet. Ey, Gratulation. Mensch, die sind süß. Aber sie haben alle Hunger. Heult ihr deswegen Tag und Nacht? Und schon eine neue Quest? Futter für die Wölfe? Ey, das lässt sich einrichten. Ich mache mich gleich auf den Weg und schaue, was ich für euch finden kann. Ja, heute Nacht müsst ihr gar nicht so laut jaulen. Ich bin gleich wieder bei euch. Oh, das hätte ich nicht tun sollen. Hier ist es gefährlich. Wo kriege ich Futter für die Wölfe hin? Lass mal gleich das Lager checken, ob da noch irgendwelche Essensreste da waren. Nein, 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 nein. Verrottetes Fleisch. Zur Not. Gibt es denn nichts Besseres? Und sie jaulen schon wieder. Ich bin doch gleich bei euch. Ich habe noch eine Idee. Es gibt hier eine Metzgerei. Schaut auch irgendwie runtergekommen aus. Ey, wir haben Glück, wir haben Glück. Wir nehmen das einfach mit. Wir beschlagnahmen das. Wölfe, ich komme. Ich bin derjenige, der euren Hunger stillt. Nur noch einen Zombie auf dem Weg umlegen. Und dann komme ich schon. Ich habe Futter für euch. Ja, du auch. Komm hier. Na, komm hier. Na, komm hier. Und der Papi kriegt auch was. Okay, aber die Mutter habe ich jetzt irgendwie nicht ge... Ich werde hier fast umgelegt. Die Mutter habe ich jetzt echt hier am höchsten Gipfel gefunden. Ey, komm hier. Ich habe auch was für dich. Ja. Jetzt müsst ihr nicht mehr hungern. Ich bringe das restliche Fleisch zu euch. Und schon habe ich neue Freunde. Auf, dass ihr keinen Hunger mehr leiden müsst. Und wisst ihr was? Sollt es mal ausgehen. Habt ihr noch was bisschen Älteres. Erst erstes Frische. Jetzt ist aber meine Wolfstour hier echt beendet. Ich muss einen geheimen Keller bauen. Für den Bau habe ich mir was ganz Besonderes überlegt. Dafür brauchen wir verschiedenste Holzelemente. Aber auch Dinge aus Eisen. Und ich hatte gesehen, wir haben noch etwas Eisen. Und wenn nicht, bekommen wir sicher noch mehr beim Minenarbeiter. Dem wir im Übrigen mitteilen können, dass das Wolfsproblem gelöst ist. Ey, Kollege. Die Wölfe hatten nur Hunger. Ja, und wer sagt, dass sie nicht uns fressen? Ihr Anführer. Das war mein ehemaliger Hund, der hier unten lebte. Wenn du das sagst, GroKo. Ja, ja, wirklich. Und das ist er. Der geheime Keller. Noch komplett leer. Denn ich weiß noch nicht, wofür wir ihn brauchen werden. Aber das werden wir hoffentlich erfahren. Denn es hieß, wir erfahren mehr, wenn der geheime Keller steht. Wie kommen wir rein und raus? Ich habe mir hier was besonders einfallen lassen. Wir müssen dieses Minecraft nach oben schieben. Können wir einsteigen, aussteigen und sind draußen. Und wenn wir aber hier bei der Kiste durch die Lücke klicken, sitzen wir wieder unten im Minecart. Können hier durch diese Treppe nach unten fahren. Und beim Aussteigen landen wir im Keller. Da muss man erst mal drauf kommen. Ein neuer Tag beginnt hier im Bergdorf. Und ich möchte gleich die frühen Morgenstunden nutzen, um hinüber ins Rathaus zu huschen, um meine ersten Aufgaben abzuholen. Denn auch heute wollen wir wieder Stück für Stück daran arbeiten, dass das Dorf in neuem Glanz erstrahlt. Walter, Walter. Ich habe gesehen, wie lange du in deinem Haus herumgebaut hast. Ich wünsche euch ebenfalls einen guten Morgen. Du scheinst viel Zeit zu haben. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich dir gleich mehr zu tun gegeben. Den Fehler mache ich nicht zweimal. Schau, dass du drei Wohnhäuser fertig bekommst. Okay. Warst du es schon? Mach dich an die Arbeit, sonst gibt es noch mehr zu tun. Okay, okay. Ey, war eine klare Ansage. Mich beschleicht das Gefühl. Der mag mich nicht so recht. Oh, wir könnten gleich mal hier kurz Steuerannahmen und so checken. Typ. 32. 16 an uns. Und 16 nach oben. Zu seinen anderen. Der ist schon wieder alle raus. Ich schimpfe und läßte jetzt einfach nicht, dass er schon alles ausgegeben hat. Weil er steht direkt hier. Was wir machen, wir haben eine Aufgabe bekommen. Drei Wohnhäuser sollen wir ausbauen. Dieses Haus haben wir schon, das und das. Das Restliche sind ja keine Wohngebäude. Rathaus, Lager und Mainz. Jetzt können wir uns echt noch ein paar rauspicken. Vielleicht machen wir das hier so in der Mitte der Stadt, dass wir versuchen, die Stadt in der Mitte auch wieder weiter auszubauen. Ach, wir schauen einfach spontan, was uns da allen gefällt. Naja, desto öfter wir die Häuser aufbauen, desto besser werden sie, wie es ausschaut. Ich habe dem Haus ein kleines Upgrade gegeben. Schaut mal. Im Mittelblock ein bisschen höher, Dächer seitlich ein bisschen flacher und auch im Innenbereich. Hier großer Versammlungs-Essbereich. Rechts ein Schlafplatz, links ein Schlafplatz. Finde ich irgendwie gut. Wenn sie dann nachher Ratssitzung nochmal zum Kattenspielen hier hingehen. Also das Haus wäre schon mal Wohnhaus Nummer 1. Und jetzt, direkt beim Aufstehen, wollte ich doch mal in unseren geheimen Keller schauen. Weil wir müssen uns noch prinzipiell überlegen, was wir dort genau tun. Und die Kiste war noch nicht da, glaube ich. Wir haben einen Geheimauftrag. Warum ich aber eigentlich in den Keller bin, ich meine, das ist ein sehr positiver Nebeneffekt, aber eigentlich wollte ich mir das hier anschauen. Wir sollten einen geheimen Keller bauen und ich weiß noch nicht so recht, warum. Was machen wir denn hier unten? Ich meine, vielleicht kriegen wir ein bisschen einen Hinweis jetzt gleich. Aber es könnte so ein schönes geheimes Labor werden. Ich hoffe, mich hat niemand gesehen. Es ist schon sehr auffällig, hier in den Keller zu schleichen. In Zukunft verwenden wir den geheimen Ablageort beim alten Baum. Wenn ihr ihn gefunden habt, legt einfach eine Rose hinein. Dann weiß ich Bescheid und werde zukünftige Aufgaben für euch nur noch dort hinterlegen. Vernichtet diese Nachricht. Ein Ablageort beim alten Baum. Und es ist ihm zu auffällig, hier in den Keller zu schleichen. Ich meine, hallo. Na gut, vielleicht, wenn hier immer irgendwelche Leute rein und raus rennen. Aber mir ist nichts aufgefallen. Wer auch immer das war, also der Bruder des Königs, wie auch immer er das gemacht hat, er hat das echt geschickt gemacht. Und er schrieb etwas von einem Ablageort beim alten Baum. Definiere alter Baum. Die stehen hier alle schon eine Weile, glaube ich. Das heißt, wir müssen die Bäume absuchen nach einem geheimen Ablageort. Das kann ich aber nicht tagsüber machen. Ich möchte jetzt mal etwas tun, was man eigentlich sonst nicht wirklich tut. Ich möchte jetzt erstmal ein paar Emeralds schnappen. Wir sollten noch welche bei uns im Haus haben. Ja. Oh, und wir sollten noch was vernichten. Den Geheimauftrag vernichten wir auch. Und wir schnappen uns jetzt ein paar wunderbare Emeralds und gehen Eisen kaufen. Jetzt stelle ich mir allerdings die Frage, gibt es in den Schmieden auch Ambosse? Ich weiß, die sind abgefackelt, aber die Ambosse sind vielleicht da geblieben. Nope. Keine einzige Schmiede hat einen Amboss. Das heißt, wir werden jetzt schauen, dass wir einen Amboss auftreiben. Dafür müssen wir Eisen einkaufen gehen. Wir brauchen dafür drei Eisenblöcke. Das heißt, ein Eisenblock und mehr als drei Eisenblöcke. Und dann nehmen wir noch ein bisschen mehr Eisen. So. Damit gehe ich hier hin, mache mir drei Eisenblöcke und crafte einen Amboss. Und den stellen wir jetzt einfach mal übergangsweise hier hin. Und im Amboss würde ich sehr gerne meine Axt reparieren. Aber nicht so. Vier Eisen kostet die, damit ich mir die zwei Holz spare, um eine ganze Axt zu machen. Wir machen das einfach mal. Warum nicht? Man macht das sonst nie. Ja. Schaut mal. Einfach wieder tiptop in Schuss. Habt ihr das schon mal gemacht? Schreibt es mir in die Kommentare. Bevor es jetzt Nacht wird und wir nach dem geheimen Ablageort suchen können, zünden wir zuallererst den Geheimauftrag an. Und machen dann mal ein bisschen Inventur. Denn so langsam gehen wir die Baumaterialien hier schon aus. Wir müssen auf alle Fälle heute noch einen Besuch bei den Holzfällern machen. Ketten haben wir keine, ist mir vorhin aufgefallen. Ich hätte noch ein bisschen extra Eisen kaufen sollen. Eisen kann ich mir jederzeit holen, haben wir hier im Dorf. Holz nicht. Deswegen schnell hinauf ins Rathaus. Oh, die haben schon wieder neue Emeralds. Da habe ich nicht aufgepasst, wie viel ich hatte. Ich behaupte einfach mal, ich hatte 23. Dann sind wieder acht für die eigene Kasse. Und acht für nach oben. Und wir nehmen mal alles mit und schauen, dass wir Holz besorgen gehen. Noch ist die Sonne nicht ganz untergegangen und wir sind bei den Holzfällern. Oh, seid ihr? Die laufen immer irgendwo hin. Warte mal, warte mal, warte mal, bevor du wegrennst. Ich würde gerne bei dir Eichenholz kaufen. Ein Stack. Drei Stacks. Vier Stacks. Dann habe ich eigentlich fast alles für Holz ausgegeben. Aber das wird sich schon rentieren. Ja, jetzt habe ich so gut wie alles für Holz ausgegeben. Aber das war es wert. Danke. Nachts schaut es irgendwie friedlich aus hier. Nur die Zerstörung, die ist schon böse. Okay, ich möchte die Nacht jetzt nutzen. Und dafür mache ich mal eben die Laterne raus, um diesen Ablageort zu finden. Du schaust weg, du siehst gar nichts. Beim alten Baum hieß es. Der Baum steht hier schon echt eine Weile. Ist das hier einen geheimen Ablageort? Schaut nicht so aus. Aber ich hatte ursprünglich mal ganz am Anfang hier einen Fuchs drin gefunden. Vielleicht ist das der geheime Ablageort gewohnt worden. Nein. Der hier, aber der kann nicht alt sein, weil den nutze ich ständig. Also den habe ich früher immer genutzt zum Holz fällen. Der ist auch schon älter mit dem Bienennest dran. Hier ist auch eine Menge Grünzeug. Aber auch hier sehe ich nicht wir... Warte mal. Das könnte was sein. Geheimer Austauschort. Ich habe ihn gefunden. Ich muss nur eine Rose reinlegen. Da unten ist einer. Nehmen wir mit. Danke. Damit signalisieren wir, wir haben den Ort gefunden. Und siehe da, Aufgabe erledigt. Und es ist echt nicht so auffällig. Ich bin hier sicher schon ein paar Mal vorbeigelaufen. Dann warten wir mal, bis wir neue geheime Aufträge bekommen. Und hauen uns jetzt ins Bett. Nicht, dass jemand Verdacht schöpft hat, wenn wir morgen so unhausgeschlafen sind. Wir haben die ganze Nacht durchgebaut. Guten Morgen. Und ich möchte direkt das nächste Wohnhaus angehen. Es gibt verschiedene, die hier offen sind. Das wird noch eine große Baustelle werden. Das war so ein schönes Gebäude. Leider komplett aus Holz. Da war das Wirtshaus drin. Was haltet ihr davon, wenn wir ein weiteres großes Wohngebäude angehen? Das hier in der Mitte. Denn dort können einige Dorfbewohner unterkommen. Und das brauchen wir. Wenn wir das Dorf wieder hochleben lassen wollen, dann müssen wir schauen, dass viele Leute hier unterkommen. Denn Arbeit gibt es mehr als genug. Und ich habe nicht mal einen Tag gebraucht, um das zu reparieren. Ich nehme so richtig Fahrt auf. Ich werde auch direkt schauen, welches Haus wir am nächsten Tag angehen können. Damit wir die Aufgabe möglichst schnell hinter uns bringen, würde ich sagen. Und irgendwie Freund werden mit dem Walter, dem Verwalter. Wenn ich nicht weiß, ob der überhaupt Freund sein will mit uns. Nachdem es aber jetzt Nacht wird, hauen wir uns erstmal aufs Ohr und schauen, was der Morgen bringt. Ich will dann auch morgen nochmal bei dem alten Baum checken, ob wir nicht irgendwie nochmal eine Nachricht bekommen haben. Ein neuer Tag bricht... Oh nein, ich hätte mal in der Nacht das Geheimversteck checken lassen. Okay, aber wisst ihr was? Wir düsen hin, bevor alle wach sind. Okay, ist auch was drin. Und zurück. Ich mache nur einen ganz gemütlichen Morgenspaziergang, falls jemand sich fragt. Ganz gemütlich. Guten Morgen. Ah, schau, der ist auch schon wach. Guten Morgen. Ja, ich war heute mal eine frühe Runde unterwegs. Gut, dass ihr den geheimen Ort gefunden habt. Eure erste Aufgabe wird es sein, die Dorfbewohner nach ihrem aktuellen Wohlbefinden zu befragen. Das soll ein Geheimauftrag sein? Die Dorfbewohner nach ihrem aktuellen Wohlbefinden befragen? Nein, ich meine, verstehe ich es nicht. Das hätte man mir auch so auftragen können. Sich bei den Dorfbewohnern zu erkundigen, ist jetzt nicht unbedingt eine geheime Tat. Außer, der König misstraut Walter dem Verwalter genauso wie der Rest hier irgendwie und möchte was Geheimes rausfinden. Aber selbst dann kann man mir das auch direkt sagen. Wir wollen das Ganze mal gar nicht so weit hinterfragen und im nächstbesten Dorfbewohner einfach mal anquatschen. Wie ist denn euer Wohlbefinden? So weit geht's mir gut, aber ich bin schon froh, dass ihr diesen Waldhaut in die Arme greift. Den kann ich ja keiner leihen. Okay, ja, ist zu mir auch nicht gerade freundlich. Aber dankeschön fürs Mitteilen, ich mach mich mal weiter. Ja, wie ist euer Wohlbefinden heute? Äh, war schon mal besser. Aber seit du da bist, geht's bergauf. Äh, wir hatten alle schon bessere Zeiten, durchaus, ja. Danke. So, haben wir hinten auch den Fischer haben wir noch. Grüß dich, Fischer. Wie ist euer Wohlbefinden? Wie bitte? Na, wie euer Wohlbefinden ist. Ich verstehe die Frage nicht. Ich möchte dein aktuelles Wohlbefinden wissen. Ach so, mein aktuelles Wohlbefinden. Sag das doch gleich. Schön, dass ihr da seid, Krono. Du, hast mit mir gerechnet? Der König sagt, dass er euch irgendwann schicken wollte. Offiziell möchte ich gerne einen Dock bauen, um meinen Fischfang weiter auszubauen. Okay, und inoffiziell? Inoffiziell plant der König ein Segelturnier und braucht einen Dock, um die Schiffe zu bauen. Oh, das hätte ich gar nicht sagen dürfen. Ihr sollt euch genauere Informationen einfach vor Ort holen. Geht zur Bucht, in der Räuberhaupt Babass, die damals geflüchtet ist. Dort trefft ihr auf Boris. Er wird euch mehr sagen können. Hast du dich gerade verplappert? Wirklich? Okay. Ich weiß, wo die Bucht ist. Ich gehe hin. Ich schaue mal, was der gute König da für mich hat und was Boris mir erzählen kann. Danke für die Infos. Ich verrate auch nichts. Keine Sorge. Der Fischer ist ja der Geilste. Ich frage ihn, was los ist und er verplappert sich. Okay, also wir wissen jetzt, dass offiziell baut der Fischer seinen Fischfang aus und wir müssen irgendwie einen Dock dafür machen, so wie ich das verstanden habe. Aber inoffiziell soll es ein Segelturnier geben? Das hört sich nice an. Aber den Geheimauftrag sollten wir mal wieder etwas beseitigen. Nicht, dass uns irgendwann noch jemand auf die Schliche kommt. Wenn ich jetzt zu Boris gehe, dann könnte ich mir wahrscheinlich am Ende noch Ärger einholen vom Verwalter. Wir müssen zuallererst das letzte Haus bauen. Die ganze Nacht durchgeschuftet, damit ich heute den Tag frei habe und es hat sich rentiert. Das Haus steht und glänzt in alter Pracht mit ein bisschen neuer Pracht. Ich versuche den Gebäuden doch immer wieder mal so eine Kleinigkeit oder was Neues hinzuzudichten. Der Herr hat zum Beispiel jetzt diesen Ärger bekommen. Bei dem Gebäude ist es tatsächlich noch so, dass das ganze Obergeschoss ungenutzt ist. Rein theoretisch können die Dorfbewohner hier rauf. Verhindert das mal sicherheitshalber nicht, dass sich da dann einer verläuft, der dann bei Zeiten nicht mehr runterkommt, wenn es wichtig ist. Mein Ziel war aber tatsächlich, grüß dich. Mein Ziel war es, wirklich die Nächte durchzuschuften, damit ich jetzt, ohne dass der Verwalter groß mitkriegt, dass ich langsamer bin, mal verschwinden kann. Denn der Fischer hat gemeint, ich soll dorthin, wo wir den guten Räuberhauptmann Bastis verloren haben. Und da machen wir uns mal eben auf den Weg. Dafür müssen wir das Dorf hier hinten hinaus über die Holzbrücke verlassen. Uschen dann natürlich zur Farm meines Opas. Marschieren um eine heiß geliebte Mühle vorbei. Dann verlassen wir die Farm natürlich und düsen weiter. Oh, da kommen wir ja nicht weiter. Da ist die Brücke kaputt. Deswegen gehen wir gleich hier rechts. Sparen wir uns eh ein paar Meter. Vorbei an der Eisenmine bis hinüber zum zerstörten Portal, dessen Geheimnis wir immer noch nicht kennen, aber vielleicht eines Tages kennenlernen werden. Und dann sind wir auch schon da. Da habe ich geschaut und der Räuberhauptmann ist einfach im Nebel verschwunden. Boris! Oh, vielleicht soll die nicht so laut blären. Ja, dann. Da, Boris, ich komme. Ah, Boris, der König bzw. der Fischer schicken mich. Wie ich sehe, habt ihr alle die Heimlichtuerei unseres Königs bestanden und seid nun endlich hier. Ja, der Fischer hat sich auch schon ver... Also, der Fischer ist netter, also nehmt sich nicht übel. Der hat sich schon verplaudert. Ich weiß, dass ihr hier Docke und Schiffe braucht fürs Segelturnier. Hahaha, ja, das haben wir dem Fischer gesagt. Aber eigentlich wollen wir mit eurer Hilfe ein Boot bauen, um endlich Räuberhauptmann Maske hinterher zu segeln und ihn einfach allemal zu besiegen. Aber psst! Oh, das höre ich gerne. Eure erste Aufgabe wird es sein, hier einen anständigen kleinen Lock zu bauen, in dem wir das Boot bauen können. Perfekt, das werde ich machen. Ich muss nur schnell zurück ins Dorf. Nicht, dass mich der Verwalter vermisst und Verdacht schöpft, aber ich werde es einplanen. Für die Segelregatta, äh, den Ausbau des Fischeremperiums. Endlich machen wir uns daran, den Räuberhauptmann Basti wieder neu zu verfolgen. Ich freue mich und ich hoffe, wir werden ihn erwischen. Denn eines Tages habe ich mir geschworen, bringe ich ihn zur Gerechtigkeit. Und ich muss schnell zu Walter. Da bist du ja. Besondere Steinmetze des Königs sollten schon längst hier eingetroffen sein. Er wollte sie als Dank für meine schnelle Arbeit hier im Dorf schicken. Ich bin mir sicher, dass er sie als Dank für deine schnelle Arbeit hier im Dorf schickt. Irgendwie sind sie nicht eingetroffen. Kümmer dich darum, dass sie auftauchen. Ähm, natürlich kümmere ich mich darum. Mir scheint auch wieder sehr beschäftigt zu sein. Das Einzige, was ich mich noch frage, von wo hätten die denn kommen sollen? Sie sollten von der Eisenmine her kommen. Und jetzt mach dich an die Arbeit. Hm, ja, mach ich mich. So wie du dich an die Arbeit machst. Bevor wir uns aber an die Arbeit machen, checken wir wie immer Steuern. Oh nein, ich habe vergessen, wie viel ich hatte. Ich glaube, ich hatte so 21 im Inventar. 16 gehen in meine Tasche. Also wir wissen alle, gehen in die Tasche von der Stadt, ne? Und 16 gehen in die Tasche des Verwalters. So wie es ausschaut, ist unsere Aufgabe aktuell nicht unbedingt hier weiterzubauen. Obwohl wir noch 21 Häuser fertigstellen müssen. Sondern wir müssen schauen, wo die Steinmetze sind. Irgendwelche besonderen Steinmetze. Das hier ist immer das Steinmetzhaus für mich. Als ich ursprünglich mal in das Dorf reingekommen bin, war hier eine Steinsäge drin gestanden. Von der Terracotta finde ich passt das irgendwie so. Naja, vielleicht brauchen sie ein Haus, dann kriegen sie eins. Sie kommen von der Mine her. Das heißt, wir gehen erstmal Richtung Mine. Die Farm haben wir bereits hinter uns liegen lassen. Und hier ist die Brücke immer noch kaputt. Und da vorne wäre die Mine. Das heißt, wir gehen... Oh. Wir gehen auf alle Fälle hier rum. Und ich glaube, ich habe da schon die verunglückten Burschen entdeckt. Mensch, was ist denn bei euch passiert? Das sieht ja gar nicht gut aus. Gut, dass ihr vorbeikommt. Ich sehe schon. Was habt ihr euch denn dabei gedacht? Mit diesem Riesending seid ihr hier einfach querfeldein? Wir wollten schon längst bei euch im Dorf sein. Der König meint, ihr macht hervorragende Arbeit. Und könnt unsere besonderen Steine sicher gut gebrauchen. Ja, Steine kann ich immer gut gebrauchen. Aber wichtiger wäre, dass ihr ankommt. Was ist denn passiert? Na, die Brücke ist leider kaputt. Und so haben wir uns für den Weg querfeldein entschieden. Nein, leider war das keine gute Idee. Zwar unser Räder sind gebrochen. Und dann ist so einiges hier auseinandergefallen. Auch die Zugpferde konnten wir doch nicht wiederfinden. Das hört sich so an, als könntet ihr meine Hilfe gebrauchen, oder? Oh, das wäre super. Besorgen uns beim Schmied zwei neue Räder. Finde und bringe unsere Zugpferde zurück. Und schaffe uns einen stabilen Weg zur Straße. Ist eine Menge. Aber kriege ich auf alle Fälle hin. Wir machen dir in Zukunft auch super Preise bei den Steinen. Alles gut. Macht euch keinen Kopf. Mega cool. Ja, ich mache mich auf den Weg. Ich kriege das hin. Ich nehme mal die kaputten Reifen hier mit. Dann kann ich das gleich entsprechend demjenigen zeigen, der es repariert. Oh, was sagt denn hier? Ähm. Ja. Die Leinen für die Pferde. Ich glaube, ich sollte zuallererst mal nach den Pferden schauen. Und hier bin ich wahrscheinlich auch schon fündig. Das sollte gar nicht so schwer sein. Ist es so einfach? Ist da schon das Zweite? Komm, eins nach dem anderen. Na du? Bist du ein Zug... Ein Zugpferd? Ja. Ja. Na komm. Ja, mit Pferdchen. Uh. Ich schaue wieder nicht auf den Weg. Pferdchen. Komme lieber nicht mit. Geh deinen eigenen Weg, da bist du sicher. So, schaut mal. Pferd eins von zwei ist bereits da. Lass mal hier drüben. Anbinden. Und das Zweite hole ich auch noch. Na, schaut mal. Eins von zwei Pferden haben wir bereits geschafft. Und das Zweite hatte ich hier hinten bei der Mine gesichtet. Hallo Pferdchen. Hallihallo. Bist du ein Zugpferd? Ja. Schau mal. Bist auch angeleint? Komm mit. Schaut mal. Ich habe das Zweite Pferd auch schon. Na, du warst aber schnell. Dankeschön. Ja, war gar nicht kompliziert. Die waren hier ganz in der Nähe. Gerade eben habe ich doch ein wunderbares Alibi, um außerhalb des Dorfes und außerhalb des Sichtfelds vor diesem Verwalter unterwegs sein zu dürfen. Aus dem Grund werde ich jetzt ganz flinke bei Boris vorbeischauen, dem Bootsbauer, und mit ihm vielleicht das weitere Vorgehen absprechen. Einfach an diesem Portal vorbei und dann müsste ich schon in der Bucht sein. Ja, perfekt. Dort ist Boris. Boris, grüß dich. Du, nur ganz kurz die Info. Ich schaue, dass ich heute noch ein paar Mal vorbeikomme. Ich werde ein bisschen Rohstoffe ranschaffen, damit wir hier mit dem Dockbau anfangen können. Ah, danke für die Info. Ja, wir sehen uns später. Boris, ich komme wieder vorbei. So, ich habe mir auch schon einen Plan überlegt, jetzt wo es dunkel wird. Schleiche ich mich geschwind durch den Geheimgang in die Stadt, dann spare ich mir auch ein bisschen Weg. Ich muss zugeben, es ist schon eine Weile her, dass ich den Geheimgang genutzt habe. Jetzt bin ich gerade tatsächlich selbst am Schauen, wo der Weg hineinführt. Aber wenn ich mich richtig erinnere, muss es ein Weg sein, den man gefahrenlos gehen kann. Und das ist ja wohl nur der hier rechts und links ist Puderschnee, hier nicht. Ist hier hin? Da ist es. Fantastisch. Zack und rein in die Stadt. Ich glaube im Übrigen auch, dass der Verwalter diesen Gang nicht kennt. Den werden wir in Zukunft häufiger nutzen müssen, wenn wir ungesehen von ihm davon schleichen wollen. So, dann mal geschwind ins Bettchen. Ein neuer Tag, ein neues Glück. Das Erste, das ich jetzt machen möchte, ist, ich sause hinunter zur ehemaligen Schmiede und schaue, ob der Schmied dort ist. Und dann würde ich ihn beten, ja, da ist er, dann würde ich ihn beten, sich meine kaputten Kutschräder mal anzuschauen. Ey, Willem, ich habe hier zwei kaputte Kutschenräder. Kannst du mir die vielleicht reparieren? Ja, klar kann ich das. Allerdings nicht in dieser kaputten Schmiede. Das sollte ja kein Problem sein. Ich baue nur die Schmiede wieder auf und du reparierst meine Kutschenräder? Oh ja, so machen wir das. Klasse. Ey, das hört sich ja wieder nach einer super Aufgabe an. Und dann schaffen wir doch noch was in dem Dorf heute. Ey, sie ist größer geworden. Sie ist ein bisschen anders geworden. Aber mir gefällt sie. Was sagt ihr? Schmiede steht? Ja, Schmied, ihr könnt anfangen. Er repariert die Räder und dann komme ich sie gerne abholen. Alles klar, Gogo. Ich mache mich an die Arbeit. Und wir haben eine weitere Arbeit, die ich mir gerade eben so überlegt hatte. Während der da unten beschäftigt ist, müssen wir uns ja auch beschäftigen. Nicht, dass wir uns langweilen und am Ende Walter auch noch schimpft, dass wir wieder nur Zeit vertrillern. Nein, ich habe eine Idee. Schaut mal. Erinnert ihr euch an das Haus ganz am Anfang, wo ich gesagt habe, hier müssten eigentlich Steinmetze einziehen? Das heißt, wir brauchen einen Platz, wo die ihren Karren hinstellen können. Denn stellt euch mal vor, die fahren jetzt mit dem Karren hier ein. Die wollen den nicht da unter an den Marktplatz fahren, glaubt mir. Die hatten schon eine Panne, als sie über zwei Hügel gefahren sind. Die wollen nicht den Berg runterbrettern damit. Das heißt, hier ist eigentlich der perfekte Platz, um den Karren abzustellen. Ich repariere das Haus und dann können die mit dem Karren hier entfahren. Das Haus sieht jetzt vielleicht etwas unspektakulär aus, weil es auch diesen Riesenplatz hat. Aber ich stelle mir das ganz gut vor, wenn die dann hier zu dritt rumwerkeln und hier ihr Wagen steht, glaube ich. Das scheint ein guter Ort im Dorf zu sein und ist ja endlich mal sinnvoll genutzt. Ich bin sehr zufrieden. Ich wähle jetzt die Route hier oben entlang, düse nochmal zum Rathaus, ein paar Steuern einholen, damit wir dann hinten raus zu den Holzfällern düsen können, um Holz zu kaufen, was wir dann für unser privates Bauprojekt verwenden können. Wieso mache ich jedes Mal den gleichen Fehler? 41 Emeralds. Ich schaue mal, ob ich noch irgendwo welche finde im Lagerhaus oder in meinem privaten Haus und dann düsen wir los. Nein! Und auch bei mir daheim sieht es schlecht aus. Viele Emeralds haben wir aktuell nicht mehr. Wir müssen echt schauen, dass wir dieses Dorf reparieren. um an mehr Emeralds zu kommen. Guck mal an die! Ja, Wilhelm, was gibt's? Die Kutsche-Dräder sind fertig. Oh, fantastisch! Dankeschön! Perfektes Timing! Ich hoffe, die neue Schmiede gefällt dir! Ja, wirklich hervorragend! Ich wünsch dir frohes Schmieden! Für die! Ey, das ist halt perfektes Timing. Das heißt, wir können dann direkt weiter die Kutsche reparieren. Mit jedem neuen Haus, das wir reparieren und wieder aufbauen, wird der Anblick des Dorfs immer und immer mehr wieder erträglich und auch hübscher, wenn wir überlegen, dass die Häuser doch immer deutlich schöner werden, als sie vorher waren. Und da sind wir auch schon Holzfäller. Ich bin wieder da, um Geld auszugeben. Ich grüße euch. Was haben wir hier? Naja, es war nicht so ganz günstig. Äh, ohne halber. Ich dachte mir nämlich, danke, das war's schon, dass wir jetzt den Weg über die Farm wählen. Wir gehen deswegen über die Farm, weil ich mir dachte, wir sollten unsere Nahrungsvorräte etwas aufstocken. Jetzt ist die Frage, gibt es mir jemanden, der mir auch wirklich schöne Brote verkauft? Du nicht, ne? Du nicht? Irgendein Farmer hier, der Brote anbietet? Ja. Dann würde ich gleich mal 30 nehmen. Dankeschön. Und jetzt weiter, dass wir die Kutschenräder an den Mann bringen. Werte Steinmetzen, werte Steinmetzen, schaut mal, ich hab eure Kutschenräder. Ah, super! Bitte schön, soll ich euch die Kutsche gleich wieder aufbauen? Nein, nein, das kriegen wir schon selber hin. Den Weg bräuchten wir noch. Ja, den Weg. Ich mache mich gleich an den Weg. Das heißt, die kriegen ihre Kutsche auf Vordermann und ich muss noch den Weg machen. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Wir reparieren die Brücke, dann können sie ihren Weg über die Brücke fortsetzen. Allerdings, allerdings haben wir dann das Problem, dass die immer noch dort hinten feststecken. Also warum nutze ich nicht einfach die Chance und baue den Weg hier rüber, lasse den hier unten entlang rauflaufen und hier vorne zum Briefkasten hinführen. Ich denke, das wäre auf alle Fälle smart. Das hatte ich eh mal noch vor. Und dann würde sich das jetzt anbieten und dann können die hier mit dem Wagen direkt auf den Weg und schwuppdiwupp zur Farm und hinauf ins Bergdorf kutschieren. Und wir tun auch gleich mal so, als würden wir hier direkt loslegen. Allerdings müssen wir jetzt noch eine ganz private, wichtige Mission erfüllen. Und zwar die Rohstoffe wegkarren. Ganz genau, dafür rennen wir mal wieder hier an diesem etwas gruseligen Portal vorbei und düsen hinüber zu Boris. Boris, 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 schau mal her. Ich stelle dir eine Truhe auf. Und in die Truhe kommen schon mal einige Materialien. Du passt drauf auf, ich komme wieder. Sehr gut, das hast du auch gemacht, Koko. Dankeschön, dankeschön. Ich muss, ich, ähm, im Moment ist wieder viel zu tun, aber ich werde Zeit für den Doc finden, keine Sorge. Jetzt aber nichts wie zurück. Eine weitere Aufgabe wäre abgeschlossen. Der Weg ist fertig. Und ich würde sagen, die können jetzt weiter aufbrechen und sie haben auch schon ihren Wagen repariert. Das ist ja super. Leute, Weg ist fertig, wie ihr seht. Super, danke, Koko. Von hier aus kommen wir alleine zurecht. Wir sehen uns im Bergdorf. Ah, schaut mal, wer sich hier niedergelassen hat. Fantastisch. Steve Steinmetz. Und er hat einiges im Angebot. Und die Simone. Auch perfekt. Und Steffen. Nice. Wenn ich das richtig gesehen habe, können wir hier jetzt alle Farben an Terracotta kaufen. Finde ich super. Da hat der König uns wirklich wahrhaftig gute Hilfe beim letzten Mal geschickt. Und weil der wieder so gute Arbeit geleistet hat, leisten wir auch gute Arbeit. Düsen ins Rathaus und holen uns die neuesten Aufgaben ab. Die Einwohnerzahl steigt. Es werden immer mehr fertige Häuser. Schauen wir mal, was heute auf dem Plan steht. Crocodile Andy. Der König möchte die Schmieden wieder in Betrieb sehen. Beim letzten Mal habt ihr ja schon in eigenem Regie eine Schmiede repariert. In Zukunft stimmt das mit mir ab und trifft nicht einfach eure eigenen Entscheidungen. Ja, aber der Schmied, der hatte ja... Ich will nichts hören. Schaut, dass die Schmieden ordentlich in Schwung kommen und der König zufrieden ist. Okay, Mr. Kreesecrum, habe ich verstanden, die Schmieden. Aber wie immer erstmal Steuereinnahmen. Und wie immer kriegt er einen weniger. Ich kann den nicht ausstehen. Wie geht es euch mit dem Burschen? Der ist doch nicht ganz sauber. Was meint ihr? Führt der was im Schilde? Bisher bin ich noch nicht drauf gekommen. Irgendwann müssen wir uns mal die Zeit nehmen und dem Guten ein bisschen nachspionieren. Die Sonne geht unter. Ich würde sagen, ich schnappe mir im Lager ein paar Materialien, haue mich aufs Ohr und repariere dann die Schmiede hier unten. Ich habe diese Schmiede einfach eins zu eins so aufgebaut, wie vorher auch. Und die Leute scheinen auch schon wieder... Die rennen ein bisschen arbeitslos da umeinander, aber... Mal schauen. Ich erzähle mal kurz meinem Schmiedekollegen vom letzten Mal, was ich Schönes geleistet habe. Ey, Wilhelm! Ich habe die zweite Schmiede jetzt auch wieder aufgebaut. Ja, super, dass die zweite Schmiede dann auch wieder geht. Allerdings wird das Eisen nicht für uns alle reichen. Wieso meinst du, das Eisen reicht nicht für euch alle? Wir haben doch zwei Minen. Ja, schon. Allerdings liefert die Südmine nicht. Ich weiß nicht, was da los ist. Ich hatte bisher keine Zeit nachzufragen. Oh, mir hat ja auch die eine Mine hier gereicht. Ich kann für dich nachfragen gehen in der Südmine. Überhaupt kein Problem. Das wäre natürlich super. Also das ist nicht die Südmine, das ist die Mine im Norden und die scheint zu funktionieren. Da vorne ist die Südmine. Ich werde allerdings erstmal ein bisschen mein Zeug los, weil das brauche ich jetzt nicht wieder mit mir rumschleppen die ganze Zeit. Dafür habe ich ja das Lager hier. Einmal alles Holz aufräumen. Und dann sause ich runter und schaue, was mit der Südmine los ist. Hey, was ist denn los? Wir vermissen das Eisen von dir. Dann gehe ich nicht mehr hinunter. Da ist das Böse erwacht. Das Böse erwacht? Bist du dir sicher? Ich kann nachschauen gehen. Und wenn nichts ist, arbeitest du dann wieder? Wenn du das Böse mir besiegst, dann mache ich natürlich meine Arbeit wieder. Okay, dann gehe ich mir das Böse anschauen und du hältst hier munter die Stellung, okay? Ein bisschen vorsichtig sollte ich wahrscheinlich schon sein, weil er hat bisher immer seine Arbeit gemacht. Und was weiß ich, was da jetzt los ist. Oh, ich dachte, ich schaffe es da drauf zu hüpfen. Oh weia. Seht ihr die Bossleiste da oben? Spinnenkönigin? Irgendwo scheint er wohl doch recht zu haben. Und hier wuselt es von Spinnen. Oh weia. Oh weia. Oh weia. Die sind hinter mir. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ich glaube, ich gehe mal geschwind meinen Bogen holen. Wo gehst denn du hin? Du fällst bloß wieder runter. Es ist schon wieder mitten in der Nacht, aber es spielt keine Rolle, wer zu welcher Uhrzeit ich in den Höhlen unterwegs bin. Opa's alter Bogen, 15 Pfeile. Ich will schon schief gehen. Den Re... Ah, noch eine. Normal oder giftig? Nein, normal. Mit den lege ich mich so an. Da spare ich Pfeile. Okay. Alles im Griff. Dann Spinnen. Da war der Skelettreiter auf einer Spinne. Oh no, 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 no. Erwischt. Es ist halt auch nicht so geschickt, ohne Rüstung in so eine Spinnenhöhle reinzurennen. Wir brauchen dringend Rüstung. Ich will erstmal wissen, ob das wirklich so brutal ist, wie der Bursch hier beschrieben hat. Im Moment sind es bloß ein paar Spinnen. Super nervig, aber Spinnen und Spinnen sind immer noch leichte Beute. Aber bisher ist von einer Spinnenkönigin noch keine Spur. Hier haben wir nochmal so ein kleines Mistviech. Aber bisher... Die Spinnenkönigin hat Schaden... Die Spinnenkönigin hat Schaden genommen. Und da ist sie auch schon. Komm, wir hauen sie um. Oh Gott. Okay, kack, gar keine Chance. Okay. Ja, das ist ja... Oh nein, oh nein, oh nein, ich will nicht. Ich bin noch so jung. Ich bin noch so jung. Ich bin noch so jung. Ich will nicht... Oh Gott. Ich hatte mir das irgendwie leichter vorgestellt. Aber auch sehr blauäugig. Da gibt es nur eine Möglichkeit. Und nein, ich möchte nicht drüber reden. Ich weiß, wie er mir hierbei helfen kann. Es gibt da zwei Personen. Die mächtigsten in diesem Land. Ich muss die Hexe aufsuchen und sie fragen, ob sie weiß, wie meinen Spinnenkönigin besiegt. Und wenn ich bei der Hexe war, gehe ich zum Zauberer. Und vielleicht kann ich mir von den Emeralds, die wir haben, irgendwo noch bessere Ausrüstung kaufen. Vielleicht in der Burg. Wir werden es sehen. Erstmal geschwind die Emeralds abholen. Wir haben schon wieder neue dazu bekommen. Oh, ich muss da ja die Hälfte wieder abgeben. 45 Emeralds. Und im Lager sollten auch noch ein paar sein. Damit kann ich mir auf alle Fälle mehr Pfeile holen, weil die waren ja relativ flott weg. Und vielleicht reicht es auch noch für das ein oder andere Rüstungsteil. Gut, erst zur Hexe und dann zur Burg und dann zum Zauberer. Hexe, Grogu ist es mal wieder. Nicht erschrecken. Ich komme rein, auch wenn kein Zutritt dasteht. Gut, dass du kommst. Das Böse ist erwacht. Du weißt von der Spinne? Du gewöhnst dich wohl nie daran, dass ich alles weiß. Wie? Nein, nicht wirklich. Aber sag schon, was kann ich gegen sie tun? Du musst dich gut rüsten. Zwar kann ich bei Rüstung nicht aushelfen. Allerdings kann ich dir einen sehr mächtigen Trank geben. Nachdem ich jede Hilfe gebrauchen kann, sag mir, was willst du dafür? Wenn du versprichst, mir den Kopf des Untiers zu bringen, gebe ich dir diesen mächtigen Trank. Was willst du mit dem Kopf? Meine Sache. Ja, natürlich, deine Sache. Okay, nachdem ich dafür sowieso keine Verwendung haben werde. Mach ich, klar. Ich bringe dir den Kopf. Ich habe noch eine Flasche von meinem Supertrank im Keller. Hol ihn dir einfach selbst und steck noch etwas Gegengift ein. Das wird dir helfen. Viel Erfolg und trau dich ja nicht zu sterben. Ich will diesen Kopf haben. Und jetzt... Okay, 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 okay. Ich gehe ja schon. Eine Flasche Supertrank im Keller. Ich gehe mal checken, was der Supertrank ist. Danke dir, Hexe. So, das ist der Hexenkeller. Ja, ich weiß. Da ist immer noch irgendein Skelett eingesperrt. Wir sollten den Supertrank und ein bisschen Gegengift mitnehmen. Vielleicht in der Kiste? Oh ja, Gegengift habe ich gefunden. Da wäre noch ein Trank. Da haben wir ihn auch. Ultimativer Hexentrank. Dieser Trank macht unbesiegbar. Fast. Boah, der hat aber auch eine Menge krasser Effekte. Da bin ich gespannt, was uns die Hexe zusammengebraut hat. Ich hoffe, der hilft uns gegen dieses Spinnenviech. Ja gut, dann düsen wir zur Burg und schauen, was wir so noch bekommen können. Und das in der Nacht. Wir machen am besten einen kleinen Sprint ins Ostdorf und verbringen dann dort die restliche Nacht. Das Ostdorf. Und da ist schon jemand, der irgendwas für uns hat. Aber ich suche mir tatsächlich jetzt zuallererst mal einen Platz zum Nächtigen. Und dann wünschen wir hier einen wunderschönen guten Morgen, Herr Dorfältester. Was gibt es denn? Gut, dass ihr vorbeikommt. Wir können eure Baufertigkeiten sehr gut gebrauchen. Die Baufertigkeiten? Na klar, was braucht ihr denn? Wenn ihr uns eine Versammlungshalle baut, dann bekommt ihr von uns zwei Stacks Emeralds. Und ihr könnt die Materialien sehr gerne aus unserem Lager vermitteln. Zwei Stacks Emeralds und ihr braucht eine Versammlungshalle? Also so eine Art kleines Rathaus oder sowas. Klar, mache ich euch gerne. Super, vielen Dank. Wir müssen eine kurze Pause einlegen und das tatsächlich tun, denn dann haben wir so viel Emeralds, dass wir uns in der Burg sehr, sehr gut ausrüsten können. Immer mit 51 kommen wir schon echt weit, aber mehr ist immer besser. Und da kommt mir natürlich der Auftrag hier im Ostdorf mehr als gelegen. Es steht das Rathaus. Es ist ein Hauch zu groß im Vergleich zur Kirche, aber mei, wenn ich halt Rathaus baue, dann lege ich auch gut und gern mal ein bisschen los. Und ich muss sagen, ich finde es cool. Es gibt ein paar Sachen, die müssen wir noch schnell anpassen. Und schon passt es hier prima rein. Inneneinrichtungen habe ich recht einfach gemacht. Links wieder so ein Empfangsbereich, wo es nach oben geht. Rechts ein kleines Büro. Und oben eigentlich der wichtigste Bereich, der Ratssaal, wo man zusammensitzen kann, etc. Also es ist schon eher wie so eine kleine Dorfhalle geworden. Genauso wie es sich der Dorfälteste gewünscht hat. Aus dem Grund flitzen wir rüber und sagen ihm, dass der Auftrag erledigt ist. Werter Dorfälteste, wir haben es geschafft. Ah, super. Schaut mal, ich habe eure Bezahlung schon hier. Wie versprochen. Zwei Stacks Emeralds. Vielen Dank. Ich muss unbedingt weiter. Ich wünsche euch viel Erfolg. Wir sehen uns. Vielen, vielen Dank. Mach's gut. Und wir düsen auch direkt weiter, denn ich möchte auf die Burg. Denn auf der Burg sollte noch ein Schmied arbeiten, der gute Rüstung verkauft. Und wir brauchen gute Rüstung. Einmal an den Mauern vorbei und durchs Burgtor ins Innere. Ah, um die Mittagszeit ungefähr sollte der Schmied am Arbeiten sein. Ja, guten Tag. Rüstungsschmied. Oh yes. Ich mache hier einen dicken, dicken Einkauf. Schaut mal. Jetzt sind wir tiptop gerüstet. Das ist gut. Schauen wir mal, ob wir beim Waffenschmied noch was bekommen. Nee, der hat nicht wirklich was, was wir brauchen. Aber der Bogner. Der Bogner kann uns gleich mal zwei Stacks Pfeile hier lassen. So, nachdem wir jetzt uns ausgerüstet haben, möchte ich allerdings noch beim Zauberer vorbei. Vielleicht haben wir dort Glück und können noch irgendwas abstauben, was in unserem Kampf gegen dieses Ungetüm unter unserem Dorf hilft. Reisen wir zum umgedrehten Turm. Oh, großer Magier. Unter dem Dorf hat sich eine Spinnenkönigin niedergelassen. Ah, das war also die Macht, die ich plötzlich gespürt habe. Ich muss sie vernichten. Könnt ihr mich vielleicht dabei unterstützen? So auf die Schnelle nicht. Ich muss darüber erst etwas studieren. Kommt in ein paar Tagen wieder. So viel Zeit habe ich nicht. Was, wenn das Ding eines Nachts beschließt, die Höhle zu verlassen? Dann frisst sie alle Dorfbewohner. Ich muss sie jetzt aufhalten. Eile ist nie ein guter Ratgeber. Aber vielleicht hilft euch dieses Schwert ein wenig. Oh, dankeschön. Das nehme ich gerne. Sieht so aus, als könnte mich jetzt nichts mehr stoppen. Hoffentlich. Besonders stark gegen Ungeziefer mit vielen Beinen. Ah, das hört sich super an. Ich wünsche euch viel Glück und denkt daran, solltet ihr das Untier tatsächlich besiegen, verbrennt sämtliche Überreste. Bis zum nächsten Mal, Kokodell Andy. Ähm, okay. Danke für den Hinweis. Ich mach's gut. Dankeschön. Ciao, Zauberer. Danke. Oh mein Gott. Hat er gerade gesagt, ich soll sämtliche Überreste verbrennen? Ah, ich hab doch der Hexe den Kopf versprochen. Oh weia. Naja, Fokus auf das wirkliche Problem. Das Ungetüm besiegen und es ist mitten in der Nacht. Naja, wir reisen zurück und dann ist es Zeit, das Ungetüm zu erledigen. Da sind wir auch schon wieder im Bergdorf. Die Sonne geht auf und ich schau mal, dass ich gut gerüstet bin. Denn zuallererst räumen wir aus, was wir nicht brauchen. Dann sortiere ich mein Inventar so, dass ich alles hab, was ich brauche. Wir brauchen den ultimativen Hexendrank und Gegengift. Was zu essen sollte auch noch reichen. Und dann bin ich, glaube ich, völlig ausgerüstet. Es wird Zeit, das Spinnenungetüm ein für alle Mal zu vertreiben. Okay, diesmal bin ich nicht so blauäugig. Diesmal komm ich vorbereitet. Ja, ja, jetzt hab ich's im Griff. Ganz sicher. Ganz sicher. Dann steigen wir mal in die Tiefe hinab und schauen, ob wir dieses Spinnenungetüm jetzt vertreiben. So, Bogen ist parat. Damit können wir schon mal alles ausschalten, was so im Weg umgeht. Wir haben ein Schwert, um diese ganzen Sachen hier kaputt zu machen. Der Ausgang ist schon immer so krass versperrt. Und da ist sie, die Spinnenkönigin. So, ich zieh mich mal ein kleines Schrittchen zurück und trinke den Trank der Hexe. Oh, das nacht sich drauf. Wie gut. Und wir kriegen total viele Herzen. Stärke haben wir, Resistenz haben wir. Und ich glaube, wir sind ja Ultim. Also, die Spinne hat ja gar keine Chance. Oh, weia. Ich glaube, ich hab die Spinne erweckt. Oh, ne, sie sieht nicht mehr. Warum hier? Ich... Oh. Oh, mein Schwert macht richtig Schaden bei der Spinne. Aber sie macht auch richtig Schaden bei mir. Ey, die kleinen Spinnen haben ja gar keine Chance gegen mich. Nein, vergiftet. Deckung, Deckung, Deckung. Und hier... Oh Gott, wo lauf ich hin? Wo lauf ich hin? Wo lauf ich hin? Wo lauf ich hin? Gegen Gift haben wir auch. Oh nein, ist jetzt schon wieder lauter Spinnen heraufbeschworen. Das gibt's doch nicht. Oh, weia. Oh, weia. Oh, weia. Gegen Gift, gegen Gift, gegen Gift. Ja. Ich verpasse hier nochmal eine. Ach, sie sieht hinter mir her... Oh, weia. Aber ich hab sie gleich. Ja. Ungetüm erledigt. Und da ist er. Der Kopf der Spinne. Was machen wir mit dem Spinnenkopf? Bring ich ihn der Hexe und halte mein Versprechen? Oder breche ich mein Versprechen? Und achte die Worte des Zauberers? Ich hatte es ihr versprochen. Und deswegen bringe ich hier den Kopf. Auch wenn der Magier mich gewarnt hat. Und gesagt hat, ich solle unbedingt alle Überreste der toten Spinne verbrennen. Ich hoffe, es ist nicht so dramatisch. Ich hab kein Wasser, um da runter zu springen. Naja, dann klettern wir halt runter. Hexe, du wirst dich freuen. Hexe! Dein Trank war wirklich fantastisch. Ich weiß. Gib mir den Kopf. Ja, ja. Hier. Bitteschön. Sehr schön. Sehr schön. Danke, bester GroKo, dass du mir den Kopf gebracht hast. Ha! Nichts, danke. Wir hatten einen Deal und jetzt raus hier. Ich hab zu tun. Es war mir eine Ehre. Ich bin schon auf dem Weg. Alle fleißig am Marktplatz getroffen, wie Sau schaut. Oh, weia. Es geht schon wieder Richtung Feierabend. Ich sollte schnell zu Walter schauen. Walter! Ich grüße dich. Da bist du ja. Ich grüße euch auch, werte Herr Verwalter. Dem König geht es nicht schnell genug. Ihr treibt euch zu viel umher. Entschuldigt bitte, aber wir hatten ein ordentliches Spinne. Schuh, 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 schuh. Denn schnellstmöglich drei weitere Häuser fertig. Nicht, dass wir noch die Gunst des Königs verlieren. Alles, was dich interessiert. Ich mach mich an. Ja, okay. Halt, da wollte ich nicht rein. Eins nach unten. Einmal steuern. Checken. Uh, da war jede Menge dann. Das da geht an uns und das geht an Walter, den Verwalter. So, dann bei ihm alles reinpacken. Hat der schon wieder alles ausgegeben? Wo gehen seine Emeralds immer hin? Das verstehe echt, wer will. Aber ich nicht. So, Einblick auf die Karte. Wir sollen drei weitere Häuser ausbauen. Überhaupt kein Problem. Ich möchte heute auf alle Fälle irgendwann diese wunderbare Schießanlage ausbauen, denke ich. Und dann, gut, den Stall reparieren. Das sollte wahrscheinlich kein Aufwand sein. Aber lass uns die drei Häuser machen. Das hier, den Stall und das Gebäude hier vorne. Das heißt, wir holen uns gleich Materialien, aber holen uns zuallererst von den wunderbaren 36 Emeralds, die wir haben, noch weitere schöne Materialien. Und zwar haben wir ja hier oben neue Steinmetze. Ist zwar recht teuer, aber ich könnte mir vorstellen, dass es der Optik des Dorfes sehr gut tut, wenn wir ein wenig Farbe reinbringen. Ah, die Farben sind sehr gedeckt. Die würde ich erstmal weniger verwenden. Auch, ich glaube, du bist erstmal mein Typ, Steve. Fangen wir mit Light Blue an. Haus Nummer 1 ist so gut wie fertig. Ein bisschen Licht müssen wir noch machen. Drinnen habe ich schon eine Laterne aufgehängt. Draußen hängt jetzt auch eine. Ich habe es durch ein Obergeschoss erweitert. Ich fand das Haus irgendwie so mickrig und dachte mir, komm, ein bisschen hübsche Sachen dazu bauen. Und außerdem haben wir ja gesagt, wir wollen das Dorf ein bisschen upgraden und die Häuser besser und hübscher machen. Und ich glaube, da spielt es eine große Rolle. Alle Emeralds habe ich ausgegeben für diesen hellblauen Terracotta. Das würde ganz schön teuer werden. Aber das Rathaus braucht theoretisch auch noch einen anderen Look dann. Euch wird auffallen, ich habe hier so einen kleinen Anbau gemacht, über den man ins Obergeschoss kommt. Den kann man von unten auch betreten. Der hat noch keinen Nutzen. Da stelle ich mir so ein kleines Lagerhäuschen vor. So ein ganz privates Lager von demjenigen, der hier wohnt. Lasst uns das schnell reinbauen. Kisten und Fässer im Gepäck. Ich stelle ein Fass hier auf. Dann laufen wir jetzt auch wieder Gefahr, hier einen Fischer drin zu haben. Aber von mir aus, so und so, Bergbank rein und das Lager ist eigentlich schon fertig. Komm, da legen wir mal noch Knöpfe. Da wurde irgendwie gearbeitet und liegen so Hobelspäne rum. Passt. Ich habe noch ein bisschen Wolle finden können. Das heißt, wir machen ins Obergeschoss. Jetzt auf alle Fälle auch noch einen Schlafplatz rein. Einfach platziert. Auch eine Kiste dazu. Kleinen Sitzplatz. Ich baue nochmal rum. Der Sitzplatz gehört ans Fenster. Und die Kiste neben das Bett. Haus Nummer 1. Fertig. Und damit düsen wir auch schon zu unserer zweiten Baustelle. Ich sehe gerade, hier scheint es bald mehr Dorfbewohner zu geben. Das ist gut. Mehr Dorfbewohner, mehr Steuern. Zahlst du auch Steuern? Ah, nope. Nope. Nee. Nee, Dschungelholz brauche ich tatsächlich nicht. Und ich habe außerdem auch keine Emeralds. Ich bin pleite. Das nächste Haus, das ich mit euch aufbauen möchte, ist das hier oben. Und zwar haben wir Post bekommen. Sieht so aus. Schauen wir gleich an. Das hier würde ich gerne mit euch bauen. Gar nicht so kaputt. Hat nur leichte Schäden. Das können wir gut reparieren. Vielleicht einen kleinen Turm dazu. Ich kann mir vorstellen, dass man das ein bisschen aufpeppen kann. Aber an sich, naja, ist das Gott sei Dank noch gut in Schuss. Jetzt würde ich aber doch gerne wissen, welche Post wir bekommen haben. Hallo? Post für GroKo vom Zauberer? Der Zauberer hat mir noch nie geschrieben. Okay, ich bin gespannt. Seid gegrüßt, Krokodile Andy. Kommt umgehend in den umgedrehten Turm. Ich habe wichtige Neuigkeiten, die keinen Aufschub dulden. Gezeichnet der Zauberer. Irgendwie... Hört sich das... Okay, wir sollten uns beeilen. Ich räume ein bisschen mein Inventar noch schnell aus, dass ich das ganze Zeug nicht mit mir rumschleppe. Waffen- und Rüstungszeug behalte ich. Hört sich nämlich irgendwie gefährlich an. Und dann brechen wir auch schon auf. Er ist natürlich jetzt mitten in der Nacht, wenn wir aufbrechen. Aber er hat gemeint, wir sollen uns beeilen. Beziehungsweise hat er gesagt, wir sollen umgehend in den Turm kommen. Weiß nicht, wie eilig das ist. Ich würde sagen, wir kämpfen uns durch die Nacht. Ich glaube, ich hätte Zeit sparen können, wenn ich über den Geheimgang rausgegangen wäre. Naja, so kommen wir wenigstens an der Farm eines Opas mal wieder vorbei. Oh, und da ist eine Menge Zombies, wie es ausschaut. Aber nichts, was wir nicht hinkriegen sollten. Oh, das ist aber eine riesige Menge. Ey, das ist fast schon wie ein Zombie-Überfall. Hey, Gott sei Dank haben wir mittlerweile eine Rüstung. Kommt denn wir alle her? Da wäre es vielleicht sogar gescheitert, ein Schwert zu nehmen. Weil ich kippe so gerne mit meiner Axt. Nein, theoretisch muss ich jeden Zombie nur zweimal hauen. Autsch. Okay, das wäre geschafft. Woher auch immer die wieder kamen, ey. So eine ganze Meute war das. Ah, da vorne geht es weiter. Ich schaue mal, dass ich mich hier möglichst nah am Barmine lang hangel. Und etwas abseits vom Weg. Viel zu essen habe ich auch nicht mehr. Aber wir sind angekommen. Am umgedrehten Turm. Wie immer, kleiner Parcours. Wer auch immer sich das ausgedacht hat. Hier habe ich jedes Mal Angst runterzufallen. Ist auch echt nicht ohne. Zauberer, da bin ich schon. Ich komme. Alles Gute kommt von oben, sagt man, ne? Seid gegrüßt, Crocodile Andy. Habt ihr das Böse besiegt? Ihr meint die Spinne? Ja klar. Habt ihr euch etwa Sorgen gemacht? Allerdings, der Gedanke an die Spinne ließ mich nicht in Ruhe. Und ich habe einige Nachforschungen gemacht. Und herausgefunden, dass die Spinne magischen Ursprung sein muss. Irgendjemand mit Magiekenntnissen muss sie beschworen haben. Das hört sich nicht gut an. Dann gibt es hier einen bösen Zauberer? Nein, das glaube ich nicht. Ich spüre nur die magische Präsenz von mir und der Hexe. Willst du etwas sagen? Die Hexe hat... Ich weiß es nicht. Ich wollte nur mein neues Wissen mitteilen. Passt aber auf, mit wem ihr euch einlasst. Und haltet die Augen offen. Äh, hab... Dank, großer Zauberer. Dankeschön. Sehr gerne. Gute Heimreise, Crocodile Andy. Ja, ich weiß noch nicht so recht, was ich mit dem Wissen anfange. Aber... Danke fürs... Danke für den... Danke für den Hinweis. Okay. Also das... Das ist seltsam. Er sagt, irgendwer hat die heraufbeschworen. Aber warum sollte die Hexe die Spinne heraufbeschwören? Das macht keinen Sinn. Also, dass er es war, macht noch weniger Sinn, weil... Warum würde er sich dann selber verraten, wenn ich da niemals draufgekommen wäre? Eigentlich bleibt nur die Hexe. Schauen wir, dass wir wieder sicher nach Hause kommen. Die Info hätte ich auch tagsüber reisen können. Zeigt, dass wir uns dem nächsten Bauwerk widmen. Wir haben leider keine Emeralds mehr, um das farbig zu machen. Aber ich glaube, hier ist gar nicht so viel Farbe nötig. Und ganz ehrlich, im Zweifel rüsten wir sie einfach zu einem späteren Zeitpunkt nach. Schaut euch diese wunderbare Perspektive auf den neuen Schießstand von hier unten an. Ist mega gut. Und habe ich da gerade einen Fuchs gesehen? War doch gerade ein Fuchs. Ich schwöre, da war gerade ein Fuchs. Naja, Schießstand ist soweit fertig. Grundform beibehalten, nur einen kleinen Anbau dazugesetzt hier. Und den Turm. Der Turm ist so... Ja, ich weiß gar nicht. Ein bisschen auch Verteidigung, würde ich sagen. Hat eine sehr, sehr gute Position hier oberhalb. Kann man über das ganze Dorf hinüberblicken. Und kann auch hier annahrende Feinde von dem aus beschießen. Also ich glaube, der Turm ist hier in einer sehr, sehr guten Position. Kommen wir zum letzten Gebäude des Tages. Und da haben wir es uns leicht gemacht. Wir düsen wieder runter und schauen, dass wir den Stall etwas aufpeppen. Diesen wunderbaren Pferdestall hier. Wieder mal bis in die Nacht Geburtsschritt. Der kleine Anbau steht. Dach ist hier geschlossen. Ich finde, kann man ebenfalls gelten lassen. Stall fertig. Und während ich baue, ist mir der Fuchs schon die ganze Zeit aufgefallen. Und schaut euch den mal genauer an. Er hat irgendwas im Maul. Meint er, der tauscht das, was er hat, gegen ein Brot ein? Dürfen Füchse Brot essen? 100% nicht. Ich habe nichts anderes. Doch, von dem Feld dort eine Kartoffel. Machen wir mal ganz kurz die Arbeit unseres Farmers hier. Und dann möchte ich doch schauen, ob der Fuchs mit mir tauscht. Ganz schön Angst vor mir. Aber irgendwas hat der im Mund. Wann läufst du denn? Wenn ich mir eine Leine hole und mit einer Leine wie so ein Lassofänger den Fuchs einfange, dann kann er ja nicht weg. Was soll ich tun? Habe ich hier irgendwo Leinen? Irgendwo habe ich doch sicher Leinen. Ja, eine ist noch da. Und hier sind noch jede Menge Emeralds drin. Gut, die schmeißen wir sicher gleich wieder raus. Wir brauchen nämlich neues Essen. Da müssen wir auf der Farm was besorgen, denke ich. So, dann schauen wir mal, ob Cowboy Kroko mit einem Lasso und Fuchs fangen kann. Kann nicht mal laufen, der Kroko. Ah, du wirst mir nicht recht geben. Ab ihn. Post. Fuchs? What? Was hat der... Was ist das? Post für Kroko von der Hexe? What? Du bringst... Ja, ich lasse dich wieder frei. Dankeschön. Du bringst Post von der Hexe? Kann die Hexe nicht einfach den Briefkatzen nutzen? So wie jeder normale Mensch auch? Nein, sie schickt einen Postfuchs. Fantastisch. Aber endcool. Okay. Wisst ihr was? Hexenpost kann warten bis morgen früh. Ich hau mich aufs Ohr und dann lesen wir Hexenpost. Nee, Kroko, du musst mir helfen. Rüste dich gut und bring was gegen Spinnen mit. Was hat die Hexe jetzt schon wieder angestellt? Und uns beeilen sollen wir auch schon. Wupsi. Vielleicht habe ich gerade gemütlich die Nacht durchgeschlafen. Okay, wir sollen was gegen Spinnen mitnehmen. Da haben wir den Kammerjäger. Definitiv. Bogen haben wir, Pfeile haben wir. Okay, so viele Emeralds sollte ich mit mir nicht mit mir rumschleppen. Wir wissen nicht, was da auf uns zukommt. Wir brauchen allerdings ein paar Emeralds, um uns neues Essen zu kaufen. Das heißt, ich düse zur Farm, kaufe mir Essen und ziehe weiter zur Hexe. Es gab hier auf der Farm einen Mitarbeiter, der hat Brote verkauft. Ich bin mir fast sicher. Ja. 49 Brote. Vielen herzlichen Dank für das gute Geschäft. Abgelevelt. Was hast du jetzt? Äpfel. Na, gerade nicht. Danke. Aber ich vermute, die Kuchen sind tatsächlich besser. Komm, wir probieren ein paar Kuchen aus. Danke. Jetzt aber wirklich. Ich muss los. Die Hexe ruft. Vielleicht freut sie sich auch, wenn ich einen Kuchen mitbringe. Bin gespannt, was die Hexe für ein Problem hat. Und ich soll was gegen Krabbeltiere. Ich sehe schon, sie hat wieder Spinnen im Keller. Aber wir wetten. Oh, knappe Geschichte. So, dann wollen wir mal schauen. Hexe, ich komme. Äh, Entschuldigung. Können wir vielleicht, können wir drüber reden? Da kommen die ganzen Spinnen. Dass ich den Spinnenkiller habe. Ey, wie viele sind das bitte? Ey, was macht sie da? Wieso hat sie so viele Spinnen vor der Haustür? Ey, was ist denn das? Und die sind, da sind auch schon so viele, dass sie von alleine drauf gehen, weil so viele rumwuseln. Und aggressiv ohne Ende. Boah, ey, die sind ja, die kommen ja von überall. Und warum sind, oh nein, es wird Nacht, deswegen werden die alle aggressiv. Oh, na. Können wir darüber sprechen? Hexe, was hast du angestellt? Oh nein. Oh, wir müssen, oh Gott, eine Giftspinne. Oh, super. Ich hätte mein Gegengift mitnehmen müssen. Oh Gott, ich flüchte. Das hat ja gar keinen Sinn so. Okay, ich glaube, ich habe sie abgehängt. Da ist noch eine. Woher kommen die alle? Okay, ich muss es irgendwie schaffen, zur Hexe reinzurennen. Wenn ich die Spinnen erstmal rauslocke und ablenke und dann zur Hexe. Ich muss wissen, was los ist. Ich muss wissen, was los ist. Beeinzelne sind die Spinnen ja noch auszuschalten, aber in so einer Masse. Okay, wir rennen. Wir rennen. Wir machen das im Laufen. Einmal heilen und dann rennen wir rein. Oh, die sind auch überall Spinnenechse. Lasst mir meinen Frieden, Hexe, Hexe. Hexe, was hast du angestellt? Warum sind hier so viele Spinnen? Das ist ja brutal. Nimm den Kopf und verbrenn ihn. Ich will nichts damit zu tun haben. Schnell und halte mir diese Krabbeltiere vom Hals. Willst du mir vielleicht erklären, was hier los ist? Sobald diese Dinger weg sind. Sobald diese Dinger hier weg sind. Hast du gesehen, wie viele das waren? Okay, na gut. Ich hau sie um. Ob ich das schaffe? Ich habe eine Idee. Wir können schon mal hier. Die Ersten schon mal hier. Damit wir überhaupt rauskommen ins Gefecht. Das funktioniert nicht gescheit. Wir müssen es so machen. Wir müssen hier einfach raus. Wir müssen hier raus. Oh, und erst mal flüchten. Wir haben schon wieder Gift-Effekt. Oh, das endet nicht gut. Das endet nicht gut. Flüchten, flüchten, flüchten. Hoffentlich werden wir nicht von irgendwas anderem überrascht und überrannt. Den Kopf sollen wir verbrennen. Das hätte ich hier vorher sagen können. Wenn der Zauberer schon sagt, verbrennen das Ding. Dann hätten wir diese Mistplage hier nicht. Ei, ei, ei. An Schnüren wird es uns dann nie wieder mangeln. Und an Augen auch nicht. Hier. Zack. Gut, dass wir dieses Schwert haben. Auch wenn das nicht mehr lange lebt. Wenn ihr weiter so... Oh, Gott sei Dank. Diese kleinen Gift-Dinger-Nerven. Unglaublich. Ich glaube, wir stehen gut da. Stück für Stück metzeln wir uns hier durch die Spinnen durch. Ich glaube, Spinnen sind somit die dümmsten Mobs. Kommt und holt mich. Die sind wirklich so ziemlich die dümmten... Warum? Ich wüsste nicht, was ich ohne das Schwert des Zauberers gemacht hätte. Kamen sie von oben. Mensch, habe ich mich erschrocken. Da sind noch ganz viele. Ist da irgendwo eine Giftspinne, die ich gleich ausschalten muss? Uh, Reflexe. Da können sich Spider-Man noch was abschauen bei mir. Die Sonne geht auf und wir haben die Plage noch nicht ganz beseitigt. Aber die Sonne könnte uns ein bisschen helfen. Dann sehen wir die Spinnen hier in den Ecken besser. Das Lava! Ich weiß genau, was ich in dieses Lava gleich reinschmeißen werde. Den Kopf der Spinnenkönigin. Ein für alle Mal muss er verschwinden. So muss sich Frodo gefühlt haben. Müssen wir aufpassen, dass die Hexe nicht als Gollum-Vergleide gleich herkommt und mich doch noch umschmeißt. Ab ins Feuer mit dir! Gott sei Dank. Der Spuk sollte hoffentlich bald vorbei sein. Sie werden schon immer weniger Spinnen. Oh, sag bloß, sie sind wieder in den Keller von der Hexe rein. Da waren die schon mal. Da hatten sie schon mal eine Spinnenplage drin. Natürlich. Natürlich ist hier eine Spinnenplage wieder. Überall sitzen diese Bieste in jeder Ecke. Ja, wir haben die Aufgabe erfüllt. Der Kammerjäger. Ich glaube, wir haben die letzte Spinne erwischt. Dann nichts wie zurück zur Hexe. Jetzt bin ich ja gespannt, was ihre Antwort auf dieses Massaker hier war. Wir werden die gute Hexe aber nicht nur fragen, woher diese ganzen Spinnen kamen, sondern wir konfrontieren sie mit dem, was der Mario gesagt hat. Aber auf eine ganz tricky Art und Weise. Wir haben keine Ahnung davon, ob sie es war oder nicht. Wir unterstellen ihr jetzt einfach mal, dass sie die Spinnenkönigin bei uns beschworen hat und schauen, wie sie darauf reagiert. Wir pokern ein bisschen. Hexe! Ich sag's dir, das war eine Schlacht, aber alle Spinnen sind beseitigt und der Kopf ist verbrannt. Ja, gut. Willst du mir vielleicht jetzt auch erklären, warum du die Spinnenkönigin bei mir beschworen hast? Äh, du, du, du weißt das? Ja, natürlich weiß ich das. Unterschätze mich nicht. Und jetzt raus mit der Sprache. Wegen meiner Spinnenphobie. Du hast eine Spinnenphobie? Eine Hexe mit Spinnenphob... Lach nicht! Nein, 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 ich... Nein, ich lach nicht. Das ist schrecklich. Aber noch lange kein Grund, mir eine Spinnenkönigin auf den Hals zu jagen. Na schon, mit ihrem Kopf kann ich Spinnen kontrollieren. Und ich dachte, wenn einer dieses Ding erlegen kann, dann du. Aber irgendwas ist schiefgegangen und ich hab mit dem Kopf alle Spinnen angezogen. Ja, hier ist gewaltig was schiefgelaufen. Aber nichts, was ein Gefallen von dir nicht wieder ausbügeln könnte. Aha, du nutzt also meine Schwäche aus. Das ist aber... Ich hab dir jetzt doppelt geholfen. Ich nutze dich ganz sicher nicht aus. Alles, was ich einfordere, ist eine anständige Belohnung. Hm, na gut, wie kann ich dir helfen? Wie du mir helfen kannst? Ja, das lass ich dich zu gegebener Zeit wissen. Bevor wir raufgehen zum Verwalter, ein schneller Blick auf die Karte. Bereits 15 Gebäude fertiggestellt. Immer noch 18 Einwohner. Völlig in Ordnung. Walter, ich komme. Crocodile Andi. Damit wieder mehr fahrende Händler zu uns ins Dorf kommen, brauchen wir dringend wieder ein Gasthaus. Kümmern euch darum und rennt nicht immer so viel in der Weltgeschichte herum. Ich renne doch nicht viel in der Weltgeschichte rum. Ich beobachte euch. Ja, woher muss ich die Materialien bekommen? Außerdem war viel los. Ja, ja. Mach dich an die Arbeit. Mach ich. Aber zuallererst, halt, gehe ich unten. Die Steuern einträumen. Das macht mir nämlich auch Spaß. Und ich hatte schon wieder was im Inventar. Und ich weiß nicht wie viel. Immer das Gleiche mit mir. Wisst ihr was? Machen wir es einfach so. Die anderen 64 kommen bei ihm oben rein. Vielleicht freut er sich dann. Finanzgeschichte wäre erledigt. Wir nehmen die Kohle auch gleich mit. Und wir schauen, dass wir die Aufgabe des Gasthaus erledigen. Und Gasthaus ist hier drüben. Das ist der Platz für das Gasthaus. Ich zeige es euch. Vom Marktplatz aus kommen wir hier die Treppe rauf und sind direkt am Gasthaus. Wir hatten hier so schöne Außenbereiche. Und auch hier außenrum konnte man schön sitzen. War ein richtig schöner Ort, auch mit dem Überhang hier. Leider war das Gasthaus komplett aus Holz. Aus dem Grund ist nicht viel übrig geblieben. Aber ich kann euch so viel versprechen. Ich habe schon die ganze Zeit eine neue Vision vom Gasthaus im Kopf. Das wird wirklich cool. Und es wird auch eine Nummer größer, glaube ich. Ich mache es einen Hauch breiter. Und definitiv ein gutes Stück länger. Ich habe da eine Idee. Zuallererst gilt es aber, das Problem der Materialien zu lösen. Und das ist in letzter Zeit sehr tricky geworden. Wir haben nicht mehr viel Holz. Genau genommen fast gar nichts mehr. Wir müssen unbedingt Holz kaufen gehen. Und Steine haben wir noch. Aber brauchen eigentlich farbigen Terrakotta. Wir können uns aber überlegen, ob wir das Gasthaus auch in weiß aus Schnee bauen. Um einfach ein bisschen Emeralds zu sparen. Mal schauen. Jetzt hat erster Halt Holzfäller. Dafür düsen wir hier schön Richtung Ostdorf aus der Stadt hinaus. Immer wieder schön, wenn man hier aus den Bergen hier unten hinunter kommt. Und dann läuft man so direkt auf das Dorf zu. Es kommt aus dem Nebel hervor. Schöne Sache. Und die Holzfäller sind ja bekanntlich hier um die Ecke. Also gar nicht weit. Und da sind wir auch schon. Werte Holzfäller. Ich bin mal wieder da, um mein Geld bei euch zu lassen. Ja, wenn ihr wegläuft, dann nehme ich halt ihn hier. So. Was kriege ich denn für 20 Emeralds? Nicht genug. Drei Stacks Holz. Ja, mehr kann ich mir aktuell tatsächlich nicht leisten. Ich muss ein bisschen beim Geld haushalten. Ihr glaubt gar nicht, wie teuer Terrakotta ist. Ohne Witz. Nur weil das hier in der Gegend nicht zu finden ist. Das haben wir gut getimed. Es wird Nacht und wir kehren nach Hause zurück. Eine Sache, die ich vielleicht längst schon mal machen müsste. Das Dorf ist sehr teuer. Die Steuereinnahmen noch nicht so hoch. Wir haben recht viele Abgaben. Ich glaube, wir müssen ein paar Bäume selbst wieder anpflanzen. Irgendwo müssen wir Geld sparen. Und Setzlinge haben wir Gott sei Dank noch. Bevor ich mich also ins Bett haue, werde ich diese 16 Bäume irgendwo hier anpflanzen. Bisschen außerhalb. Hier bei der Fischerhütte in der Nähe ist, glaube ich, nicht verkehrt Platz machen. Und dann mache ich sie einfach mit ein bisschen Abstand. 16 Bäume wachsen hier. Für hoffentlich wieder ein, zwei Stacks Holz. Jetzt aber ab ins Bettchen. Und so ein schönes Haus haben wir beim letzten Mal gebaut. Terrakotta hat echt was. Hast du keinen Schlafplatz? Ja, Kroko. Es müssen mehr Häuser repariert werden. Ich bin dran. Wirklich. Versprochen. Heute mache ich das Gasthaus. Dann kannst du vorübergehenden Gasthaus pennen. Ah, das hört sich gut an. Ipp, ipp, ipp. Lass mich nur mal eben aufs Ohr hauen und morgen mit voller Energie durchstarten. Sie wurden Zeuge, wie ein Golem seine Arbeit machte. Hervorragend. Und damit einen neuen guten... Ihr wisst bestimmt. Guten Morgen und so. Das wird unsere Baustelle werden. Es ist mir nur eine Sache vorher eingefallen, was wir leider schon etwas haben schleifen lassen. Ich bin einfach ein begeisterter Dorfbauer. Oder das wissen die Villager hier sehr zu schätzen. Wir haben aber einen geheimen Auftrag. Und ich vermute, dass wir schon Nachricht vom König haben. Wir haben das so lange schleifen lassen und ich habe schon lange nicht mehr in das Geheimversteck geschaut. Ich habe ein bisschen Schiss. Ein Säckchen und Post für GroKo vom Boten des Königs. Ich habe es euch gesagt. Aber es war auch immer was. Ich war wirklich... Also wir hatten jetzt echt Probleme mit diesem blöben Spinnenzeug. Da schuldet uns die Hexe ja Gott sei Dank noch einen Gefallen, ey. Ist auch das Mindeste. Aber dein König hat es halt nur so mäßig zufriedengestellt, vermute ich mal. Naja, jetzt lesen wir mal, was geschrieben wird. Seid ihr grüßt, Crocodile Andi. Die Spioner des Königs haben die Spur von Räuberhaupt Bambasti gefunden und aufgenommen. Ihr solltet euch mit der Fertigstellung des Docks beeilen. Der König wird schon bald ein Schiff benötigen. Um den Bau zu beschleunigen, bekommt ihr etwas finanzielle Unterstützung vom König persönlich. Viel Erfolg, der Bote. Sie haben die Spur von Räuberhaupt Bambasti aufgenommen? Ey, das sind wirklich gute Neuigkeiten, die uns aber natürlich unter Zeitdruck bringen. Und schaut mal. Der König scheint uns wohl nicht böse zu sein. Und ganz im Gegenteil, er gibt uns auch noch 32 Emeralds. Ich glaube, da weiß jemand, was er an uns hat. Auch wenn ich trotzdem ein paar Emeralds sparen würde an der Taverne oder am Gasthaus. Und die wirklich aus weißem Schnee bauen würde. Ich glaube, das passt auch gut. Mein Plan wäre jetzt, hier noch zu arbeiten, bis die Sonne untergeht. Und dann schleichen wir uns raus. Wenn keiner aufpasst, schleichen wir uns raus und machen die Nacht durch, um den Dock des Königs zu bauen. Die zweite Arbeit, die heute definitiv ansteht. Eine Sache, die ich auf alle Fälle bis zum Sonnenuntergang schaffen kann, ist, eine grobe Dimension von dem Gebäude hier festzulegen. Das Prinzip ist eigentlich ganz einfach. Wir haben hier ein großes Haus in der Mitte und dann rechts und links ein paar kleinere Bereiche, wo dann vielleicht noch Gästezimmer untergebracht werden können. Hier mit einem kleinen Überstand vielleicht müssen wir das Ganze noch ein Stückchen größer machen und ein Stückchen schieben, habe ich mir gerade so gedacht. Da wir ein paar Möglichkeiten hier noch haben. Wir können hier noch in einem... Ja, es ist schöner so eigentlich. Jetzt aber nichts wie los. Wir müssen unseren Dock bauen. Dafür gehen wir natürlich jetzt halt ganz entspannt in unser Haus. So wie man das halt tut. Unterwegs beseitigen wir noch Probleme. Und dann gehen wir da hinauf, so wie man das halt macht, so zu seinem Haus, ganz gemütlich. Und dann verschwinden wir schnell doch den Geheimgang hinten raus. Ich glaube nicht, dass uns der Verwalter gesehen hat. Jetzt den Weg gerade runter, dass wir nicht irgendwo im Schnee versinken. Das ist nämlich hier sehr gefährlich. Dann müssen wir hier links hinter. Das wird unser Problem nachts werden. Es werden immer Monster da sein. Wir sollten uns nicht aufhalten, sondern wir sollten weiter. Schauen wir von hier schon rüber in die Bucht, ich glaube. Wenn ich eine gute Orientierung habe, müsste hier links die Bucht liegen, in der wir den Dock bauen sollen. Ja, perfekt. Man erkennt ihn an der Lava, die wir beseitigen müssen. Kein Eimer dabei. Mist. Boris, da bin ich wieder. Heute beginnt der Bau vom Dock. Ah, fantastisch. Ich warte hier schon sehr lange. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Sehr gut, ich hatte hier schon Materialien zurückgelegt. Holz werden wir brauchen, Stein vielleicht auch. Aber zuallererst müssen wir das hier loswerden. Das sollte das Problem beheben. Ey, ich muss mich echt konzentrieren. Ich vergesse richtig die Zeit beim Bauen. Aber ich habe Ideen und Pläne. Äh, ich muss zurück, ich muss zurück. Das ist ja echt stressig. Wir müssen echt eine Methode finden, wie wir hier länger bleiben können. Ohne, dass es zu auffällig ist. Jetzt schnell zurück ins Dorf. Oh, weia, oh, weia. Es ist schon ganz schön hell und ich bin noch nicht beim Geheimgang. Aber ich, ich sause. So nicht daneben treten, das könnte sehr eisig werden. Da sind wir auch schon und rein da. Ich würde sagen, wir haben einfach lange geschlafen. Deswegen fangen wir ein bisschen später an. Oh, weil ich immer noch müde bin. Vielleicht schaffen wir die Taverne sogar heute an einem Tag fertig. Ich glaube es nicht, aber wir probieren es. Aus dem Grund nicht lange drauf losreden. Ja, 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 ja. Das Gasthaus wird etwas Besonderes. Und das schaut weird aus hier. Aber das, ja, vielleicht mache ich das Fenster wieder raus. Aber an sich gefällt es mir, wie es wird. Dauert aber noch, bis es wirklich cool ausschaut. Vielleicht muss ich hier doch noch einen Block nach außen gehen. Wir haben ein Problem. Wir haben kein Holz. Holz ist wirklich ein Problem. Wir können jetzt dann was fällen. Wir können aber auch taktisch vorgehen. Ich bin es ein bisschen leid, immer in der Nacht den Dock bauen zu müssen. Wenn ich jetzt Holz besorgen gehe, habe ich die Ausrede, dass ich Holz kaufen war. Und kann dann tagsüber und die nächste Nacht vielleicht am Dock bauen. Dann schaffe ich da einen großen Teil und kann dann in einem Sitz die Taverne fertig bauen. Das wäre mir lieber, als die ganze Zeit hin und her zu rennen. Wenn ihr nicht ganz verstanden habt, was ich euch sagen wollte, spielt keine Rolle. Ich versuche nur irgendwie, diesen Walter nicht auf mich aufmerksam zu machen. Deswegen. Ich habe gerade Angst vor diesem Enderman. Wieso legt sich der Enderman mit einem Eisengolem an? Das habe ich ja noch nie gesehen. Finde ich sympathisch. Okay. Ich düse zu den Holzfällern und dann direkt zum Dock. Und da bauen wir einfach jetzt die Nacht, den Tag und die nächste Nacht durch. Das muss klappen. Und als Ausrede, ja, ich war bei den Holzfällern, bla bla bla. Das sieht doch schon mal gar nicht schlecht aus. Er ist nur noch nicht zu 100% fertig, weil ich nicht an Eisen gedacht habe. Ich würde ehrlich gesagt gerne Laternen aufstellen und natürlich den Kran mit einer Kette beenden. Aber da muss ich jetzt erstmal Eisen besorgen. Deswegen gehen wir zurück ins Dorf und kommen nachher nochmal, um die letzten Kleinigkeiten hinzubauen. Keine Ahnung, ob unser Verschwinden bemerkt wurde. Aber wir schleichen uns jetzt hier hinten rum in unser Häuschen rein, schlafen und tun dann so, als wäre es gewesen. Bevor wir uns jetzt um unser Gasthaus kümmern, dass das endlich auch fertig ist. Wir sind schon sehr, sehr weit, denke ich, aber noch nicht ganz durch. Ähm, werde ich jetzt hier beim Minenarbeiter ein wenig Eisen kaufen. Spiel habe ich da nicht bekommen. Nachdem wir jetzt nur noch einen Emerald haben, werde ich nachher mal zum Verwalter schauen und ihn fragen, ob er noch ein paar Emeralds erübrigen kann. Schließlich gehen immer 50% in seine Tasche. Die Nacht bricht herein und das Gasthaus steht. Ich bin sehr begeistert. Lasst es mich euch zeigen. Nicht nur ist die Form von außen irgendwie recht ansehnlich. Ich finde es doch noch recht gut gelungen, auch hier mit dem kleinen Balkon, Terrasse hier unten drunter, wo natürlich auch noch ein Sitzplatz angebracht ist, was halt einfach auch mega Aussicht mit sich bringt hier. Dann ist der Anbau hier genial. Wieder so eine kleine Überdachung, ganz hübsch, mit ganz vielen Sitzgelegenheiten. Und was ja oft bei so Häusern ein Problem ist, ist der Innenraum, dass der plötzlich viel zu klein ist. Das war hier überhaupt nicht der Fall. Wir haben Unmengen Zeug reingebracht. Hier einfach drei Tische, eine kleine Küche. Schauenstein natürlich auch, ne, zum Kochen. Hier drei Zimmer, ein Zimmer, schläft auch schon jemand. Zweites Zimmer, drittes Zimmer. Und es kommt noch besser. Im Obergeschoss sind nochmal zwei Zimmer untergebracht, eine Abstellkammer und jetzt kommt das Beste. Ein geheimer Raum. Da können wir Schätze etc. reinpacken. Zack, sieht man von außen nicht, muss man wissen. Ein weiterer Morgen bricht an und wir düsen zum Verwalter. Ich gerade sehe, hey, wir haben fünf neue Dorfbewohner dazu bekommen. Ich glaube, unsere Arbeit macht sich bezahlt hier. Definitiv. Walter, Kroko ist's wieder. Ich habe die Taverne fertig. Aber ein Problem, die Emeralds gehen mir aus. Meinst du, du hast noch welche für mich? Nicht mein Problem, wenn ihr nicht wirtschaften könnt. Ich kann wirtschaften. Ich muss nur jede Menge bauen. Und im Übrigen, wohin gehen denn die 50 Prozent, die du einsteckst? Das geht dich gar nichts an. Kümmer dich um dein eigenes Problem. Deswegen bin ich ja hier. Ohne Baumaterialien komme ich nicht vorwärts. Wenn es dir hilft, ich habe von einem Händler gehört, der in der Nähe des Steinbruchs sein Lager aufgeschlagen hat. Bei ihm kannst du Waren günstig kaufen und im Ostdorf mit Profit verkaufen. Aber eile dich. Ich will nicht, dass du schon wieder ständig nicht im Dorf bist. Das ist doch mal ein Tipp, wo ich Danke sage. Danke für weiter. Ich habe nur keine Emeralds, um irgendwelche Waren zu kaufen. Ähm, ah ja, wir können wieder Steuern abheben. Es sind schon wieder ein paar Tage rum. Oh, jede Menge sogar. Oh, das ist gut. Man darf jetzt nicht vergessen, wir bekommen jeden Tag 23 Emeralds. Das ist schon nicht verkehrt. Jetzt düsen wir aber in die Nähe vom Steinbruch. Und das spielt mir natürlich komplett in die Hände. Wir machen natürlich dann unseren Dock fertig. Aber erst schauen wir uns diesen Händler an. Der beste Weg von hier zum Steinbruch geht über die Farm. Hier hinten raus, über die Farm, bei der Kehre vorbei und schon sind wir beim Steinbruch. Sag mal, Kollege, hast du einen Händler in der Nähe gesehen? Ja, ja. Einfach noch ein Stückchen weiter nach Süden. Danke. Weiter nach Süden, da kommt die Border. Oh, da, da, da ist doch was. Tatsächlich. Da scheinen sich zwei Händler niedergelassen zu haben. Oh, mit Lamas. Ich grüße euch, ich grüße euch. Seid mir gegrüßt, Fremder. Seid ihr hier, um Geschäfte zu machen? Genau, genau deswegen bin ich hier. Schaut euch einfach unsere Angebote an. Vielleicht ist ja etwas für euch dabei. Äh, ja, machen wir unbedingt. Okay, ich kann hier goldene Rüben verkaufen und glitzernde Melonen verkaufen. Und bei dir kann ich Melonen einkaufen. Wenn ich jetzt, oh, ich will nicht. Ich, wir geben mal. So. Wir testen das erstmal. Wir kaufen die Menge Melonen und gehen damit ins Ostdorf und schauen, ob wir die da an Mann bringen können. Das war zumindest der Tipp des Verwalters. Er scheint ja finanziell schon irgendwo was am Kasten zu haben, wenn das funktioniert. Also, ich weiß jetzt, warum man damit Emeralds verdienen kann. Ey, der Weg ist ja unendlich weit. Naja, ich habe auf alle Fälle meine Melonen dabei. Schaue ich, ob ich sie hier verkaufen kann. Und in der Früh gibt es doch nichts Besseres, als erstmal direkt auf den Markt zu schauen. Hier hat sich, glaube ich, nichts verändert. Das letzte, was wir gebaut hatten, war das Rathaus hier. Guten Tag. Ich kann tatsächlich Melonen verkaufen. Okay. 57 hatten wir, glaube ich. Wir haben auf alle Fälle schon mal Gewinn gemacht. Wenn du jetzt auch noch. Ja. Ey, gut. Und jetzt können wir natürlich goldene Rüben und blitzende Melonen kaufen und dann bei den Händlern verkaufen. Allerdings möchte ich den Dock fertigstellen und wir haben wieder ein paar Emeralds. Das heißt, ich zische lieber hinten aus dem Dorf raus und schaue, dass ich hinüberkomme. Wobei an der Goldmine zu meinem Dock. Jetzt nichts hier runter. Ein paar Ketten herstellen. Laternen aufstellen. So, die letzten Elemente hier hin. Dann die Fackeln mit Laternen tauschen. Hier auch noch eine Laterne hinhängen. Innen rein natürlich auch noch. Und damit wäre die erste geheime Aufgabe des Königs geschafft. Wir düsen direkt ins Rathaus und holen uns neue Aufgaben vom Walter, dem Verwalter, ab. Ein kurzer Blick auf die Karte. 16 Häuser haben wir schon. Das ist gut. Das haben wir am letzten Mal ver... Wäre ich da was? Mein Mist, das ist nicht Gungeluk. Was ist da los? Schau mir jetzt die Himmelhals an. Ja, natürlich. Du weißt, wie das läuft. Also halte dich dran. Ja, ja werde ich. An deiner Stelle würde ich mich beeilen. Wer sind denn die? Wir sehen uns ganz klein nieder. Sie kommen. Ich verstecke mich hier schnell. Ich hoffe, sie haben mich nicht gesehen. Ich glaube, sie gehen aus. Okay, ich werde mal beim Verwalter fragen, wer das war. Ey, Walter. Ey, wer waren denn die Schreckgestalten? Ich glaube nicht, dass dich das was angeht. Okay, ist ja schon gut. Ich wollte ja nur... Ja, ja, du willst immer nur. Genauso wie der König. Der braucht auch plötzlich mehr Steuern. Und wer muss ausbaden? Ich. Ab sofort bitte 80% des Geldes in meine Kiste. 80%? Äh, okay. Und womit baue ich das Dorf wieder auf? Gut, dass du mich erinnerst. Das Dorf soll ein Wachturm bekommen und mindestens ein leuteres Haus. Ja, klar. Und ich zauber in der Zwischenzeit Rohstoffe her, mit denen ich baue. Noch mehr Abgaben? Das gibt's doch nicht. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich hätte mich aufs Steuern abheben ein bisschen gefreut. Äh, ich muss nur mal ganz kurz die hier rausschmeißen. Die nehme ich gleich wieder an mich. Aber jetzt müssen wir 80% abgeben. Das kann ja nicht mal ausrechnen, so viel ist das. 10% von 46 wären 4,6. 20% darf ich behalten, sprich 9,2. Ey, das ist ja nichts. Und 37 gehen an den König. Warum musste der unbedingt die Steuern erheben? Ja, natürlich ist das wieder leer. 37 Stück. Gut, dass wir beim letzten Mal noch etwas gehandelt haben. Deswegen haben wir noch ein paar Emeralds. Checken wir mal das Lager, weil immer wieder tauchen dann doch mal noch mal ein paar Emeralds irgendwo auf, die wir vergessen haben. Aber es scheint wohl nicht so zu sein. Aus dem Grund, ähm, hatte ich ja beim letzten Mal schon Bäume angepflanzt, damit wir uns ein paar Rohstoffe selbst anschaffen können. Das wäre so auch die erste Tat meines Tages. Das Einsammeln von Holz. Wie kann es sein, dass Holzwellen so viel Zeit kostet? Schon wieder Nacht. So schnell geht's. Und wir haben eineinhalb Stacks. Ist in Ordnung. Guten Morgen. Ich bin bei mir daheim aufgewacht und wollte einmal doch meine Kisten durchwühlen. Richtig. Da waren nämlich noch ein paar Emeralds in meiner Ausrüstung dabei. Da habe ich nur Grouche und auch noch ein Stack. Schade. Ich glaube, ich hätte mich daran gewöhnen können, dass in jeder Kiste... Warum war da ein Stack Emeralds drinnen? Wann habe ich den da reingepackt? Ich meine, nehme ich gerne. Nämlich gerne. Jetzt haben wir echt gar nicht wenige Emeralds. Und ein paar nette Äpfel zum Essen. Mein Plan heute ist es, schnell ein paar Rohstoffe aus dem Lager zu holen und einen Wachtturm zu bauen. Wo wir den Wachtturm hinbauen, zeige ich euch gleich. Zuallererst ein paar Rohstoffe. Voll bepackt bis oben hin mit Holz und Stein etc. Düsen wir ganz nach oben. Ja, vorbei am Rathaus. Denn hier direkt neben der Eingangsbrücke wäre eigentlich der perfekte Ort für einen Wachtturm. Wenn wir den taktisch gut positionieren, hier so ein bisschen, dann kann der auch noch übers Dorf hinabblicken und sieht Feinde. Relativ schnell. Wer sich erinnert, der weiß, am Ostausgang befindet sich ebenfalls noch so ein kleiner Wachtturm. Schauen wir mal, was wir hier hingezimmert bekommen. Da steht er. Der gute Wachtturm steht und ist fertig. Ein paar Holzelemente zur Deko mit eingebaut. Ansonsten schön stabil aus Stein. Stein wacht hier über den Eingang. Aber lasst mich mal raufgehen. Von hier oben kann man wirklich in alle Ecken schauen und hat einen sehr, sehr guten Überblick. Natürlich auch den Blick hier zur Farmstraße. Die Sonne geht schon langsam wieder unter. Wir haben noch schnell Zeit für eine Sache. Und zwar checken wir unser Geheimversteck. Denn beim letzten Mal haben wir für den König den Dock fertig gebaut. Den Hafen für das zukünftige Schiff. Und jetzt ist die Frage, haben wir schon einen Auftrag, ein Schiff zu bauen? Wir haben Post. Fantastisch. Bevor ich die allerdings durchlese, werde ich mich heute etwas früher ins Bett legen. Denn ich möchte zur Mitternacht hin aufstehen. Das hat den einfachen Hintergrund, dass ich sehr gerne einmal bei Walter lauschen würde und schauen möchte, ob irgendwas im Gange ist, was vielleicht nicht ganz so sein sollte, wie es ist. Deswegen flink ins Bett und um die Mitternachtsstunde wieder aufwachen. Gute Nacht. Es ist Mitternacht. Das Dorf sollte schlafen. Olims sind natürlich Tag und Nacht wach. Aber ansonsten niemand mehr unterwegs. Ich schleiche mich extra hier oben rum, um von hinten ans Rathaus ranzukommen. Türen sind offen. Es brennt noch Licht. Dann mal nicht, zieh rein und schauen, woher er sich befindet. Das reicht nicht. Das reicht nicht. Ich höre ihn noch. Es reicht einfach nicht. Er schläft nicht. Es reicht nicht. Okay, und was reicht nicht? Wir schauen mal zum Fenster rein. Am besten dafür einmal außenrum. Da oben müssten wir den Verwalter sehen. Er ist echt nicht schlafen gegangen. Irgendwas scheint ihn umzutreiben. Ich hatte ja irgendwie gehofft, er stellt irgendwas an. Aber anscheinend treibt ihn nur irgendwas um. Okay, ich hau mich wieder aufs Ohr. Ich hab noch eine Nachricht vom König, die ich morgen lesen muss und dann noch einiges zu bauen. Ich sollte zu Kräften kommen. Seid gegrüßt, Crocodile-Landie. Die Steinmetze, die der König euch sandte, berichten, dass ihr sehr wenig bei ihnen einkauft. Der König wundert sich, denn Geld müsste genug da sein. Schließlich verzichtet er komplett auf seinen eigenen Anteil. Lediglich für dich und den Verwalter gehen jeweils 10% vom Dorfgewinn weg. Bitte wirtschaftet etwas besser mit den Ressourcen und baut die Gebäude mit den neuen Steinen. Mit königlichen Grüßen, der Bote. Du willst mich wohl auf den Arm nehmen. Hab ich das richtig gehört? Ich schau nochmal rein. Aber hier steht's. Jeweils 10% an den Verwalter. Hier 10% und an mich 10%. Und 80% ans Dorf. Und nicht 50-50%. Geschweige denn irgendwas, was der Verwalter sich jetzt ausgedacht hat mit 80% Steuern. Hä? Da geh ich rüber. Ey. Dem werd ich... Also das ist ja wohl... Warte. 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 Wenn ich eins gelernt habe und weiß, in einem hitzigen Gemütszustand solche Dinge besser nicht besprechen. Wisst ihr was? Ich baue ein Haus hier oben. Ich repariere ein Haus hier direkt. Ich glaube, das sollten wir sowieso schon längst repariert haben. Und dann stellen wir den Verwalter zur Rede. Das kann ja nicht wahr sein. Will der mich eigentlich auf den Arm nehmen? Okay. Ich komme runter. Ich habe meine Emeralds gerade hier drin gelassen. Aber das tun wir nicht. Wir nehmen sie mit. Denn wir kaufen gleich mal neue Steine. Obwohl ich das Silo ehrlich gesagt nicht aus den neuen Steinen bauen wollte. Naja, machen wir jetzt doch. Getreidesilo. Suchen wir seine passende Farbe aus. So ein Gelb oder ein Orange fände ich cool. Ja, 48 müssen erstmal reichen. Ich habe noch. Ich kaufe nach, wenn ich mehr brauche. Dieser Verwalter, ey. Ich kriege es nicht mehr. Nein, ich komme jetzt erst runter. Und dann klären wir das mit dem Handlung ab. Und da steht das Silo schön in Gelb. Ein bisschen größer als vorher. Drinnen etwas mehr Platz. Und sogar eine zweite Ebene eingezogen mit noch mehr Stauraum. Dass wir hier auch wirklich Nahrung lagern können. Meine Wut hat sich etwas gelegt. Aber ich werde trotz aller Lehm jetzt den Verwalter zur Rede stellen. Schönt ihr das? Was war das? Seit wann werden hier mitten im Dorf Häuser gesprengt? Ach du Schande. Rohstoffe gesichert. Umgekommen ist auch niemand. Ey, dich hat es fast erwischt. Ja, Sabrelot. Was ist denn da los? Wir müssen unbedingt mit dem Verwalter reden. Ja. Ich bin eher auf dem Weg zum Verwalter. Ey, das kann ja nicht wahr sein. So, noch schnell einen Zwischenstopp. Aber mein Inventar ist viel zu voll. Und dann sind wir auch schon oben beim Verwalter. Einfach ein Haus gesprengt, ey. Wir kommen nochmal. Wenn es da nicht reicht. Weißt du, was hier blüht? Warte nicht. Ich schaffe das nicht. Du hast keine Wahl. So, so. Geldeintreiber also. So, was ist denn bitte hier los? Halt dich da raus. Das werde ich, wenn ihr euch aus meinem Dorf verzieht. So wie ich das sehe, gehört das Dorf dem Verwalterchen hier. Und der scheuert uns doch was. Also nimm mal daran an. Und halt dich da raus. Geldeintreiber und erzähl mir nichts. Ich weiß genau, dass du das Geld für dich behältst. Der König will gar nichts von den Steuern. Frag gar nicht. Frag gar nicht her, woher ich es weiß. Erzähl mir lieber alles und keinen Schmarrn mehr jetzt. Ich hab, ich hab Mist gebaut. Ja, das, das hab ich mitbekommen. Erzähl die ganze Geschichte. Naja, ursprünglich sollte ich das Bergdorf zu neuem Glanz bringen. Aber der König bekam mit, wie toll du dich um die Farben deines Opas gekümmert hattest. Und gab den Auftrag dir. Auf die Schnelle fand ich keinen neuen Job, um meine Familie zu ernähren. Und geriet so in falsche Kreise. Es ging schneller bergab, als mir lieb war. Schulden ohne Gmiet. Du weißt schon. Als der König euch zum Aufbau der Mine schickte, bekam ich den Job wieder. Allerdings muss ich einen riesen Berg Schulden begleichen. Die Sprengung hier war nur eine Warnung. Und angeblich nur der Anfang. Okay, jetzt verstehe ich auch, warum ihr mich nicht leiden könnt. Ihr dachtet, ich nehme euch wieder den Job weg. Ja, außerdem sehe ich in euch immer noch denjenigen, der mein Leben ruiniert hat. Aber ich... Ja, ja, ja. Ich weiß ja selbst, dass das nicht richtig ist. Okay, okay. Genug gejammert. Hör zu. Folgender Deal. Wir gehen die Sache jetzt gemeinsam an. Wie viel schuldest du den Halunken denn noch? Ähm... Ja, zack schon. 10.000 Emeralds. What? Wie viel? 10.000 Emeralds? Das ist eine Menge. Okay. Aber ich würde sagen, das hat jetzt oberste Priorität. Wir werden noch nicht zulassen, dass diese Halunken unser Dorf oder deiner Familie schaden. Wie lange haben wir noch? Das haben sie nicht gesagt. Nur, dass sie wiederkommen und ich das Geld dann besser habe. Boah, Verwalter. Ey, du... Okay. Hey, da gibt es nur eine Möglichkeit. Die Brokodiles müssen Emeralds schicken. Wir haben also ein klares Ziel. Wir müssen heute 10.000 Emeralds auftreiben. Ja, das ist unsere Priorität. Allerdings müssen wir auch das Dorf weiter ausbauen. Ich möchte nicht, dass die Aufgaben des Königs vernachlässigt werden und wir in Ungnade fallen. Meinst du, du kannst zumindest ein Haus reparieren? Ja, ich schau mir die Häuser mal an. Ich suche die aus, die nur leicht beschädigt sind und schau, was ich machen kann. Da sollten wir auch heute ein bisschen Fortschritt erzielen können. Danke, dass du mir hilfst. Ich weiß ja, dass ich mich... Jetzt bin ich mal derjenige, der dich unterbricht. Jetzt bist du ruhig, sonst überleg ich es mir vielleicht noch anders, guter Mann. So, ich gehe gleich mal checken, denn wir hatten ja die guten Brokodiles aufgefordert, den ein oder anderen Emerald vorbeizuschicken. Und deswegen checke ich direkt den Briefkasten. Und ich sehe da schon einen dicken Karren und der Hebel ist oben. Brief haben wir bekommen. Hebel runter, immer ganz wichtig. Und Post für Koko von Lady Koko. Okay. Zuallererst Brief lesen und dann schauen wir uns das Ding da an. Hallo, Schatz. Bei mir haben sich ganz viele Brokodiles gemeldet und für dich Emeralds abgegeben. Ich habe dir eine Kutsche mit sechs Schalkerboxen geschickt. Kannst du ihnen zu Ehren und als kleines Dankeschön vielleicht eine kleine Statue ins Dorf bauen? Ich habe dich lieb. Lady Koko. Okay, wir haben eine Kutsche mit sechs Schalkerboxen bekommen. Was genau heißt denn das? Der ein oder andere von euch weiß das sicher. Ihr konntet den Verwalter und mich unterstützen mit einem Like. Jeder Like war ein Emerald wert. Und schaut mal, wie viel zusammengekommen ist. 9123. Und die Likes steigen noch immer auf dem Video. Wir arbeiten allerdings mit der Zahl. Das heißt, zurück ins Video. Schauen, wie viele Emeralds da sind. Okay. Ich mache sie auf die Schalkerbox. Die ist bis oben voll mit Emeralds. Die nicht. Die schon. Die auch. Die auch. Das sind so unglaublich viele. Lass mich mal eben schnell nachrechnen. Oh, das müssten genau 9123 Stück sein. Ich bin Kopfrechen, Schnellrechen, Weltmeister und so, ne? Das heißt, wenn wir jetzt 9123 Emeralds schon haben von den 10.000, dann brauchen wir ja nur noch 877. Nice. Auf die Brokodiles ist einfach Verlass. Und ja, ich habe gesagt, dann brauchen wir nur noch 877. 877 ist eine ganze Menge. Nachdem wir aber den Großteil geschafft haben, können wir auch dem Wunsch von Lady Coco nachkommen und euch zu Ehren eine kleine Statue ins Dorf bauen. Und ich habe da eine ganz besondere Statue im Kopf. Dazu kommen wir aber später. Denn wer so viele Emeralds hat, der sollte sie zuallererst in Sicherheit bringen. Das geht doch nirgends besser als in unserem geheimen Keller. Zack, 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 zack. Die sind schon mal sicher. Und wir schauen mal, wo wir noch 877 Stück zusammenbekommen. Ich für meinen Teil habe noch 115. Jetzt gehen wir aber zuallererst ins Bett und dann schauen wir weiter. Guten Morgen. Wir checken das Rathaus nach Emeralds und das Lager. Ich weiß, ich habe beim letzten Mal schon geschaut. Aber wie gesagt, man weiß hier nie, wo ich nochmal aus Versehen welche auslade. Und dann... Oh, wir haben schon 24 Einwohner. Allein mit dem Steuergeld, dann sollten wir schon eine Menge jetzt wieder zusammenbekommen. Gebäude aktuell 17 von 30 fertig. Wir müssen schauen, dass wir heute ein paar Leichte noch fertigstellen, um auch dort vorwärts zu kommen. Und dann gehen wir hier an unsere Steuerkiste. Boah, da war auch wieder jede Menge drin. Also haben wir schon 256, 266, 274. So langsam wird das schwierig mit dem Kopfrechnen. 603 noch. Kann das stimmen? Ich hoffe es. Wir haben noch verschiedene Möglichkeiten, wie wir an Emeralds kommen können. Da ist natürlich das Traden ganz hoch angesagt, dass wir hier mit dem Dorfbewohnern verschiedenste Handeleien machen. Und deswegen lasst mich mal ganz kurz schauen, ob wir zum Beispiel mit unseren Schmieden hier was handeln können. Kohle habe ich nicht. Jetzt sagen wir, ich möchte die nicht kaufen. Und bei Wilhelm kann ich nur einkaufen. Ja, das ist verlockend, ehrlich gesagt. Ich habe nur... Aber wir sollten dir unser Zeug nicht rausschmeißen. Nope. Und bei ihm können wir nur einkaufen. Das rentiert sich gleich dreimal nicht. Auch mit ihm ist Geschäfte machen aktuell schwer. Oh, mit ihm könnte man natürlich handeln. Allerdings fehlen uns da die nötigen Rohstoffe. Ah, da könnten wir bei der Opa vom... Ah, bei der Farm vom Opa. Vielleicht schauen wir, dass wir den Opa noch anhauen, dass wir bei ihm ein bisschen Farmarbeit machen können und uns ein paar Emeralds verdienen. Das wäre eine Idee. Und ansonsten bleibt uns natürlich noch das Handeln über den Handelsweg. Bevor wir allerdings irgendwas in diese Richtung angehen, schauen wir, dass der Verwalter beruhigt ist, indem wir die Stadt weiter ausbauen. Ein wenig Emeralds werde ich ausgeben müssen, damit wir was vorwärts können, aber wir sollten das natürlich auf ein Minimum reduzieren. Ich denke, ich bin hier oben fündig geworden. Schaut mal. Dieses Gebäude ist nur super minimal beschädigt. Das lässt sich sehr, sehr schnell wieder ausbügeln. Ich glaube, damit ist es schon repariert. Das ist mir natürlich jetzt noch nicht so ganz genug. Das lasse ich jetzt hier nicht gelten. Vor allem, weil ich den Gebäuden ja doch allen irgendwo ein kleines Upgrade gebe. Das werde ich bei dem Gebäude jetzt auch machen. Ein bisschen upgraden. Schwupp, ist es nachgeworden. Das Gebäude steht. Ich musste leider zwei Emeralds ausgeben. Ja, der Terracotta hat nicht gereicht. Also der Counter geht ein bisschen zurück. Aber hey, wir kriegen das hin. Einmal schnell ins Bettchen huschen, bevor wir das nächste Gebäude ausbauen. Übrigens bringt jeder Morgen auch wieder frische Steuern. Das heißt, im Rathaus können wir auch gleich wieder nach neuen Emeralds schauen, die wir heute sehr dringend brauchen. Und ich möchte mich eigentlich dem Gebäude dort drüben annehmen hier. Eigentlich ist das super leicht zu reparieren. Da ein Block und oben am Dach vielleicht noch einen und fertig. Der Ort hier ist so schön. Mit so einer tollen Aussicht, dass ich hier doch eigentlich gerne ein etwas schöneres Haus hinbauen möchte. Also lasst mich die Schwinde machen. Ey, schon viel besser. Auch ein viel, ja, repräsentativeres Haus. An der Stelle hier oben perfekt geeignet. Mit einem großen Fenster habe ich mir überlegt. Und von der Inneneinrichtung, da müssen wir noch einmal los huschen. Und zwar würde ich gerne noch mindestens ein Bett mehr hier reinkriegen. Es gibt theoretisch ein Obergeschoss. Da werden Dorfboden bloß nie hinkommen. Deswegen lassen wir das mal so, wie es ist. Kümmern uns um den unteren Bereich. Hier stellen dann noch ein, zwei Betten dazu. Und dann ist gut. Wie konnte es denn schon wieder Nacht werden? Ich bin schon wieder zu viel rumgehampelt. Ich saus rüber in mein Bettchen. Und wir schauen, was der nächste Tag bringt. Ich hatte mir noch gedacht, ich habe den Postboten gehört. Hebel ist oben. Du hast für Kroko von Onkel Joe. Ey, dass der sich mal wieder meldet. Mega cool. Und wir haben ein Paket von ihm. Howdy Kroko. Ich habe gehört, du möchtest deiner Verwalter helfen, seine Schulden zu begleichen. Ich finde das ein sehr ehrenwertes Unterfangen. Aus diesem Grund bekommst du von mir eine Stack Emeralds. Und hier noch eine Hint. Wenn du die Emeralds nimmst, Erner sattelst und ein wenig handeln gehst, solltest du schnell mehr draus machen können. Beste Grüße, dein Onkel Joe. Onkel Joe hat uns einen Stack Emerald gegeben. Alter, Joe. Wir werden ja stinkreich, wenn ihr alle so zusammen habt. Gut, wir müssen es gleich wieder abgeben. Naja, wir haben schon ganz viel beinahmt. Das ist schon mal gut. Und er hat genau das gesagt, was wir eh schon vorhatten. Wir sollen handeln. Das heißt, wir düsen einmal quer über die Karte, machen einen Zwischenstopp an der Farm, nehmen Erner mit und dann fahren wir zu den Händlern und reiten ins Ostdorf und betreiben Handel. Das machen wir direkt, nachdem ich die Steuern abgeholt habe und eine Statue für euch Brokodiles gebaut habe. Und zwar hier hin. Ich düse los und schaue mir die Steuergelder an. Das Schöne ist ja an den Steuergeldern im Moment, dass wir einfach einsackeln können, ohne uns groß Gedanken machen müssen, wer es kriegt. Hey, schon wieder über einen Stack bekommen. Uns fehlen also nur noch 468 Emeralds. Wir sind echt auf einem guten Weg. Mit so viel Unterstützung packen wir das echt genial. Mir fällt da was auf. Für die Statue, die ich bauen möchte, muss ich eigentlich Emeralds verwenden. Ja, nein, nicht so gut. Wir können Amethyst verwenden, aber ich glaube, der Amethyst reicht nicht, den wir hier haben. Wohl Amethyst so cool wäre auch. Wisst ihr was? Ich mache das so wie geplant. Ihr habt so viele Emeralds gespendet. Ich baue mit Emeralds. Acht Blöcke brauchen wir. Im Zweifel müssen wir die wieder abbauen, wenn es knapp wird. Und während ich jetzt diese Statue baue, macht ihr euch für die Kommentare bereit. Und sobald ihr wisst, welche Statue ich hier hinbaue, schreibt ihr in die Kommentare, ich weiß es. Und dann schreibt ihr dazu, ob ihr sie auch schon mal gebaut habt und ob ihr das Tutorial gesehen habt zu dieser Statue. Ich blende es euch am Ende der Timeless hier oben rechts ein. Zu Ehren der Broke Diles. Und da steht es, das Emerald Golem. Der Emerald Golem? Na, das Ding halt. Ich finde, und ich bin mir sicher eher auch, die Statue passt sehr sehr gut hier rein. Und der ist wieder ein kleiner. Machen wir uns allerdings jetzt auf, ein wenig zu handeln. Die Menge an Emeralds sollte uns erstmal ausreichen. Aktueller Stand, es fehlen uns 540 Emeralds. Wir schauen mal, wie wir an die rankommen. Lass uns erstmal Erna holen gehen. Um Erna zu bekommen, müssen wir das Dorf natürlich Richtung Süden verlassen. Genau dorthin, wo die Farm meines Opas liegt. Da schlicht doch gerade ein Räuber ums Gebäude. Habe ich richtig gesehen. Ja, du Hallunke. Knappe Schlacht, aber der hat einen Block geklaut. Wäre sicher, der war hier. Immer wieder schön hier zu halten. Denn an alle, die diese Welt auch spielen wollen. Der Seed für die Welt ist 541 3854. Die Konaten genau dieser Stelle hier sind minus 275 100 287. Einmal einen Bewohner rauslassen und einmal der guten Erna einen wunderschönen Tag wünschen. Und das gleiche natürlich dem alten Gaul. Liebe Erna, ich hoffe, du hast Lust auf einen kleinen Ausflug mit mir. Aber das sind meine Herzen, die nicht so gesund sind. Ich dachte gerade, Erna geht's nicht so gut. Der geht's prima. Ich werde mal eben kurz Erna zu euch in den Stall hier stellen. Das geht wieder nicht. Auf den Dröhöpfen. Und dann bei den zwei Händlern ein paar Einkäufe tätigen. Emeralds haben wir mehr als genug dabei. Wofür hauen wir die auf den Kopf? Hier können wir verkaufen. Das heißt, die müssen auf alle Fälle noch einmal zurückkehren mit goldenen Rüben und glitzernden Melonen. Und hier können wir ganz viel Melonen kaufen. Das war zu viel. So viel kann ich niemals verkaufen im Ostdorf. Aber wir brauchen ganz viele Emeralds. Händler, ich komme gleich wieder mit vollen Taschen zurück. Zur Nacht schon. Wir kommen im Ostdorf an. Die Reise ist doch immer wieder länger als gedacht. Dann einmal hier oben am Platz anhalten. Ich muss mir angewöhnen, eine Leine bei Erna reinzupacken. Und dann spätabendliche Verkäufe noch tätigen. Ich habe viel zu viele Melonen gekauft. Das hat sich nicht rentiert. Aber wir können bei ihnen einkaufen. Das ist wichtig. Stellen wir mal eben eine Melonenkiste auf. Da weiß ich, wo ich dann immer handeln kann. Schaut mal, dass ihr eure Ware aktualisiert, bitte. Und dann gehen wir fleißig einkaufen. Weil das scheint sich ja doch gut zu rentieren. So, da wurden noch einmal die Trades erneuert. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Nein, haben wir doch gar nicht so viele Melonen gekauft. Okay. Erna, wir sind pleite. Treten wir die Reise zurück an. Und vielleicht müssen wir noch ein einziges Mal die Route hier auf uns nehmen. und schon haben wir den Rat von Onkel Joe befolgt und uns den Handelsweg zunutze gemacht, um an weitere Emeralds zu kommen. Da sind wir auch schon wieder zurück. Ah, Erna, ich traue dir nicht, dass du mehr davonläufst. Einmal da reinstellen. Und dann wird fleißig verkauft. Okay, zwei haben wir übrig. Die kriegt Erna. Uh, das wird richtig viel bringen. Boah. Das sieht doch schon sehr, sehr gut aus. Damit brechen wir auf zurück ins Bergdorf und schauen uns an, was an Steuern noch so reingekommen ist. Wieder ein kleiner Zwischenstopp auf der Farm. Erna abstellen. Erna bekommt zum Dank natürlich eine Rübe. Ja, ganz feine Erna bist du. Und der alte Gaul. Na klar, du kriegst auch eine. Ups, passiert. Wie nennen wir den kleinen Süßen denn? Okay, äh, ja, wir haben Aufgaben zu erledigen. Ich werde noch die Nacht in der Mühle schlafen, weil ich die so gerne habe. Und dann schauen wir, dass sie die restlichen Emeralds auftreiben. Was steht denn der Verwalter schon hier? Crocodile Andy, sie haben den Schmied entführt. Langsam, langsam. Wer? Na, die Geldeintreiber. Wo haben sie ihn hingebracht? Ich weiß es nicht. Sie haben nur das hier für dich dagelassen. Ein Drohbrief? Sind die noch ganz sauber? Wie, wie, wie sieht es mit den Emeralds aus? Wir müssen unbedingt den Schmied retten. Ich habe ungefähr 500 Emeralds erwirtschaften können. 500 Emeralds hast du? Das reicht ja aber weit nicht aus. Das ist super. Ich habe eine Menge Hilfe bekommen und konnte die restlichen 9500 auftreiben. Wirklich? Das ist fantastisch. Wie, wie sollen wir sie den Geldeintreibern zukommen lassen? Das sehen wir dann. Ich lese erst mal den Drohbrief in Ruhe und dann schauen wir weiter. Wo finde ich deine Emeralds? Ich habe sie in meiner Kiste. Geh sie einfach holen. Alles klar. Danke dir. Perfekt. Wir holen die Emeralds. Wir checken den Drohbrief und dann schauen wir weiter. Die restlichen Emeralds noch von Steuern einsammeln. Das war dann auch wieder eine ganze Menge. Jetzt kriegen wir viele Emeralds zusammen. Und dann hat der Verwalter gesagt, oben in seiner Kiste hätte er noch 500 Stück. Er hat recht. Boah. Jetzt weiß ich gar nicht, wohin mit den ganzen Emeralds so viel haben wir. Perfekt. Jetzt mal flink in den Drohbrief hineinschauen. Krokodil an die. Den Namen hört man öfter hier im Königreich. Du hast dich also dem armen Walter angenommen. Wenn du dein Schmied jemals wiederhaben möchtest, komm alleine in die Höhle nahe der zerstörten Brücke und bring die geschuldeten Emeralds mit. Die Summe hat sich übrigens verdoppelt. Schließlich seid ihr mittlerweile auch zu zweit. Die Zeit läuft. Tick. Tack. Sehen die ja eigentlich noch ganz sauber. Jetzt werden wir hier erpresst und sie wollen die doppelte Summe haben. 20.000 Emeralds. Niemals. Ich werde mich jetzt ein bisschen rüsten. Ich werde die Emeralds einstecken. Die 10.000. Mehr nicht. Und dann gehen wir dorthin. In die Höhle nahe der zerstörten Brücke. Das sollten jetzt exakt 10.000 Emeralds sein. Die überschüssigen Emeralds schmeiße ich hier rein. Wir nehmen uns den Bogen vom Opa mit. Die Axt ist so kaputt, die hilft uns nicht mehr viel. Aber ich glaube, ich nehme das Schwert mit. Besser wie gar nichts. Besser als so eine Steinaxt jetzt. Zur kaputten Brücke führt uns der Weg hier am Verwalter vorbei. Verwalter! Ich muss, ich, ähm, ich kümmere mich um die, um die Geschichte mit dem Schmied. Auf ihr Glück! Ja. Das können wir gebrauchen. Da ist die kaputte Brücke. Und die spannt sich ja quasi direkt über eine riesige Höhle. Irgendwo das wird es ja wohl sein. Da ist eine Fackel. Warte, warum ist da eine Fackel? Oh. Ich glaube, ich bin direkt über die Höhle gestolpert. Ich wollte jetzt eigentlich da unten rein. Aber es scheint hier oben zu sein. Okay, gehen wir rein. Da stehen sie, die Geldeintraber. Überall. Ah, so viele. Da bist du ja. Ich hoffe, du hast die Emeralds dabei. Ja, ja. Ich habe die Emeralds dabei. 10.000 Stück. Wie gefordert. Oh, da seid ihr aber falsch informiert. Es müssen 20.000 sein. Ich denke, ihr seid falsch informiert. Walter schuldet euch 10.000. Und ich schulde euch nicht einen einzigen. Und jetzt werde ich den Schmied befreien. Ha, 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 ha. Nicht so schnell. Ergreif den. Oh, 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 oh. Was? Alter, war Walter. Daneben geschossen. Das kann ich mir nicht leisten. Treffer. 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 Ey, die haben Emeralds dabei. Raus, da, raus, da, raus. Da, essen, 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 essen. Nehmt eure eigene Medizin. Zack. 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 Oh, wie sie alle mit verzauberten Armenbrüsten hängen. Als wären sie nicht schon stark genug in der Masse. Ich höre doch immer noch solche Geldeintreiber hier, die überall untergekommen sind. So. Und jetzt zu dir, mein Lieber. Nein, nein. Das tut mir nichts. Ich führe nur die Befehle meines Bosses aus. Dann führe jetzt mal meinen Befehl aus, Freundchen. Sagt deinem Boss, wenn er oder einer seiner Männer sich noch einmal bei mir blicken lassen, dann komme ich persönlich bei ihm vorbei. Und ich denke, du hast einen guten Vorgeschmack bekommen darauf, wie das enden wird. Hast du verstanden? Ja, 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 ja. Dann nimm die Schulden von Walter hier und verschwinde. Den Geldeintreiber wären wir mal los. Ich hoffe, sie lassen sich nicht mehr blicken. Ich werde jetzt den guten Wilhelm hier befreien. Wilhelm, kommen Sie raus. Und dann noch die Höhle looten. Weil so wie es aussieht, haben die Guten hier noch ein paar Wertsachen vergessen. Alles geplündert. Ich habe nur meinen Plan gerade über den Haufen geschmissen. Bevor wir zurück ins Dorf huschen, machen wir uns einmal auf in Richtung Boris. Boris, dem Bootsbauer. Denn der hat schon lange nichts mehr von sich verlauten lassen. Und früher oder später müssen wir schließlich das Boot für den König fertig bauen. Dafür düsen wir an der Eisenmine vorbei ins Hinterland. So, werter Boris, ich bin auf dem Weg. Früher oder später müssen wir hier mal einen Weg hinbauen. Aber aktuell ist das Ganze noch ein geheimes Unterfangen. Ich höre hier dieses Rauschen und ich sehe diese Guardians, die Wächter. Was tun denn die hier? Boris! Boris, was ist los? Okay, was können wir dagegen tun? Ähm, mach ich. Ich gebe mein Bestes. Die haue ich doch in die Pfanne, oder? Okay, einmal gesund essen. Dann nehmen wir noch das gute Fleisch hier ins Inventar. Pfeile kann ich vergessen. Und dann stürzen wir uns hier rein und schauen mal, dass wir diese Fische ausschalten. Oh, ich werde schon mal angegriffen. Und schauen mal, dass wir die Fische ausschalten. Wir sollten da taktisch vorgehen und so nah wie möglich drankommen. Eins, zwei, Autsch, drei. Oh, wo ist er hin? Wo ist er hin? Wo ist er hin? Wo ist er hin? Keine Sorge, ich kriege das hin. Ich kriege das hin. Ich kriege das hin. Ja, du wirst dran glauben. Autsch. Habe ich ihn? Immer noch nicht. Wie viel halten die denn aus? Atmen, 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 atmen. Ich esse auch noch ertrinken. Jetzt hat, einen habe ich. Entdeckung. Fast draufgegangen. Aber ich glaube, so viele sind es nicht. Ah ja, Gott sei Dank noch zeitig geschafft. Zack. Ja. Da draußen ist noch einer. Den dränge ich an Land und dann habe ich ihn hoffentlich. Ja, du gehörst mir. Uh, mein Schwert ist fast kaputt. Ich wechsle mal auf die Axt, weil das will ich nicht verlieren. Geschafft. Da sind noch zwei. Oh Gott, das wird so nichts. Die sind so zielsicher. Ein Wasserwesen ist das ja durchaus. Okay, wieder einen geschafft. Da sind so viele. Das ist ja verrückt. Boris, ich glaube, das macht so keinen Sinn. Ich spring noch mal rein und schaue, ob ich die Ursache der Fische finden kann. Aber es ist wirklich schwer, die so zu bekämpfen. Alles klar. Gib mir Bescheid. Gefühlt werden sie auch immer mehr. Kommen die denn her? Geht auch einfach nicht drauf. Und jetzt gehe ich drauf. Boah, mit einem halben Herz davon gekommen ist. Hey, wir haben echt ein Glück. Ich fahre mal ein Stück raus und schaue, ob sie von dort irgendwo kommen. Hier draußen sind weit und breit keine mehr zu sehen. Die sind wirklich nur in der Hafengegend. Hier im Hafen sind nur diese Höhlen überall. In der Höhle sind auch welche drin und ich ertrinke. Oh, wer hat sich das ausgedacht? Oh, was war das? Okay, er hatte recht. Es ist tatsächlich irgendwo einer ihrer Ältesten. Oh, ich vermute da unten in der Höhle drin. Wir müssen da unten in die Höhle rein. Wir müssen schauen, was da unten drin ist. Also, ich konnte die Mistvieger weitestgehend vom Hafen vertreiben, weil da außerhalb sind noch zwei unterwegs, aber in der Höhle unterm Berg sind auch viel mehr. Das schaffe ich so nicht. Ich bin weder schnell im Schwimmen noch stark im Angriff unter Wasser. Ich glaube, ich habe da eine Idee. Ja, hau her, ich kann jede Idee gebrauchen. Also, dein Schwimmproblem sollte der Fischer im Bergdorf in den Griff bekommen. Soweit ich weiß, hat er da besondere Ausrüstung. Das Kämpfen unter Wasser wird dir aber gar nicht gefallen. Wieso? Erzähl. Ich habe einige Seefahrer von einem verwunschten Portal sprechen gehört. Dort befindet sich angeblich die Waffe eines Gottes, welche Wassermonster er zittern lässt. Bla, bla, bla. Ist alles altes Himmelsgarn. Aber ein Versuch wäre es vielleicht wert. Und wo ist der Haken an der Geschichte? Ach so. Ja, fast vergessen. Das sind eine Megamonster. Das ist ja fantastisch. Ich muss also, um besser kämpfen zu können, erst mal kämpfen. Ja gut, aber ich schaue es mir an. Wo finde ich das Portal? Ich habe eine alte Karte bekommen. Sie soll zum Portal führen. Was ist in meiner Truhe? Nehmen Sie die einfach raus. Kommen die weiter rein? Ich höre doch immer noch diese ganzen Mistviecher. Ja, da ist schon wieder einer. Ich habe das Gefühl, die spawnen hier. Oh, der war schon angeschlagen. Sehr gut. Er hat gesagt, aus seiner Truhe nehmen. Das sieht mir nicht nach seinem Zimmer aus. Aber wären Truhen drinnen. Das sieht doch mehr nach seinem Zimmer aus. Karte. Okay. Lasst uns mal auf die Karte spicken. Ich liebe so Karten. Wir sind da nicht mal drauf zu sehen auf der Karte. Aber rechts unten in der Ecke sieht so aus, als wäre ein preisrundes Ding eingezeichnet. Alles andere sieht recht normal aus. Wisst ihr was? Ich fahre mal ein kleines Stückchen aufs Meer raus und schaue, ob wir sehen, wo sich das Portal befinden könnte. Ich meine, irgendwann müssen wir ja auf der Karte auftauchen, oder? Ja. Okay. Wenn ich hier ein Stück rausfahre, tauchen wir rechts unten aus. Wir müssen also nach Nordwesten schippern. Aber wisst ihr was? Es hieß, beim Fischer können wir unsere Schwimmfähigkeiten vielleicht verbessern. Das heißt, wir sollten zuallererst das tun, weil wenn wir aufs Meer hinausfahren und immer noch so langsam schwimmen wie bisher, halte ich das für keine gute Idee. Auch mit Boot nicht. Du, das heißt zuallererst endlich zurück ins Bergdorf. Und schauen, dass wir diese Abbaulähmung loswerden. Wirklich schnell flüchten von diesem Ort hier. Da wären wir im Bergdorf. Den Markt müssen wir auch noch reparieren. Es gibt so viel, was hier noch repariert werden muss. Aber wir haben es ein bisschen eilig. Wir schauen, dass sie zum Fischer kommen. Fischerhäuschen ist auch noch nicht repariert, im Übrigen. Sollte sich aber irgendwie halt. Das ist eine Schmiede. Fischerhäuschen ist hier vorne dann. Servus, Fischer! Ich grüße euch, Crocodile Lattie. Wie ich sehe, geht der Wiederaufbau des Dorfes gut voran. Wann hast du denn mal Zeit für meine Fischerhütte? Ähm, ja. Für die Reihenfolge bin ich nur bedingt verantwortlich. Aber ich kann beim Verwalter sicher ein gutes Wort für dich einlegen. Das wäre fantastisch. Dürfte ich dich dann auch um einen kleinen Gefallen bitten? Na klar. Ich muss schneller schwimmen und besser tauchen können. Und ich hatte gehört, dass du mir da eventuell helfen kannst. Das kann ich tatsächlich. Ich habe noch eine Tiefsee-Fischer-Ausrüstung irgendwo liegen. Ich gehe sie für dich suchen. Komm am besten später wieder. Dann habe ich sie sicher gefunden. Ey, das hört sich klasse an. Danke dir. Und vergiss meine Hütte nicht. Um die kümmere ich mich direkt, keine Sorge. Das machen wir tatsächlich. Wir düsen direkt weiter zum Walter. Vorher räumen wir aber nochmal mein Inventar auf. Und dann schauen wir doch mal gleich, was wir beim Verwalter für den Fischer so erreichen können. Wir sollten uns aber auf alle Fälle ein Boot machen und mitnehmen. Ausrüstung schmeißen wir hier rein. Und alles extra hier. Aktuell 24 Einwohner. Für Walter. Für Walter. Grüß Gott, Herr Landy. Schön, dass ihr da seid. Walter, grüß dich. Folgendes. Der Fischer hatte gefragt, ob ich seine Fischerhütte mal reparieren kann. Ist doch eigentlich egal, oder? Passt bei uns sicher in den Plan. Ja, das hört sich gut an. Jetzt, wo ich meine Schulden los bin, traue ich mich langsam wieder unter die Leute. Und so konnte ich ein wenig meine früheren Kontakte neu aufbauen. Ich habe uns auch gleich neue Ressourcen für den Bau organisiert. Die Gäste sollte bereits mit der Post gekommen sein. Ich gehe gleich mal nachschauen und mache mich direkt an die Arbeit. Ach ja? Und ich denke, die Steuern teilen wir wie ursprünglich geplant auf, oder? Yes, Sir. Jeweils 10% für uns und 80% fließen in den Wiederaufbau. Alles klar. Dankeschön. Aber du hast mich auf eine gute Idee gebracht. Da dachte ich, ich gehe gleich mal checken, wie viele Steuern schon wieder reingekommen sind. Und es ist eine ganz schöne Menge. 82 Stück. Acht an mich. Acht an Verwalter. Und 66 in die Dorfkasse. Aber ich sage es, wie es ist. Im Moment sind meine Investitionen auch die Investitionen vom Dorf. Geht ja auch nicht anders. Sonst würde hier nichts vorwärts gehen. Dann saus ich noch geschwind beim Briefkasten vorbei. Und schaue, was dem guten Walter zugeschickt wurde. Hebel es oben. Und... Da ist nichts drin. Ach, halt hier. Rohstoffe für den guten Walter. Das scheint wohl irgendwie von einem Freund gewesen zu sein. Und der Freund war auf alle Fälle großzügig. Nice. Nehmen wir alles mit. Ey, wenn der Walter weiter so Kontakt hat, ich muss sagen, ich werde richtig warm mit ihm. Jetzt haue ich mich ins Bett. Und dann schauen wir mal, dass wir dieses Fischerhütchen da unten auf Vordermann bringen. Und da steht hier auch schon die Fischerhütte. Ich habe zwischendrin gesehen, hier hat auch schon jemand Neues eingestellt zum Arbeiten. Ganz, ganz schlau. Kleinen Anbau gemacht. Der war neu. Mit einem Räucherofen. Ich dachte mir, das ist irgendwie... Das hat die Fischerhütte nur verdient. Und ihr wisst ja, beim Wiederaufbau versuche ich die Gebäude im Dorf alle ein wenig zu ändern und zu verbessern. Schau mal, dein Hütchen. Oh, das ging aber schnell. Vielen Dank. Und ich habe auch schon die Tiefsee-Ausrüstung für dich. Tiefsee-Fischerhut und Tiefsee-Fischerflossen. Oh, Aqua-Affinity und Respiration schneller abbauen. Länger atmen. Oh, und schneller schwimmen. Vielen Dank, vielen Dank. So, jetzt aber nicht sie ins Bettchen. Wir müssen eine Reise machen morgen früh und sollten ausgeschlafen sein. Nachwuchs ohne Ende. Dieses Dorf ist echt super. Guten Morgen. Ein Morgen ist angebrochen. Wir haben ein riesig volles Inventar. Das habe ich vergessen, gestern Abend zu leeren. Das übernehmen wir jetzt. Die Tiefsee-Flossen. Den Hut. Ausrüstung. Nicht besonders gute. Axt wird uns hoffentlich halten. Ein Schild. Und ansonsten frage ich mich gerade, was das Eisengolem ganz da oben tut und vor allem, wie es dort hinkommt. So, nochmal kurz daheim vorbeischauen. Und, ja, Steak nehmen wir mit. Das Boot, die Karte. Die Sachen legen wir an, wenn wir es für nötig halten. Es ist nämlich leider nur Leder-Ausrüstung. Weil ich meine, es ist halt einfach nur ein einfacher Fischer, wo wir die Ausrüstung hier haben. Und nicht irgendein professioneller Schmied, Zauberer, sonst wie. Dann hätten wir die Sachen sicher auch aus Diamant bekommen. Aber beim Fischer, es ist halt Leder. Aber wir beschweren uns nicht. Es ist besser als das, was wir vorher hatten. Das Schwert bleibt hier, weil das geht kaputt mit der Zeit. Ja, Pfeile nehmen wir definitiv alle mit, die wir haben. Keine Ahnung, was uns am Ziel hier erreicht, bei dem geheimen Portal oder wie auch immer er das getauft hatte. Ich habe gerade noch einen spontanen Einfall gehabt. Wenn wir unsere Reise ein kleines Stückchen länger machen und unsere ureigenen acht Emeralds mitnehmen, könnten wir vielleicht im Ostdorf ein paar goldene Rüben kaufen, die uns ein bisschen besseres Heilung geben. Einmal im Ostdorf angekommen. Guten Tag, guten Tag, guten Tag. Okay, für viel reicht es nicht. Es ist besser als nichts. Gut, der Adressierte hätte mehr mitnehmen sollen. Naja, sechs sind besser als gar nichts. Und jetzt hat aber auf... Ich würde sagen, wir reisen von hier aus zum Dock. War klar, dass ich hier wieder ankomme, wenn die Sonne runtergeht. Aber der Weg ist einfach nicht zu unterschätzen, indem man hier immer läuft. Und ich höre sie schon wieder diese... Kleinen Schock bekommen, aber okay. Wenn ich jetzt hier schon mal meine Tauchersachen anziehe, müsste ich ja auch flink sein, um hier eventuelle Untiere umzunähen. Aber ich sehe gar nicht wirklich welche. Kümmern wir uns darum, dieses geheime Portal zu finden. Wisst ihr, wo wir hier vorbeifahren? Am umgedrehten Turm des Zauberers. Okay, aber es wundert mich irgendwie gar nicht, dass so ein Portal irgendwo bei ihm in der Nähe ist. Wir haben uns bewegt. Wir müssen nur noch nach Norden. Da vorne ist was im Wasser. Das wird's sein. Und es ist natürlich bewacht von einer Million Monstern. Oh, ha! Habe einen! Noch einen! Ey, wieso sind die so schwach? Wieso ist mein Bogen so stark? Ist das wirklich ein Schuss ein? Kann man unter was? Der hat doch Power 5, aber ist der so stark? Ruheloser Ertrunkener. Oh! Haben die sich einfach in mein Boot geschlichen. Das war doch mein Ort zum Kämpfen. Wie viele sind da bitte? Das ist ja eine riesige Armee. Gebt mir mein Boot wieder. Vom Boot aus war ich stärker. Vielleicht, weil ich so viel Headshots verteile. Das ist wie ein berittener Bogenschütze, bloß auf dem Boot. Mir war nicht bewusst, dass ein Power 5 Bogen Zombies so leicht ausschalten kann. Also unter Wasser Zombies. Ein Schuss, einer kaputt. Aber damit haben wir, glaube ich, alle Monster hier besiegt und können jetzt diese unglaubliche Waffe suchen. Das war deutlich einfacher als erwartet. Ich habe irgendwie ein krasses Portal erwartet, aber nicht sowas. Hinten kommen noch mehr. Du, ich würde sagen, ich nehme mit, was da ist. Der Dreizack des Wassergottes. Impaling 4. Riptide. Alte sieben, sieben. Alles sieben. Das muss ein Ding des Gottes sein. Ey, Leute. Ohohoho. Was ist das bitte? Wenn ich jetzt eine Elytra hätte, wäre ich ja der König. Aber das Boot kann einpacken. Ey, mit dem Ding sind wir ja unendlich schnell wieder daheim. Ich komme Ich traue mich gar nicht damit rauszupfen Weil da bringe ich mich glaube ich um Wir müssen immer noch bedenken Dass wir ein normaler Mensch mit der Waffe eines Gottes sind Und nicht auch ein Gott Nicht, dass ich mich hier noch nebenbei einfach mal umniete Gut, ich würde jetzt zum Boris gehen Ihn Bescheid geben und dann schauen, was wir tun können Boris, ich habe die Ausrüstung von Fischer Und auch die legendäre Waffe Das ist Wahnsinn Ich weiß schon, warum der König euch so gerne mit wichtigen Aufgaben betreut In meiner Kiste liegt noch eine Kleinigkeit Die ich gerne zu eurer Mission beitragen möchte Okay, ich schaue rein, danke Boris Unter Wasseratmung, ich glaube das könnte sehr nützlich werden Der gibt mir jedes Mal wieder einen Schock Okay, bereiter werde ich nicht mehr sein Tauchen wir mal rein in die Höhle und schauen Wo dieses nervige Monster sich herumtreibt Hier sehe ich weit und breit nur Fische Da ist so ein Mistviech Oh, ich liebe diesen Dreizack Ein Treffer und das Ding ist weg Und bei dir auch Oh ne, schade, ich hätte gehofft Okay, der, vielleicht gilt der nicht als Wassermonster Okay, wir haben atmungstechnisch Immer noch Schwierigkeiten Aber dafür haben wir den Trank Aber ob uns 8 Minuten reichen Wenn wir den so rammen Oh, das ist gut Ich brauche nur irgendwas zum Atmen Vielleicht muss ich mir noch Ah, da vorne, da vorne kann ich atmen Ey, die Tiere sind echt keine Herausforderung mehr Okay, ich nehme es zurück Da sind ganz viele Ich suche euren Boss Ey, die sind echt keine Herausforderung Und den, ja Das macht richtig Spaß Oh, krass Wir sind hier in einem riesigen Aquarium Wie sind diese Bosse denn hier reingeraten? Also Luft wird kein Problem sein Wir haben zwar den Trank Aber wie es ausschaut ist Luft kein Problem für uns Zack Zack Wieder einer weniger So, viele Monster sehe ich ehrlich gesagt nicht mehr Wo ist, wo sind diese Elder Guardians? Zack Da Unten sind die Jager Oh, das sind ganz viele Ah, ich atme vorher lieber mal eine Runde Oh nein Oh nein Oh nein Das endet Oh, das sind viel zu viele Okay, diese Schlacht wäre auch geschlagen Aber hier sind auch nirgendwo die Weisen Wo sind denn die Weisen? Wo bin ich denn hier wieder gelandet? Ja, ist er sehr weise Erstmal die kleinen Schergen hier beseitigen Und dann nehmen wir uns dem Großen an hier Oh, der haut ganz schön rein Und ich muss flüchten Oh ja, ich hab's ja verstanden Dass du mir hier verzauberst Aber warum, was machen die hier? Die sich auch mal verlaufen Interessant Zack Oh Das wäre Warum ist die Mission nicht geschafft? Warum ist die Mission nicht geschafft? Muss ich jeden einzelnen Guardian hier ausschalten? Es sind drei Wie in den Unterwassertempeln Ja gut Und da hocken sogar zwei aufeinander Und ich dachte, ich hätte alles geschafft Ey, mit dem Dreizack bin ich schon der King Gerade gegen diese Monster Und nochmal Gleich bist du Geschichte Yes Und die Aufgaben wären geschafft Ey, Sapralot Das war vielleicht ein harter Kampf Jetzt muss ich die Höhlen vielleicht nur noch säubern Dass die ganzen kleinen Ungeziefer hier verschwinden Aber im Großen und Ganzen Haben wir's geschafft Ich war gerade neben dem Ostdorf Bei den Holzfällern Holz kaufen Einfach mal wieder die Vorräte ein Stück aufstocken Und bin wieder auf dem Weg zurück ins Bergdorf Seitdem der Verwalter Der dort hinten im Rathaus wohnt Mich leiden kann Ist es auch deutlich einfacher geworden Das Dorf zu verlassen Ohne die ganze Zeit Ärger zu bekommen Oh, schaut mal Es ist gerade Feierabend Fischer ist auf dem Weg In die Dorfmitte Alle sind gerade Wir machen Feierabend Schön Irgendwie Der grüßt nicht Es wirkt so ein bisschen kühle Stimmung Über was reden die alle bitte? Die Geister Sie können uns alle holen Ich habe mal noch keine Küche haben Nein, das glaube ich nicht Aber im Ostdorf haben sie das Problem nicht Irgendwas ist hier seltsam Die Stimmung ist irgendwie kühl Irgendwas scheint los zu sein Ich schaue mal direkt zum Verwalter Irgendwas stimmt doch hier nicht Aktuell 27 Einwohner Das ist gut Walter, was ist denn im Dorf los? Irgendwas wird gemunkelt von wegen Geistern? Ja, es ist wahr Nachts werden wir von Geistern heimgesucht Von Geistern? Ja Die Bewohner sind deswegen ganz aufgebracht und unruhig Was haben die Geister gemacht? Aktuell tauchen sie nur auf Und gehen um das Dorf herum Aber angeblich haben sie ja das gemurmelt Von wegen Ihr seid verflucht Und unnötiges Handeln wird bestraft Unnötiges Handeln wird bestraft? Ich habe gehört Einige Bewohner sind der Ansicht Dass das unwürdige Handeln daherkommt Dass wir keine Kirche haben Das kann sein Ich wüsste nicht Was wir sonst verbrochen haben sollten Kannst du dich darum kümmern? Ja klar mach ich Kirbons Ja, mach ich Sonne geht unter Und ich würde sagen Wir machen uns mal ein Bild von diesen Geistern Ob die heute Nacht auch wieder kommen Ich sehe da glaube ich schon was Lass uns mal näher rangehen Die Dorfbewohner schlafen alle Das ist gut Die sind halbwegs sicher Aber von den Geistern Da Kaputte, zerfetzte Kutten Leuchtende Augen Die sehen nicht so alt Als würden sie hierher gehören Bisschen wie verfluchte Skelette Ich habe sie gesehen Ihr seid verflucht Was redet der? Aber es ist nur eins Siehst, die spawnen irgendwie ums Dorf herum Ich laufe vorsichtig immer ums Dorf herum Aber wenn das der Fluch ist Bin ich ja noch nicht ganz so Erschreckt Ach du Schande Wie schaut denn er aus? Da war ne... Oh weia Hier scheinen auch welche von diesen Monstern gewesen zu sein Von diesen Geistern Gott sei Dank konnte der aufre... Ich, 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 ich heil dich gleich Aber jetzt scheint es doch etwas ernster zu werden Wenn die schon so nah am Dorf sind Quasi schon im Dorf Das ist gar nicht gut Ja, da sind auch zwei Die sind wirklich nah am Dorf Okay, die, die... Wir hauen sie um Ihr seid verflucht Oh Gott Ist da noch mehr? Tatsächlich hier unten ist wieder eins Die tauchen echt an jeder Ecke auf Ach das sind, dass ich die... Ja, ich hau sie alle um Noch ist der Fluch ja halbwegs machbar Allerdings ist es schon seltsam Dass die hier so außenrum auftauchen Wir kümmern uns einfach um die Kirche Und dann sollten wir alles in den Griff bekommen Bevor ich mir jetzt schlafen lege Nehme ich ein bisschen Eisen mit Und schaue, dass ich die Dorfwachen etwas repariere Nicht, dass wir die noch verlieren Komm mal her, tapferer Krieger Vier Eisen hat das gefressen, ey Der ist noch gesund Perfekt Dann hau ich mich aufs Ohr Und wir schauen mal Dass wir morgen hier unbedingt die Kirche angehen Und dafür gehen wir an einen erhöhten Punkt Und schauen mal, wo wir den am besten hinbauen So ganz langsam wird dieses Dorf ja wieder Ich meine, wir haben noch ein paar Gebäude Die wir reparieren müssen Also genau genommen sogar einige Und ich habe eine Idee Ich kann die Kirche jetzt nicht hier irgendwo außerhalb hinstellen Das finde ich passt nicht Ich würde sie gerne ins Dorf holen Hier die Gebäude sind schön fertig Die reißen wir sicher nicht ab Obwohl eine Kirche ganz in der Mitte gut wäre Ich würde sagen Wir bauen sie hier oben hin Und die zwei Häuser, die wir hier abreißen Die stellen wir hier unten neu hin So, das wäre der Bauplatz hier Das Gebäude kann man eh abreißen Die Frage ist, ob wir dann Der Schnee noch ein bisschen abtragen Um uns ein bisschen mehr Platz für die Kirche zu holen Ich habe da Ideen Aber zuallererst heißt es Die zwei Häuser nehmen Abreißen Und zwei neue da unten bauen Der Tag neigt sich schon wieder dem Ende entgegen Aber die Häuser sind schon mal weg Der Bauplatz für die Kirche wird langsam frei Auch wenn wir uns hier Gedanken machen müssen Wo sie genau hinkommt Und wo sie genau hin soll Jetzt bauen wir die Häuser neu auf Etwas außerhalb Der neue Dorfrand sozusagen Vielleicht finde ich auch noch eine schöne Position Für ein weiteres Haus Wichtig wäre mir allerdings Dass wir ein paar Emeralds mitnehmen Um bei den Steinmetzen hier oben Noch ein paar Blöcke zu ergattern Schließlich wollen wir das Dorf hier auch Stück für Stück aufwerten Ah, ich weiß noch nicht Was haben wir denn schon gebaut? Ein blaues haben wir schon Weiß haben wir schon Und da war schon wieder ein Geist Und gelb, sind die Geister schon wieder da? Da ist schon wieder so einer Hier ist ein Fluch Die sind echt creepy Da ist noch einer Na super Meine Axt ist kaputt Muss ich jetzt jede Nacht Geister reinigen Okay, einverstanden Es ist doch anstrengend, der Fluch Das gibt's doch nicht Kroko Ghostbusters Schon wieder einen erwischt Haus 1 wurde versetzt Hat zwei Betten drin Hat noch ein Dachgeschoss Was nicht genutzt wird Aber was auf alle Fälle Noch ein Fenster verdient In beide Himmelsrichtungen Und da sehe ich gleich wieder Der Fluch hat schon wieder zugeschlagen Und Creeper Natürlich klar Das ist immer in der Nacht passiert Wo wir mit den normalen Monstern Schon genug zu tun haben Das hat ihr wohl so gedacht, he? Oh, da sind wieder zwei Ja, ist er Und an diesem wunderschönen guten Morgen Widmen wir uns gleich Dem nächsten Haus Und dafür habe ich mir Einen neuen Bauplatz überlegt Und auch eine neue Art Wie ich es bauen möchte Diese Ecke habe ich mir ausgesucht Ich dachte mir Hier könnte man ein hübsches Häuschen Mal hinstellen Hat auch einen sehr, sehr schönen Blick Bevor die nächste Welle an Geistern Hier reingespült wird Bis auf einen kleinen Überfall Während dem Ausbau Gab es keine Zwischenfälle Diese Nacht Schaut es euch an Ein bisschen auf Stelzen Hier oben im Hügel Ein hübsches blaues Bett Wunderschöner Balkon Mit wirklich genialem Ausblick Eins meiner Lieblingshäuser Sehr wunderbare Prachtimmobilie Jetzt aber dürfen wir Keine Zeit verlieren Und endlich diese Kirche bauen Damit ich ungefähr weiß Wie wir die Kirche bauen Wollte ich einmal Im Ostdorf schauen gehen Wie wir sie dort gebaut haben Und die vielleicht Ein wenig schöner Hier bauen Ja, wir düsen einfach Es hilft nichts Ich weiß, der Fluch ist ärgerlich Aber eine schöne Kirche Muss es trotzdem sein Also was sind Elemente Die mir gut gefallen Die Mauern an den Seiten Der Turm vorne Der Eingang im hinteren Bereich Was mir nicht so gefällt Ich würde es gerne einen Block länger haben Und was mir auch einfällt Hier haben wir Glasscheiben Das heißt, wir müssen auf alle Fälle Sand auftreiben Dass wir bei uns auch Glasscheiben einbauen können Ansonsten, der Innenraum ist auch einfach drei breit Vorne Altarbereich Ist eigentlich perfekt Damit verlasse ich das Ostdorf auch schon wieder Und schaue, ob ich eine kleine Runde drehen kann Um an Sand zu kommen Vorne im Fluss könnten wir Sand finden Ja, hier haben wir ein bisschen Perfekt Exakt zwölf Stück Hier sind wir bei der Farm vom Opa Jetzt düsen wir oben aber wieder ins Bergdorf rein Wir könnten uns allerdings Ja, ich habe noch Emeralds dabei Noch etwas zu essen mitnehmen Wenn wir schon hier sind Kartoffeln Ja, Hand gepflückt von Edgar Schaut euch die Farmreihe an Wenn ihr wissen wollt Was Edgar auf dieser Farm hier alles schon getrieben hat Paluten hat ganz schön lange gebraucht Um ihn wieder abzuholen Und jetzt ist Planung angesagt Fläche bauen Grundriss auslegen Und schauen, wie die Kirche hier ihren Platz findet Oh Leute, Leute, Leute Der Fluch wird schlimmer Boah Die sind gerade hier aus dem Nichts aufgetaucht Vier Stück Wollt ihr mich eigentlich auf den Arm nehmen? Ich hau mich aufs Ohr Der Fluch ist mir zu viel Das gibt's doch nicht Die tauchen immer hier auf Als wollen sie es verhindern Dass ich hier eine Kirche hinbaue Gott sei Dank sind die Golems hier Und klären das ziemlich schnell Die Grundplattform ist fertig Darauf muss jetzt die Kirche Und eventuell muss ich die Plattform noch einen Hauch größer machen Das checke ich jetzt gleich Ein neuer Tag bricht an Und die Kirche steht Noch ist sie nicht zu 100% Fenster Noch ist sie nicht zu 100% Fenster Denn fertig fehlt Ihr wisst Bescheid Wir müssen noch Fenster reinbauen Und da gibt's noch einen kleinen Haken Wir wollen ja farbige Gläser Und für farbige Gläser brauchen wir mehr Glas Und wenn ich mir so anschaue Wie viel Glas wir haben Sind das zwölf Stück Hat er schon rumprobiert Zum Färben brauchen wir acht Vier Glas fehlen noch Und wir haben nur einen Sand Also drei Sand müssen wir noch auftreiben Ich möchte gerne mit der Kirche fertig sein Bevor die Sonne untergeht Damit der Fluch heute schon gebrochen ist Das heißt wir müssen uns richtig schnell spurten Da sind wir auch schon wieder im Fluss nach Sand buddeln Und wir düsen flink zurück Gläser sollten wir durchaus genug haben Wir machen das hier so schön Immer so schön abwechslend Rot und blau Und oben hatte ich ja schon Holzelemente reingebaut Noch hängt eine Laterne drin Vielleicht kommt da auch noch eine Glocke rein Und damit meine Damen und Herren Sollte das Dorf wieder sicher sein Denn die Kirche ist fertig Ich bin gerade dabei Hier noch den letzten Feinschliff anzubringen So ein paar kleinere Steinelemente Aber nur so, dass das ein bisschen besser gestaltet ist Der Hügel Der hat mir noch nicht so ganz gefallen Ah, was ist da? Jesus Wieso sind die denn immer noch da? Ich dachte, der Fluch ist jetzt aufgelöst Und dann auch mitten in der Kirche Coco, wir werden alle sterben Ach, Quatsch Wir brauchen eine Lösung Ich glaube, ich habe eine Idee Mit Flüchen sollte sich doch die Hexe auskennen Ich werde sie aufsuchen und um Rat fragen Ja, ich glaube, das ist die beste, die beste Lösung Echse Ich bin's wieder Grüß dich Du, ich habe folgende Frage Unser Dorf ist verflucht So, so Strays, sagst du Ich habe überhaupt nichts von Strays gesagt Woher weißt du denn das schon wieder? Ah ja, ich weiß, ich weiß Du weißt alles Reden wir nicht drüber Ich habe eine Kirche gebaut Und es hieß, wir dachten, die Kirche hilft vielleicht gegen den Nein, nein Eine Kirche hilft da gar nichts Für mich hört sich das so an Als wäre irgendein Grab aufgebrochen Und die Toten können entkommen Ein Grab wurde aufgebrochen? Das heißt, ich so Ich, okay Ich mache mich einfach auf die Suche nach einem Grab Verschließe das Grab Und dann ist wieder alles gut Alternativ kann ich dir aber auch einen Tagesmann aus Ähm Wischgräten anbieten Ja, ja, genau Der soll auch ganz wunderbar gegen diesen Fluch helfen Und ich meine, du hast ja noch einen Gefallen bei mir Gut, ich würde dir den also auch Haha, netter Versuch Aber, aber nein, danke Nein, ich komme auf dich zu, wenn ich mal wieder einen Gefallen brauche Hm, Mist Aber man kann es ja mal versuchen Jep, versuchen kann man es Ein Grab also, hat die Hexe gesagt Wir müssen zurück ins Bergdorf und dort irgendwo nach einem Grab schauen Ich habe noch nie ein Grab im Bergdorf gesehen Und ich bin da echt schon viel unterwegs Aber wer weiß Vielleicht wissen die Dorfbewohner mehr Wir werden da einfach mal rumfragen Tiefste Nacht Die Nordlichter scheinen Und wir kommen an im Bergdorf Das mittlerweile eine serbsche Kirche hat Toraus Einzige Gebäude mit Stein Aber das ist gut Wenn das Dorf mal wieder brennt Können wir dort hineinflüchten Das Gebäude brennt nicht Und schon kommen sie aus allen Ecken, die Burschen hier Überall bobbelt es hier mit diesen verzauberten Pfeilen Ey, schau, dass du reinkommst Die sind überall Schreckgespenster Guten Morgen, guten Morgen Zeig, dass wir uns nach einem Grab erkundigen Guter Mann Hast du schon mal von einem Grab beim Bergdorf gehört? Nein, nein, gar nichts davon Okay Und er, ich habe deinen Kollegen schon gefragt Hast du was von einem Grab mitbekommen? Nein, von einem Grab weiß ich gar nichts Okay, nicht sehr hilfreich Oh, da sind nochmal zwei die Fragen Oder er Sag mal Weißt du was von einem Grab? Oh, ein Grab Ja, meine alte Tante Lilly Gott hab sie selig Die hat damals Das war doch da in der großen Stadt Nein, 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 nein Danke, danke Aber das geht tatsächlich Ne, passt Danke, ich frag weiter Ey, ihr drei Ich suche ein Grab hier in der Nähe Dir davon mal was gehört? Irgendein Grab, was geöffnet worden ist Oder so? Wegen dem Fluch? Oh, der Fluch Wir werden alle sterben Nicht hilfreich Gar nicht hilfreich Du schaust so aus, als würdest du aus einem Grab kommen Aber ich vermute, du sprichst nicht mit mir Wilhelm, kannst du mir helfen? Hast du von einem Grab schon mal was gehört? Ja, es gibt ja einen Grab Was? Es gibt einen Grab hier? Aber das ist schon ewig hier Und da geht niemand hin Das ist genau das, was ich suche Wo ist das? Es befindet sich ganz oben auf der Bergspitze Exakt südlich vom Fischer Auf der Bergspitze Exakt südlich vom Fischer Danke für den Tipp Da, da, da schaue ich gleich mal Das muss es sein Das muss safe sein Exakt südlich vom Fischer Der Fischer ist hier mit seinem Räucherofen Südlich ist Da Ein Grab in den Bergen Das schauen wir uns an Was nimmt man mit, wenn man Ein Grab aufsucht? Eigentlich irgendwas gegen Geister Habe ich irgendwas gegen Geister? Können wir vielleicht doch diesen Fischgräten-Talisman von der Hexe machen lassen sollen Vielleicht hilft er auch gegen Geister Wisst ihr was? Wir gehen einfach Wir gehen einfach Wir wollen ja nichts Böses Wir wollen eigentlich nur Wir brauchen Blöcke, um ein Grab zu verschließen Okay Steinbrocken nehmen wir mit Milch Was weiß ich was die Geister für Verzauberungen raushauen Feuer hilft sicher auch gegen Zauber Gegen Geister vielleicht Jetzt aber, jetzt aber wirklich Schauen wir, dass wir in die Berge kommen Exakt südlich vom Fischer Da liegt es, das Bergdorf Und es wird immer kleiner, desto höher wir den Berg Hinaufsteigen Da ist eine Ziege Solange die mich nicht runterschmeißt, darf die da oben rumlungern Exakt südlich Ich hätte gehofft, hier ist ein Grab Aber es ist nur eine Höhle Aber es ist schon schön Können wir auf die zur Farm rüberschauen Können wir die ganze Straße hier beobachten Ist gut, wenn wir wieder Räuber unterwegs sind Dann haben wir hier Können wir alles Mit Pfeilen bedecken Herzlich Willkommen An der Spitze der Welt Kein Grab gefunden Aber ich wäre exakt südlich Oder ist es auch Ich bin nur von der anderen Seite gekommen Oh, ist das creepy Da ist alles dunkel Dann gehen wir mal langsam rein Da sehe ich schon was Und man sieht auch eindeutig Dass das hier mal zu war Das hilft, wenn ich einfach nur zumache Lasst mal Lass uns mal reingehen Da liegt auf alle Fälle ein Kopf daneben Der sollte wahrscheinlich eher im Grab sein Noch jemand, der meine Ruhe stört Äh, nein, ich wollte gar nicht Ich, äh, warte mal Ich nehme mal kurz meine Waffe aus der Hand Ich wollte nicht die Ruhe stören Ich versuche eigentlich die Ruhe wieder herzustellen Bei uns im Dorf erscheinen nämlich in der Nacht immer Das habt ihr euch selbst zuzuschreiben Solange mein Kopf nicht an der richtigen Stelle ist Und die Grabbeigaben wieder im Sarg liegen Wird das Dorf keine Ruhe finden Äh, so ist das dein Kopf, der daneben liegt Ich hab's mir noch gedacht Ähm, was heißt so davon, wenn ich den Kopf schon mal an die richtige Stelle lege Wo mich dann auf die Suche nach dem Grabräuber mache Und den Grabbeigaben Die dir ja anscheinend fehlen Und irgendwer muss das ja hier auch aufgebrochen haben Ich kümmere mich drum Aber im Gegenzug lässt du das Dorf daweil in Ruhe Gott, tu das Ach dich auf und finde den Grabräuber Aber dauert es zu lange Halte ich den Fluch nicht mehr zurück Und das Dorf ist dem Untergang geweiht Ja, ja, ja Und da ist er auch schon weg Das war creepy Das war, das war gruselig Den Kopf an die richtige Stelle Okay Okay, wir machen da auf Es hilft nichts Da können wahrscheinlich Grabbeigaben rein Und hier Okay So Aber die Schere hat jemand Wolleschneider benannt Okay Das hört sich spannend an Ich werde mal damit anfangen im Dorf rumzufragen Ob jemand weiß vielleicht Wem das gehören könnte Damit gehen wir mal diesen wunderbaren Berg hinunter Und versuchen dabei nicht zu sterben Den ersten, den ich fragen werde, ist der Fischer Der konnte mir schon so viel helfen Der steht da schon Vielleicht weiß er auch jetzt eine Antwort Fischer Koko, was gibt es? Ey, folgende Frage Schau mal Ich habe hier einen Wollschneider Eine Schere mit dem Namen Wollschneider gefunden Weißt du zufällig, wem die gehört? Äh, nein Leider nicht Danke dir trotzdem Ich frage mal weiter rum Dann schauen wir mal eben flink zum Marktplatz vor Oh, die sind gerade alle auf dem Weg ins Bett Ja, dann, ähm Schauen wir mal, ob wir noch den einen oder anderen erwischen Sag mal, kannst du mir vielleicht Nein So wie es ausschaut, sind alle ins Bettchen Ich lege mich auch hin Und wir fragen sie morgen einfach nochmal Guten Morgen Sind die Dorfbewohner auch schon wach? Ja, wunderbar Dann schnappen wir uns gleich mal die Ersten Und fragen nach, wie es ausschaut Ey, guten Morgen Könnt ihr mir vielleicht sagen Wem das hier gehört? Ah, Kroko Das haben wir noch nicht gesehen Eine Schere namens Wollschneider Nein, aber vielleicht fragst du den Werkzeugschmied Der muss ja wissen Vielleicht hat er es sogar gemacht Okay, ja, mach ich Das ist eine gute Idee Danke Der Werkzeugschmied wird noch nicht am Arbeiten sein Aber vielleicht finden wir ihn Willem Bist ja doch schon am Arbeiten Grüß dich Sag mal, hast du diesen Wollschneider besagt Und weißt, wem er gehört? Oh ja Den habe ich geschmiedet Du hast die gemacht? Ja, ja Das erkennt ich sofort Weißt du auch für wen? Ja, die habe ich für den Für den neuen Schäfer Auf der Farm meines Opas gemacht Als kleines Meldkommensgeschenk Du bist ja klasse Dann danke dir Dann weiß ich Bescheid Auf der Farm meines Opas also Alles klar Düsen wir hin Zur Farm düsen wir wieder oben raus Aus dem Dorf Vorbei an der wunderbaren Statue Zu Ehren der Broken Dites Einmal am Vorbeigen in den Briefkasten checken Keine neue Post Und dann nichts wie raus aus dem Dorf Und über die Berge Zur Farm Ich komme gerade hier den Weg runter Was sehe ich da? Sieht mir irgendwie aus Wie ein Kampfort Pfeile liegen rum Blutspritze Irgendwas ist hier passiert Wir haben aber eine Mission Wir müssen unbedingt unser Dorf vor dem Fluch befreien Und den Grabräuber finden Mir scheint auf der Farm sind sie auch fleißig am Arbeiten Er kommt seiner Arbeit nach Der Steinmetz ist auch fleißig Und da hinten haben wir ihn ja schon Den Schäfer Ich grüße dich Schäfer Sag mal Ist das deine Schere? Ja Wie wunderbar Wo hast du die denn gefunden? Im Höhengrab in den Bergen Achso Äh Sein Teil ist das wohl nicht meine Jetzt macht keine Faxen Ich weiß dass es deine ist Niemand sonst nennt seine Schere Wolleschneider Und der Schmied hat mir bestätigt Dass er sie für dich gemacht hat Äh Ja und wenn schon Weißt du dass du mit deinem Grabraub Einen Fluch auf das Bergdorf losgelassen hast? Da tauchen jetzt jede Nacht Geister Aus einem fremden Biom auf Oh nein Das wollte ich nicht Wusste ich auch nicht Das müssen wir verhindern Wir müssen gar nichts Ich hab schon genug gemacht Du musst einfach die Grabbegaben Die du gestohlen hast zurückbringen Und dann ist alles wieder gut Äh Gibt es nur ein Problem? Und das wäre? Ich bin von Wegelagern überfallen worden Und die haben mir alles genommen Na gut Na gut Ich hol es zurück Wo finde ich diese Halunken? Ich weiß es nicht Aber ich konnte denjenigen Der mir meine Sachen abgenommen hat Verletzen Vielleicht gibt es dort eine Blutspur Ja Blut hab ich da oben schon entdeckt Ich geh mal nachschauen Alter Jetzt mach ich schon wieder die ganze Arbeit Aber wir wissen ja alle Ich mag das Dann sausen wir geschwind an den Ort des Geschehens hinauf Und schauen mal ob wir diese besagte Blutspur finden Da sind wir Blut ist überall Und es führt wirklich eine Spur hier weg Wir sind hier oben an den Hügel entlang Wahrscheinlich irgendwie hier durchs Wasser durch Ich geh mal da ein Stückchen nach oben Da Habt ihr das gesehen? Da bewegt sich jemand Da sind die Wegelagerer Die schnappen wir uns Vier Stück Schild Helm auf Und ich glaube ich wurde schon entdeckt Komm Drauf, 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 drauf Ja, hallunken hier Wegelager Eindeutig die richtigen erwischt Da ist Blut Da ist eine Höhle Au Schaut mal was da für einer ist Oh Boah Boah, der haut ja rein Boah Der war nicht ohne Okay, aber er wäre geschafft Schauen wir mal was wir da drin finden Kiste Da ist ja noch einer Drauf Gnade, Gnade Kannst du haben Aber im Gegenzug bekomme ich die Grabbeigaben Die ihr dem Schäfer abgenommen hattet Ja, ja, natürlich Ja, bitte Alles habe ich gesagt Ja, konnten wir ihn nicht abnehmen Mit der Rüstung und dem goldenen Apfel ist er geflohen Das hört sich ja mal interessant an Jetzt schau, dass du verschwindest Ehe ich es mir anders überlege So wie es aussieht Hat uns der Schäfer nicht ganz die Wahrheit erzählt Wir werden dem definitiv mal auf den Grund gehen müssen Noch Memorals Das gefällt Und Fleisch Und ein Ei Ja, fantastisch Klasse Ich würde sagen, wir stellen den Schäfer zur Rede Boah, habe ich gerade einen Herzinfarkt bekommen Alter, die Creeper Boah Ey, so erschrocken habe ich mich glaube ich noch nie in Minecraft Und einen wunderschönen guten Morgen aus der Mühle Lass uns schon herrüber springen zum Schäfer Mal schauen, was er zu sagen hat Und? Hast du alles bekommen? Jetzt habe ich genug von deinem Spielchen Wo ist der Rest? Lüg gar nicht erst Ich weiß, dass du damit davongekommen bist Das kann ich nicht sagen Doch, das glaube ich schon Nein, 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 bitte nicht Wieso nicht? Ich, ich brauche das Geld Welches Geld? Ich habe den goldenen Apfel im Aschdorf verkauft Ich brauche viel Geld für die Heilung meiner Frau Sie ist leider sehr krank Und kann nur noch kein magischer Heiler wieder gesungen werden Die sind aber so teuer Da reicht die Arbeit auf der Farbe nicht aus Wie viel brauchst du denn? 128 Emeralds Und wie viel hast du für den goldenen Apfel bekommen? 96 Stück Und für die goldene Rüstung? Noch nichts So viel konnte ich nicht auf einmal verkaufen Das mache ich erst nächste Woche Nein, 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 nein Wisst du nicht Du sagst mir jetzt an, wen du verkauft hast Und ich hole den Apfel zurück Danach bekommst du von mir 32 Emeralds Aber du verrätst mir, wo die Rüstung ist Und weh, du erzählst mir nicht die Wahrheit Ich, ich sage die Wahrheit Ganz sicher Frank-Gendorf, er ist im Ostdorf Ihm habe ich den Apfel verkauft Okay, im Ostdorf also, ja Und wie, da mache ich mich auf den Weg Aber wisst ihr was? Ich würde sagen, heute könnten wir mal eine Runde den alten Gaul ausreiten Wenn wir schon hier sind Wie schaut es aus? Hast du Lust auf eine kleine Reitour? Na, Logo Jupp, Zaumzeug haben wir auch hier Eine Leine zum Anleihen Los geht's! Ab ins Ostdorf mit uns Und da ist das Ostdorf auch schon Am Rathaus lässt sich der alte Gaul hervorragend anbinden Ich komme wieder feiner Ja, ich muss nur mit dem Dorfältesten sprechen Dorfältester, ich grüße dich Sag mal, war der Schäfer von Opas Farm bei dir? Ja, der Schäfer war hier Oder hat er dir einen goldenen Apfel verkauft? Woher weißt du das? Ich brauche den goldenen Apfel wieder Er gehört zu einem alten Grab im Bergdorf Wenn er nicht wieder dorthin kommt, bleibt das Dorf verflucht Verflucht? Oh weia Natürlich kannst du ihn haben Wenn du mir dafür nur einen kleinen Gefall tun würdest, wäre super Na klar, kann ich machen Das Ostdorf braucht schon lange funktionierende Tore Kannst du dich darum kümmern? Materialien solltest du genug in unserem Lager finden Na klar, ich mache mich sofort ans Werk Na, ach und eins noch Ja? Der Schäfer hatte noch eine goldene Rüstung dabei Ich konnte sie nicht sofort kaufen Deswegen verließ er das Ostdorf in Richtung Nordwald Das wunderte mich, da er eigentlich zur Farbe zurück müsste Ich bin ihm also zu einer Höhle gefolgt Ich bin nicht hinein Als er einige Zeit später wieder herauskam Hat er ja keine Rüstung mehr dabei Okay, das ist ein guter Tipp Wofür finde ich denn diese Höhle? Das habe ich gesagt, auf nördlicher Höhe unserer Kirche Ich habe den Eingang mit zwei Fahnen markiert Fahnen oder Fahne? Fahnen Oh okay Das wächst auch fast nicht im Nordwald Ne, ist gut Cool, dankeschön Ich schaue mich nachher mal an Aber zuerst kümmere ich mich natürlich direkt um den Bau Ich habe mir diese Grabbeigaben noch nie genau angeschaut Einen verzauberten Goldapfel und ein Zeremonieschwert Na, was man halt so mitnimmt ins Grab Braucht mal nix, wenn ich ehrlich bin Blöcke Oh, jede Menge Holz Steine Und wie schauen die aus? Okay Ich habe da einen Plan Lasst mich mal Tore zimmern Wir haben eins hier Richtung Westen Oh, wir haben vier Richtung Norden, Richtung Süden und Richtung Osten Vier Tore Wir müssen uns ranhalten Machen wir Er will raus, aber darf nicht Ich habe die Tore so gebaut, dass die Dorfbewohner in einem Dorf auch sicher sind Zwei stehen schon Das Tor Richtung Westen Das Tor Richtung Norden Das Tor Richtung Süden Entschuldigung Ich versuche da ein bisschen Varianz reinzubringen Jetzt machen wir noch schnell Richtung Osten und Richtung Norden Und dann können wir uns auch schon wieder unserer Hauptaufgabe widmen Die Tore stehen Dankeschön Viel Erfolg weiter Ja, den brauche ich Dankeschön Ihr fragt euch, warum genau das hier einen Steinturm bekommen hat Naja, ganz einfach Schaut mal Das hier ist aus meiner Sicht definitiv eine der am schwersten zu verteidigenden Stellen Wenn die durch den Wald kommen Ganz schwierig Da braucht man eine ganz gute Position Aber genau in diesen Wald werden wir jetzt rein spazieren Mal ehrlich gesagt Denn auf der Höhe der Kirche Richtung Norden finden wir eine Höhle Okay, von hier sehe ich noch nichts Aber wir werden dahinter laufen Hier wollen die Holzfäller Die sind wahrscheinlich schon wieder fleißig am Arbeiten Und wir schleichen uns aber an den Holzfädern vorbei In Richtung Norden So, ich würde sagen, wir gehen jetzt weiter hin Oh Danke, danke Und irgendwo bei den Fahrenden Na super Er hat zwei Fahrende Positionen Ey, ist ja ein Scherzkick Es sind überall Fahrende Wir suchen eine Höhle auf der Höhe der Kirche Ich denke, ich bin ungefähr auf der Höhe der Kirche Das könnte eine Höhle sein Und es wären zwei Fahrende Es schaut zwar nicht nach viel aus Wir schauen aber mal rein, ob das die richtige ist Gut, da ist wohl Sackgasse Nein, es geht weiter Oh, das sieht mir sehr verdächtig nach etwas aus Was mich umbringt Ernsthaft? Ist es jetzt eine Parcours-Strecke? Kann es sein? Also wir Dann sind wir höchstwahrscheinlich in der richtigen Höhle Wo geht es denn hier lang? Auch nur irgendwie weiter Dem legen wir uns nicht an Satt gegessen Helm auf Es kann losgehen Eigentlich Bin ich im Parcours mittlerweile geübt Aber wenn so viel Lava da ist Und bin ich immer aufgeregt Raus, 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 raus Da vorneweg Wir schaffen es, 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 wir schaffen es Puh, wir brauchen eigentlich Essen, Essen, Essen Eineinhalb Herzen. Da leidet die Rüstung. Okay, nochmal. Hepp. Hepp. Und jetzt. Ja, geschafft. Dann darüber. Auch geschafft. Darauf. Ja, und jetzt in diese Richtung. Er hat ernsthaft die Rüstung hier versteckt. Perfekt, wir sind wirklich auf dem richtigen Weg hier. Vier Stück rein theoretisch machbar. Rein praktisch etwas, wovon ich die Finger lassen sollte. Hepp. Und hepp. Und gleich haben wir die Rüstung. Puh. Okay. Dann sammeln wir sie einfach mal ein. Zeremonierüstung. Okay, ich glaube, wir haben alle gerade jetzt beieinander. Und da müssen wir jetzt zurück. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Ich kann nicht zwei hoch springen. Wartet. Wartet, 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 wartet. Ich habe was übersehen. Da war. Habt ihr gesehen, wie gut ich jetzt schon war? Man bekommt Übung. Hier. Da war doch was. Ich dachte mir gerade noch. Oh. Hätte ich da auch rein können? Nein, ich bin da runtergefallen. Nein, rein hätte ich nicht können. So. Einmal raus hier. Und dann können wir die Grabbeigaben eigentlich schon zurückbringen. Aber für den Fall, dass der Schäfer uns die Wahrheit erzählt, was wir ihm jetzt auf alle Fälle mal zugestehen. Dann braucht er noch 32 Emeralds für seine Frau, um sie zu heilen. Und wir haben gerade bei den Räubern auch wieder so viel bekommen. Ich glaube, wir können ihm 32 Emeralds vorbeibringen. Also dann düsen wir zur Farm. Schäfer, schau mal. Hier sind deine 32 Emeralds. Oh, danke. Die Rüstung habe ich. Schon gut. Ich habe die Rüstung schon gefunden. Wie habt ihr? Das spielt keine Rolle. Wichtig ist jetzt nur, dass ihr euch um eure Frau kümmert. Dankeschön für eure Hilfe. Ja, gerne. Alles Gute. Und wir haben jetzt noch eine wichtige Aufgabe zu erledigen. Wir bringen diese Grabbeigaben so schnell wie möglich zurück ins Grab, damit wir diesen Fluch endlich loswerden. Und da sind wir auch schon im Bergdorf. Jetzt nichts wie hinaufklettern auf den Hügel. Ich glaube, wir können von hier vielleicht sogar rüber. In irgendeiner der Höhlen will ich auch mal begraben werden. Dann mal nicht sie rein da und die Grabbeigaben zurückbringen. Wer wagt es meine Ruhe? Ach, ihr seid es. Ich habe alle eure Grabbeigaben wiedergefunden. Legt sie hinein, verschließt mein Grab und ich werde Wort halten. Der Fluch soll euch nicht mehr treffen. Dann machen wir genau das. Machen wir genau das. Einmal hier öffnen. Und dann legen wir einfach in die eine Kiste. Einen Teil rein und dann in die andere Kiste den anderen Teil. So, klappe dicht. Und dann als allerletzte Tat natürlich die Brocken hier einsammeln und das Grab wieder verschließen. Damit ist das Bergdorf mal wieder gerettet und der Fluch vom Dorf abgewendet. Guten Morgen! Ein neuer Tag im Bergdorf. Und das Erste, was wir tun, wir gehen hinüber ins Rathaus und besorgen uns eine neue Aufgabe. Aktuelle Einwohnerzahl 30. Perfekt. Verwalter! GroKo ist da! Servus! Grüß dich, GroKo! Die Nahrungsverräte in unserem Dorf schwinden! Ja, ich weiß, die gehen ein bisschen zurück, aber ich glaube, es ist noch nicht so dramatisch. Wir brauchen aber eine bessere Nahrungsquelle für unser Dorf. Okay, was schlägst du vor? Kannst du die Metzgerei wieder aufbauen und vielleicht gleich ein paar Schweine auf der Farm deines Opas besorgen? Ja, meinst du nicht, dass wir vielleicht irgendwo... Alles klar, ich verlasse mich da auf dich. Fällst du mir wieder ins Wort, ich merke schon, Vorsicht. Und, 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 kümmere dich mal wieder um die Steuereinnahmen. Oh ja, die habe ich schon eine Weile nicht mehr gecheckt. Ich, ich schaue mal, was sich machen lässt, okay? Wir kriegen das schon alles irgendwie auf die Reihe. Steuereinnahmen, oh, wir haben einen Stadtschreiber, ich grüße dich. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe ja schon Jahrhunderte nicht mehr Steuern gecheckt. Fast 10 Stacks. Boah, ich würde sagen, da hat der Verwalter und ich uns jeweils einen Stack verdient und der Rest geht in die Dorfkasse. Das ist ja, boah, aber das ist super, da können wir gut Materialien kaufen. Wir brauchen das, wenn wir das ganze Dorf hier neu im Glanz erstrahlen lassen wollen. Wir sollen uns um die Metzgerei kümmern. Die Metzgerei steht hier unten. Metzger arbeiten da auch schon. Hm, ich würde sagen, wir kaufen uns ein paar Rohstoffe zusammen und dann bauen wir die wieder auf. Weiße Keramik. Das Gute ist, Keramik können wir jetzt einkaufen. Und Emeralds haben wir mehr als genug. Einen für mich, einen für den Verwalter. Kommt natürlich in die Kiste vom Verwalter. Und dann nehme ich gleich mal welche zum Einkaufen mit. Zwei Stacks sollten es tun. Die Steinmetze für die ganze Keramik wohnen hier oben. Und bei der Gelegenheit sehe ich gleich mal, dass der Briefkasten oben ist. Post für GroKo vom Opa, GroKo. Das ist gut. Ich kaufe erst ein und dann lesen wir den Brief vom Opa. Guten Tag, ich bin mal wieder da. Um ein bisschen... Sollen wir weißen Terrakotta kaufen? Ich würde eher gerne mit einer anderen Farbe arbeiten. Eine Metzgerei in gelb. Haben wir schon was in gelb gebaut? Ich glaube hier vorne. Ja, da haben wir schon ein bisschen mit gelb gebaut. Aber das ist in die andere Ecke. Das passt, glaube ich, ganz gut. Ich hole noch mal ein bisschen gelb. Dann bringe ich meine Emeralds bei mir noch ins Haus und dann lesen wir den Brief vom Opa. Servus, GroKo. Ich bräuchte mal wieder deine Hilfe auf der Farm. Meine Arbeiter kommen mit den Feldern nicht hinterher. Kannst du einmal alle Felder ernten und neu bestellen? Außerdem habe ich noch kistenweise Weizen im Lager. Kannst du dafür einen eigenen kleinen Getreidespeicher bauen? Lass mich gerne wissen, was du als Belohnung gebrauchen kannst. Liebe Grüße, dein Opa. Bauaufträge und Arbeiten vom Opa? Gut, dass wir heute nicht ganz so viel zu tun haben. Wir haben nur ein Gebäude im Dorf zu bauen und aktuell keine neue Mission vom König direkt. Das heißt, wir können uns wirklich daran machen, beim Opa auf der Farm ein bisschen auszubauen. Und nebenbei einen kleinen Schweinedeal aushandeln. Schließlich sollen wir noch Schweine für die Metzgerei besorgen. Wir brauchen mal eine Schule. Lauter Kinder, die hier rumlaufen. Wenn ich ein Silo bauen soll, brauche ich Rohstoffe. Das heißt, wir nehmen ein paar Rohstoffe mit. Lassen aber den Terracotta hier, weil den brauche ich dann erst wieder, wenn wir hier bauen. Brief ist dabei. Aufgaben haben wir alle bekommen. Und wir machen uns auf zur Farm des Opas. Einmal über den Pass. Und dann ist sie auch schon da. Die gute Farm. Einer meiner liebsten Wege, muss ich sagen. Oh, ein Wachsoldaten hat sich die Farm auch schon geleistet. Nicht über die Felder. Aber wisst ihr, wenn wir schon hier sind, dann erledigen wir auch gleich unsere Arbeit. Und ernten alle Felder ab und bestellen sie neu. Den ganzen Tag Feldarbeit. Da kommt man gut ins Schwitzen. Aber man weiß immerhin, was man gemacht hat. Und solange sich Opa freut, ist auch alles gut. Gut. Noch schnell alles in der Kiste hier verstauen. Ganze rote Beete. Und schaut mal, wie fleißig wir waren. Eine ganze Doppelkiste bis auf zwei Slots gefüllt. Ich hau mich aufs Ohr. Es ist wieder Morgen und höchste Zeit dafür, dass wir einen Platz für das Silo finden. Gehe dafür nochmal ein kleines Stückchen in den Hügel rauf. Dann haben wir nämlich einen schönen Blick auf die Farm. Und stellen dabei nach längerem Hinsehen und Drumherumrennen fest, dass nicht wirklich Platz ist. Ich meine, wir könnten hier was hinquetschen. Ich möchte so ein Nahrungssilo nicht an den Rand stellen. Das finde ich irgendwie doof, weil der ja mit die wichtigsten Rohstoffe quasi aus der Farm speichert. Also wirklich, 100% sehe ich keinen Platz. Was ich allerdings sehe, ist, dass ich etwas nicht sehe. Wo sind denn die Schweine? Ähm, ich grüße dich. Ich brauche dringend ein paar Schweine von dir für die Metzgerei im Bergdorf. Das ist ja alles schön und gut. Aber vielleicht ist dir aufgefallen, dass ich aktuell nicht ein einziges Schwein habe. Ja, das ist mir durchaus aufgefallen. Warum ist das so? Ich muss das Gatter letzte Nacht vergessen haben. Und da sind alle ausgebüxt. Leider habe ich keine Ahnung, wo sie sein könnten. Und vom Spuren lesen verstehe ich nicht viel. Okay. Okay, weißt du was? Hm, ich habe eine Vermutung, wo sie sein könnten. Ich würde dem einfach mal nachgehen. Und wenn ich die Schweine aufrabe, sagen wir mal, eine Hand wäscht die andere. Vielleicht können wir dann über die Schweine fürs Bergdorf reden. Das ist lieb von dir. Hier ist eine Liste mit allen Schweinen, die entlaufen sind. Eine Liste mit Namen. Franzel, Schorsch, Margarete, Pepper, Bodo, Udo, Rosel. Okay. Ich kenne alle Schweinennamen. Wir schauen mal, ob wir alle Schweine auftreiben. Da fällt mir aber ein, wenn wir Schweine holen gehen, sollten wir auf alle Fälle etwas mitnehmen. Das gehen wir hier rein. Und wir nehmen Kartoffeln mit. Damit können wir sie locken. Ich hatte gesagt, ich habe eine Idee, wo die Schweine sein könnten. Denn, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, wir hatten ja den guten Edgar zu Gast. Ja, den einzigen war Edgar von Paluten. Was? Ihr kennt die Folge nicht? Oben rechts blende ich es euch ein. Wenn ihr die Folge noch nicht gesehen habt, wo Paluten Edgar vorbeigebracht hat, schaut sie euch an. Wir hatten ihn zu Gast und der hat alle Schweine angestachelt und ist mit ihnen hier Kartoffeln klauen gegangen und dann ab durch die Mitte gedüst. Wir hatten damals, genau, eine Kartoffelspur, die es noch immer gibt, wie es ausschaut, die sich dann in den Wald hinein zog und ganz, ganz weit reichte. Und ich möchte jetzt den Ort aufsuchen, wo Edgar damals mit den Schweinen hingelaufen ist. Weil ich habe so die Vermutung, dass sie sich wieder in die gleiche Richtung verzogen haben. Ja, hier hat sich schon einiges verändert, denn dort waren früher gar nichts und jetzt ist das alte Räuberlager hier. Und wir haben das erste Schwein gefunden. Das sagt mir doch, dass ich mit meiner Vermutung absolut richtig liege. Schorsch! Ey, wir haben Schorsch schon mal gefunden. Ich suche aber erst den Rest und komme dann hier zurück, weil ich weiß, dass das hier ein sehr, sehr guter Ort ist, von dem man aus mal nicht auspüxen kann. Schorsch, ich bin gleich wieder da. Bisschen vor... Oh, schau mal, wen haben wir da oben? Da haben wir noch ein Schweinchen. Wenn ich richtig gezählt habe, müssen wir sieben Schweinchen auftreiben und haben jetzt schon Nummer 2, Franzl. In der Nähe der Burg, wie ich sehe. Du, komm mal mit. Geh mal da ein bisschen runter, weil ich habe ein bisschen Schiss, dass du da oben verloren gehst. Ich hätte mal Leinen mitnehmen müssen. Komm, Franzl, wir gehen den Rest suchen. Franzl, ich komme gleich wieder, weil das... Wenn die Schweine wirklich hier drin sind, dann ist das nicht lustig. Ich sehe erst mal gar nichts, aber wir müssen da reinschauen. Fast der Enderman angeschaut. Oh, direkt neben dem Creeper gelandet. Da sind noch zwei. Ein Kollege schaltet seinen Kollegen aus. Sehr schön. Skelett, ich bin halt überhaupt nicht für so eine Tour ausgerüstet. Wenn ich gewusst hätte, was ich machen muss, hätte ich ja ein Schild mitgenommen oder einen Bogen. Ein bisschen blau eigentlich mal wieder von mir. Skelett. Schade, fast hätte ich einen Bogen bekommen. Aber weit und breit keine Schweinchen. Da ist ein Lagerfeuer. Oh, wer ist denn hier? Das ist Johnny. Oh, und die Creeper sind heute mehr oder weniger auf meiner Seite. Kennt ihr Johnny? Johnny hat die Schweine entführt. Wenn ihr einem Vindicator den Namen Johnny gebt in Minecraft, würde er alles angreifen. Außer seiner pillischer Kollegen. Aber ansonsten greift er alles an und haut alles kurz und klein. Und genau dieses Schicksal hatte er wohl mit diesen Schweinchen vor. Oh nein. Oh nein. Und er hat ein Schwein erwischt. Wir sind zu spät. Odo, Pepper und Udo. Wer fehlt noch? Die Rosel haben wir noch nicht entdeckt. Und die Margarete. Oh nein. Oh nein. Vielleicht hat er auch beide erwischt. Ich schaue mal kurz noch in der Höhle, ob ich jemanden finde. Aber vielleicht ist ein Schweinchen weiter. Oh nein. Johnny ist einfach brutal. Probiert es in euer Vanillamap mal aus. Nehmt mal einen Vindicator Johnny und schaut, was passiert. Aber hier sehe ich kein einziges Schwein bisher. Ich würde sagen, wir bringen die Schweine jetzt zurück, die wir gefunden haben. Dann müssen wir dem Schweineherrteil von der traurigen Nachricht berichten. In der Nacht dürfen wir auf keinen Fall da raus. Da werden wir und alle Schweine gefressen. Ist doch nicht der beste Ort zum Übernachten, aber Johnny hat es auch geschafft. Weiß noch nicht, wie ich mit den Creepern umgehen soll. Wir dürfen jetzt auf keinen Fall explodieren. Okay. Entschuldigung, Udo. Entschuldigung, Bodo. Die haben wohl schon etwas gelitten. Wir müssen hier raus. Kommt schon. Natürlich. Ich habe natürlich auch noch den Enderman angeschaut. Aber hier bin ich weitestgehend sicher vor dem Ding. Einmal die Füße klopfen. Und er ist Geschichte. So, jetzt Schweinchen. Jetzt aber raus mit uns. Aber hier ist noch eine Höhle. Checken wir mal, dass da niemand drinnen ist. Hat das gehört? Wann ist die Schweine draußen? Vielleicht. Ist das da unten? Schaut mal. Da ist noch ein Schwein. Margarete. Oh nein. Dann hat es Rosel erwischt. Margarete, schau mal. Weglaufen ist eine ganz doofe Idee. Wenn wir jetzt noch Schorsch einpacken, dann haben es immerhin sechs von sieben Schweinen geschafft. Und in meiner Opo dann keines. Oh mein, schau die süß aus, wenn die laufen. Schorsch. Die sind ja so süß. Schaut mal, wie die drinnen. Ey, stopp, 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 Margarete. Hier lang. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sehr gut. So, ihr feinen Schweinchen. Schaut mal. Da seid ihr auch schon wieder auf der Farm. Nicht davon laufen. Am Ende hat Johnny sie da rausgerollt. Ich würde ihm das zutrauen. Oh, Johnny. Warum hast du kein Gewissen? Ja, dann kannst du dich... So, da wären wir wieder. Alle Schweine rein da. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ihr wisst, wie das läuft. Hier ist eure Belohnung. Kartoffeln für alle. Und ich werde dem Schweinehirten berichten. Hey, Schweinehirte. Ähm, Johnny hat sie entführt. Oh, Johnny. Warum hat der kein Gewissen? Ja, der... Der hat die entführt. Und... Was soll ich sagen? Rosel hat es nicht geschafft. Er hat Rosel bereits geschlachtet. Oh, die arme Rosel. Aber alle anderen sind sicher wieder zurück. Sag mal, ähm, ich brauche immer noch Schweine. Du hast ja gemerkt, wie traurig ich wegen Rosel bin. Ich kann dir keine Schweine verkaufen. Gerade auch nicht zum Schlachten. Ja, ich verstehe schon. Aber warum schlachtet ihr die denn nicht? Warum gebt ihr den Schweinen alle Namen? Dein Opa hat sein Edgar hierbei. Schied aus der Schweineschlachtgeschäft auszusteigen. Das höre ich gern. Seitdem bilden wir hier die besten Schweine des Landes für den Schweinecup aus. Das finde ich wirklich super. Oh, ich würde auch gern mal so ein Rennschwein testen, um ehrlich zu sein. Aber wie löse ich denn jetzt mein Nahrungsproblem im Bergdorf? Wie könnt ihr denn bitte ein Nahrungsproblem haben, wenn hier unglaublich viel Weizen ist? Ja, Weizen können wir halt in erster Linie nicht essen. Äh, das stimmt. Aber, aber wenn ich im Bergdorf einfach eine Bäckerei baue, dann kann ich alle Bewohner mit Broten versorgen. Und meines Wissens mögen sie das sowieso viel lieber. Okay, ich muss unbedingt dem Opa schreiben. Dann nehme ich einfach den Notizzettel, den ich von dir habe. Ich schreibe dem Opa, kümmere du dich um deine Schweine. Sag mal. Ja? Wenn du den Brief zum Briefkasten hochbringst, dann nimm doch ein Rennschwein. Da kannst du mal eins ausreiten. Oh ja, ich komme morgen in der Früh mit einem Brief. Ich schreibe den, lahme mir ein Rennschwein aus, düst zum Brief. Das machen wir. Ey, jetzt schreiben wir den Brief und dann schlafen wir. Und morgen in der Früh reiten wir den mit einem Rennschwein zum Briefkasten. Das habe ich auch noch nie gemacht. Denn da ist nicht etwas Schönes ist, worauf ich mich morgen freuen kann. Aber zuallererst einen Brief schreiben. Lieber Opa. Die Felder sind bereits bestellt, aber ich habe mir die Farm angeschaut und es gibt sehr wenig Platz für ein Getreidesilo. Ich habe allerdings die perfekte Idee. Wenn du das Getreide zu einem guten Preis an das Bergdorf verkaufen könntest, baue ich dort eine Bäckerei. Du hast einen neuen Getreidehandelspartner und meine Bewohner haben immer genug zu essen. Zusätzlich rettest du einigen Schweinen das Leben, denn eigentlich soll ich eine Meckzikerei bauen. Aber mit deiner Hilfe schaffe ich es sicher, den Verwalter zu überzeugen, dass eine Bäckerei noch besser ist. Lass mich wissen, wie du die Idee findest. Liebe Grüße, Enkel Kroko. Guten Morgen, guten Morgen. Der Brief für den Opa muss noch signiert werden. Brief für Opa. Und dann müssen wir ihn flink zum Briefkasten bringen und dafür dürfen wir ein Rennschwein nehmen. Guten Morgen, Schweineherde. Guten Morgen. Zaumzeug und Sattel findest du hier in der Kiste. Haha, du weißt genau, warum ich da bin. Mega gut. Sattel. Oh, Zaumzeug. Sehr gut, sehr gut. Rüben. Einer Belohnungsrübe, natürlich. Und da müssen wir nur überlegen, welches Schwein wir nehmen. Schorsch, Udo, Margarete, Pepper, Bodo und Franzl. Franzl, Franzl, los geht's. In die Offhand hier, zack. Ui, und los geht's, Franzl. Los geht's. Schaut mal, wie süß der losläuft. Und jetzt flitzt er. Ein absolutes Rennschwein. Ob's bei Schweinen wie bei Pferden schnellere und langsame Typen gibt. Und nochmal Vollgas. Oh, jetzt muss ich aufpassen, weil sonst geht meine Rute kaputt. Und dann komm ich nicht mehr zurück. Den Brief für den Opa hier in den Briefkasten gepackt. Zack. Der Postbrote holt ihn hoffentlich bald ab. Und wir düsen zurück. Wuhu. Ey, das macht Spaß. Und so süß schaut das Rennschwein aus. Schweine, ich bin wieder da. Okay, wie war's? Ich find's klasse. Dankeschön für die Möglichkeit. Also, ich geh jetzt ins Bergdorf und baue ne Bäckerei. Deine Schweine wird nichts mehr passieren. Mir hat der kleine Ausflug auf die Farm gut gefallen. Das war fast ein bisschen wie ein kleiner Kurzurlaub. Auch wenn das mit den Schweinchen ganz schön brutal war. Dieser Johnny hätte auch böse enden können. Ist doch jetzt aber nichts wie zum Verwalter. Ja, Groko. Was gibt es? Ich möchte keine Metzgerei bauen, sondern eine Bäckerei. Aber hör mir zu. Auf der Farm meines Opas gibt's mehr als genug Getreide. Wenn ich mit ihm einen guten Deal mache, dann läuft es deutlich besser wie die Metzgerei. Ja, mir ging es nur darum, das Nahrungsproblem in den Griff zu bekommen. Wie? Ist mir tatsächlich egal. Also, bist du einverstanden mit ner Bäckerei? Ja, ja. Von mir aus kannst du eine Bäckerei bauen. Perfekt. Da frag ich gar nicht, ich denk länger nach. Ich geh in eine Bäckerei bauen. Schritt 1. Gebäude abreißen. Während der Morgen wieder anbricht im Bergdorf, zeige ich euch die neue Bäckerei. Wie findet ihr sie? Eine ganz andere Hausform. Hier so einen kleinen Überhang. Direkt am Feld. Das Feld ein bisschen erweitert. Den Arbeitsblock hier reingerückt. Einen wunderschönen Backofen, wo man die Brote hier schön reinschieben kann. Feuereinheizen. Natürlich einen Ort, an dem Feuerholz gelagert wird, den wir ein bisschen ausleuchten sollten. Nur für den Fall der Fälle. Auch wenn der Ort seine eigene Bewachungsperson da hinten drin hat. Und im Innenraum habe ich nochmal die Arbeitsblöcke der Metzger, die hier unterstützend als Bäcker arbeiten, reingebaut. Und oben noch Platz für eventuell einen Schlafraum. Die Bäckerei würde stehen. Alles, was uns jetzt noch fehlt, ist die Zusage von Opa. Aus dem Grund gehen wir den Briefkasten checken und hoffen, dass Opa ein flinker Rückschreiber ist. Und was soll ich sagen? Der Hebel ist oben. Lasst uns geschwind schauen. Post für GroKo von Opa. Yes! Opa hat geschrieben. Dann schauen wir mal, was er schreibt. Servus, GroKo. Man merkt, du bist mein Enkel. Du hast immer gute Ideen. Die erste Lieferung Getreide geht auf mich. Vielen Dank für deine Arbeit. In Zukunft bekommt ihr das Getreide dann für den halben Preis. Liebe Grüße, dein Opa. Guten Morgen, Bergdorf. Wir haben eine wichtige Aufgabe zu erledigen. Denn wir haben hier ein Geheimversteck hier, bei diesem Baum. Und dort hinterlegt der König immer wieder geheime Nachrichten. Wir haben schon länger nicht mehr reingeschaut. Einfach mal überprüfen, ob was drin ist. Und natürlich ist was drinnen. Schauen wir mal rein, was der Bote des Königs uns zu sagen hat. Seid gegrüßt, Crocodile Andy. Der König bekam Grunde davon, dass einige eurer Bewohner mit der aktuellen Wohnsituation unzufrieden sind. Bitte kümmert euch schnell darum, nicht dass sich jemand wundert, wo ihr eure Zeit verbringt. Hilfe ist auf dem Weg. Ihr hört von mir. Der Bote. Die Bewohner sind unzufrieden mit der aktuellen Wohnsituation. Das kann nur an einer Sache liegen. Wir haben leider sehr viele kaputte Wohnhäuser. Gerade die Gebäude, in denen gearbeitet wird. Zum einen hier unser Gasthaus. Zum anderen natürlich die zwei Schmieden hier und hier. Der Fischer um die Ecke. All diese Gebäude habe ich schon wieder hergestellt. Es mangelt aber etwas an Wohnraum. Beziehungsweise an Wohnraum, der auch wirklich Dorfbewohner gerecht ist. Weil diese heruntergekommenen Gebäude, um die sollten wir uns wahrscheinlich kümmern. Aber wisst ihr was? In so einer Situation erstmal zum Dorfverwalter laufen und schauen, was es wirklich zu tun gibt. Den Verwalter finden wir natürlich im Rathaus. Wir haben aktuell 31 Bewohner. Und einen, der unbedingt hier durchs Fenster will. Immer. Ich lasse den hier immer rein. Verwalter! Grüß dich! Boko, gut, dass du hier bist. Einige Dorfbewohner haben sich über mangelnden Wohnraum beschwert. Wir sollten unbedingt fünf weitere Wohnhäuser fertigstellen. Puh! Fünf weitere Wohnhäuser? Das ist aber nicht gerade wenig. Ja, aber keine Sorge. Der König hat uns Unterstützung geschickt. Du musst also nicht alles alleine machen. Ein Meisterbaumeister sollte jederzeit eintreffen. Ein Meisterbaumeister? Ja, das ist übrigens eines der lustigsten Wörter, die es gibt. Oh, das hört sich wunderbar an. Allerdings, fang bitte schon mal an. Wir haben keine Zeit zu verschenken. Ja, ja, keine Sorge. Ich mache mich direkt dran. Überhaupt kein Problem. Und dann lasse ich mir gerne von einem Meisterbaumeister helfen. Dann sausen wir direkt mal los und schauen, welche Wohnhäuser wir heute ausbauen. Fünf Stück sind gewünscht. Ich habe da ein ganz spezielles im Blick. Das hier. Das wurde mal gesprengt von einer Bande Halunken. Wenn ihr euch die Folge anschauen wollt, ist es oben rechts verlinkt. Ich werde schauen, dass wir dieses Gebäude auf alle Fälle wieder in Schwung kriegen. Und ich würde gerne auch ein zweites direkt angehen. Ich denke, zwei könnten wir vielleicht schaffen, bevor der Meisterbaumeister eintrifft. Zwei Tage und teilweise Nächte. Aber das Gebäude steht. Das kehre mein Leben, um es euch aus einer anderen Perspektive zu zeigen. Ganz süß. Und ich mag diese Art von Türmchen dazu. Ich weiß, der eine oder andere wird sagen, hast du eine Kirche gebaut. Aber naja, ich finde das irgendwie ganz nett so. Die etwas reicheren Bewohner leisten sich auch kleine Türmchen. Mir gefällt es irgendwie. Wir schauen noch einmal kurz hinein. Denn es gibt gar nicht so viel zu sehen. Wir haben ein Bett in der unteren Etage. In der oberen Etage. Die Kisten für die Dorfbewohner. Einen Tisch. Und fertig. Damit wäre eines von zwei Gebäuden schon fertiggestellt. Und wir widmen uns demnächst nicht. Ich muss allerdings mal ganz kurz einen Dorfüberblick gewinnen. Und ich bin mir sicher, ihr seid auch neugierig. Was es alles im Dorf schon gibt und was noch ausgebaut werden muss. Ich bin auf die ganz andere Seite des Berges gestiefelt. Man kann nur bei gutem Wetter bis hier rüber schauen. Aber jetzt schaut doch mal. Das hier sind alle Gebäude, die noch repariert werden müssen. Sind noch ein paar, aber ich finde, wir sind auf einem guten Weg. Welche Gebäude haben wir denn schon fertiggestellt? Das ist einmal hier unten Schmiede 1 und Schmiede 2. Die Miene da drüben. Den Fischer hier. Die Bäckerei. Das Rathaus. Den Brogner ganz oben. Kirche. Die Taverne. Das Lager. Der Stall für die Pferde. Auch den Wachturm ganz oben dürfen wir natürlich nicht vergessen. Und ansonsten noch etliche Wohnhäuser. Und über allem wacht die Golem-Statue. Ihr seht also, wir machen einen guten Fortschritt, aber wir haben immer noch Gebäude, die wir reparieren müssen. Suchen wir uns eins raus. Vielleicht das da. Und reparieren's. Ich war schon fertig mit dem Gebäude. Dann habe ich nochmal umgebaut. So ist es jetzt wirklich cool. Hinten ein bisschen größeres Haus. Vorne ein kleineres, was so rauskommt quasi. Einen kleinen Anbau seitlich, der übrigens sehr, sehr cool ist, weil man hier drin schlafen kann. Ich habe nur ein Bett, weil da steht ein Bett drin. Mir geht nicht die Wolle ausgegangen. Und noch ein Obergeschoss. Also hier können wir definitiv noch ein Bett reinsetzen. Das können wir eigentlich austauschen und hier noch eine Sitzecke reinbauen. Finde ich gut. Damit steht das zweite Haus für heute auch schon. Und ich habe weit und breit noch keinen Meisterbaumeister gesehen. Sollte der nicht schon längst auf dem Weg sein? Ich gehe mal zum Walter und frage ihn, ob er irgendwas weiß. Also langsam mache ich mir Sorgen. Walter! Sag mal! Ich habe schon zwei Häuser fertiggestellt und der Meisterbaumeister ist immer noch nicht da. Ja, das verstehe ich auch nicht. Er sollte schon längst da sein. Und wo sollte er denn kommen? Ich mache mir Sorgen und würde mal nach ihm schauen gehen. Irgendwie aus der Richtung vom Steinbruch, soweit ich weiß. Er wollte dann auch gleich ein paar Steine mitbringen. Steine mitbringen hört sich gut an. Du, ich gehe mal nachschauen. Ähm, und wenn er in Schwierigkeiten steckt, bringe ich ihn natürlich her. Oh, weia. Ich hoffe, da ist nichts passiert, aber eigentlich ist es im Moment alles sicher. Er hat uns schon lange keine Räuber mehr oder ähnliches. Wir gehen trotzdem nachschauen. Wenn wir Richtung Steinbruch gehen, nehmen wir ein paar mehr Emeralds mit. Ich musste für den Hausbau hier oben schon wieder einige ausgeben, um die blauen Steine zu kaufen. Das heißt, wir sollten schon, dass wir mehr Emeralds rankriegen. Und was ist da nicht am besten geeignet als eine kleine Trading-Tour? Wir kaufen ein bisschen was bei den Händlern dort ein und drehen dann vielleicht eine Runde über aus Ostdorf und verkaufen dann wieder. Ich habe Emeralds geholt aus dem Radruß. Es waren auch sehr, sehr viele da. Steuern kamen auch wieder rein. Sausen wir los. Steinbruch. Um zum Steinbruch zu kommen, nehmen wir, glaube ich, den perfekten Weg. Und der perfekte Weg führt immer über die Farm meines Opas. Ein Skelettwegelager. Bevor es das Dorf angreift, hauen wir es schnell um. Gut, dass ich das Skelett umhaue. Seht ihr was? Ich habe nicht ein bisschen mitgedacht. Wenn dem Meisterbaumeister was zugestoßen ist, dann sollte ich ein bisschen Rüstung mitnehmen. Also, sollte ich ausgerüstet sein. Das geht nicht mit diesen lapidaren Sachen, die ich da so habe. Nehmen den alten Bogen meines Opas mit. Und natürlich ein Stack Pfeile. Schild ist nie verkehrt. Und dann, denke ich, sind wir bereit, um loszuziehen. Einmal quer durch die Farm. Auf der anderen Seite ist nämlich die kleine Kapelle. An der kleinen Kapelle vorbei. Und wir kommen zum Steinbruch. Wir fragen gleich mal die Steinarbeiter, ob sie irgendjemanden gesehen haben. Sonne geht unter. Ja, das passt schon. Wer der Steinmetz? Ist hier zufällig ein Meisterbaumeister vorbeigekommen? Wie sieht denn ein Meisterbaumeister aus? Ja, das ist eine gute Frage. Aber ich vermute, er war mit einem Esel oder so unterwegs. Er wollte hier Steine kaufen und dann ins Dorf kommen. Ach ja, das muss der nette Herr von vorgestern gewesen sein. Der müsste schon bei euch im Ostdorf sein. Eure Leute hatten ihn doch abgeholt. Hoffentlich ist ihm nichts passiert. Moment mal, sagtest du Ostdorf? Ja, ja. Ihr habt ihn doch abholen lassen. Ich habe ihn abholen lassen. Ja, ja, richtig. Genau. Ich muss mal ganz flink los. Oh, aber zuvor schlafe ich bei euch noch eine Runde. Ja, mach das. Ostdorf? Da scheint aber was gewaltig nicht zu stimmen. Warum wurde der Meisterbaumeister ins Ostdorf gebracht? Er hätte doch zu mir ins Bergdorf kommen sollen. Ich glaube, wir müssen dem Ostdorf mal einen Besuch abstatten. Das einzig Gute ist, das Ostdorf liegt ja quasi auf unserer Route. Plötzlich wollten wir noch bei den Händlern ein paar Dinge zum Handeln kaufen. Guten Tag, guten Tag, guten Tag. Schauen wir mal ganz kurz. Halt, der, bei dem kann ich verkaufen. Und hier kaufen wir. Ja, mehr kaufe ich nicht, weil ich habe immer das Gefühl, das funktioniert nicht so gut. Ich komme danach noch mal zum Verkaufen. Jetzt aber schnell ins Ostdorf rüber. Einmal Ranch-Tolzchen. Und dann gehen wir hoch zum Marktplatz. Aber hier sehe ich weit und breit eigentlich, da hinten entsteht ein neues Gebäude. Warte mal, Meisterluxien. Okay, das sieht verdächtig aus. Ich spreche am allerbesten mal mit dem Dorfältesten, weil da scheint irgendwas nicht ganz zu stimmen. Wisst ihr, was ich glaube? Ich glaube, da hat sich jemand meinen Baumeister unter den Nagel gerissen. Oh, Krokodiler, schön, dass ihr da seid. Ja, ich glaube, das könnt ihr euch sparen. Dacht ihr dir ernsthaft, dass es nicht auffällt? Wofür spricht er? Wirklich. Ach Gott, es tut mir ja leid, aber ich habe das Gefühl, dass der König immer das Oslo vergisst. Und als meine Leute den Meisterbaumeister am Steinbruch antrafen und merken, dass er keine Ahnung hatte, da haben sie die Chance ergriffen. Schließlich brauchen wir dringend eine Taverne. Langsam, langsam, ihr habt den, okay, ich habe euch erst verstanden. Ihr habt den zu euch geholt, als ich es gemerkt habe, weil ihr einen dringend einer Taverne braucht. Ja, so ist das. Bitte verpfeift uns nicht. Nein, ich bin der Letzte, der euch verpfeift. Ich brauche allerdings den Baumeister dringend im Werkdorf. Pass auf, ich halte die Klappe und mit ein paar Emeralds lässt sich sicher auch das Schweigen des Baumeisters erkaufen. Natürlich, gute Idee. Hier ist ein Stack. Ich denke, das reicht. Perfekt, 34 Stück. Ich gehe mal mit dem Baumeister reden, das kriegen wir schon hin. Und wir brauchen die Taverne fertig. Keine Sorge, ich regle das. Schließlich liegt mir das Ostdorf ja auch am Herzen. Oh, danke, Kroko. Das sind wir so schlawiner. Aber hey, wer kann es in Übel nehmen? Irgendwie muss das Dorf ja auch vorangehen. Ich grüße euch, werter Meisterbaumeister. Ihr müsst Krokodile Andy sein. Man sagte mir bereits, dass ihr bald von eurer Reise zurück seid. Es ist mir eine Ehre. Die Ehre ist ganz meinerseits. Gut, dass dich meine Leute am Steinbruch angetroffen hatten. Leider gab es da ein kleines Missverständnis. Oh, ein Missverständnis? Ja, meine Leute vom Ostdorf vergaßen euch zu sagen, dass die Taverne hier nicht Teil des königlichen Auftrags ist. Ich wollte euch für die Dienste ein Stack Emeralds anbieten. Die eigentliche Aufgabe liegt nämlich im Bergdorf. Aber wie ich sehe, bin ich zu spät und ihr habt schon angefangen. Oh, das ist unpassend. Ich möchte keinen Ärger mit seiner Majestät. Und der König sagte ausdrücklich, ich solle mich beeilen. Nein, nein. Was der König nicht weiß und ihr wisst schon, ne? Puh, das beruhigt mich. Und zeitlich sind wir nicht im Verzug. Ich habe schon das ein oder andere Haus auf eigene Faust fertiggestellt. Ja, das hört sich ganz wunderbar an. Hier sind nämlich alle so nett und das Gebäude habe ich auch schon irgendwie lieb gewonnen. Ihr nehmt gerne eure wohlverdienten Emeralds, stellt die Taverne fertig und ich komme euch in ein paar Tagen abholen. Also der baut jetzt die Taverne hier fertig, aber das wird auch ein gutes Gebäude. Vor allem auch eine ganz anständige Größe. Ich bin gespannt, wie es fertig ausschaut. Was ich jetzt tue, ist den Handel schnell fertig treiben. Während er baut, kümmere ich mich um meinen Handel, dass ich an mehr Emeralds komme. Weil der gute braucht sicher auch einige Rohstoffe noch. Einmal verkaufen und wir kaufen alles an goldenen Rüben und klitzernden Melonen, weil das können wir alles verkaufen. Mir passiert es jedes Mal, dass ich zu viele Melonen kaufe und sie nicht alle verkaufen kann. Und wir haben ja keinen Stress. Nachdem es Nacht wird und Abend mischen wir uns noch ein bisschen unter das Volk. Schöne, nette Konversation und handeln morgen in der Früh hier noch einmal weiter. Okay, ich bin ganz ehrlich, die Nacht gestern war wohl ein Hauch zu lang. Die Sonne steht schon ganz schön weit oben. Jetzt schauen wir mal, dass wir fix unsere... Boah, der mich erschreckt. Oh, Kollege, ey. Schauen wir mal, dass wir fix unsere Geschäfte fertig machen. Die haben ihre Sachen hier erneuert, das ist gut. Perfekt. Das verkaufen wir jetzt bei den Händlern und dann gehen wir ins Bergdorf. Danke dir. Danke. Da bin ich auch schon wieder einmal verkaufen. Das macht gut, Kohle. Einmal alles los. Ah, Goldene Rüben hätte ich mir mal ein paar aufheben sollen. Ich vergesse das immer. Wir haben richtig viel jetzt. Dann düsen wir wieder über die Farm nach Hause. Crocodile an die, Crocodile an die. Ja, was gibt es denn Schweineherde? Kannst du mir helfen? Wir sind gerade alle Schweine ausgemüxt und jetzt rennen sie überall auf der Farm herum. Ey, du und deine Schweine, ja, ja, ich kümmere mich drum. Wenn ich mich richtig erinnere, ganz genau, haben wir hier ein paar Rüben und da sind die Schweine überall. Ey, die sind ja wirklich überall hin. Franzl, Pepper, Udo, Schorsch, auf geht's, auf geht's. Ihr vier kommt schon mal mit. Komm, auf geht's. Schön brav rein da. Alle können rein, dass die nicht mal durch Türen gehen könnten. Ja, brave Schweine, brave. Zwei fehlen noch. Ich habe einen da vorne Richtung Felder schleichen sehen. Ah, da bist du. Ich will euch alle auf einmal. Wir nehmen alle Bodo, komm. Und Margarete. Auf geht's, komm. Auf geht's, ihr schön. Und da sind sie alle wieder sicher untergebracht. Danke dir. Wenn du mal wieder auf einem Schwein reiten möchtest, komm gerne jederzeit vorbei. Du hast was gut bei mir. Ich merke's mir. Danke dir. So, jetzt aber schnell weiter. Wir müssen ein Haus bauen. Haus Nummer drei, das ich mir ausgesucht habe, ist das hier. Und ich dachte mir, wir könnten das eigentlich, wollte ich wieder in Weiß bauen. Aber Weiß macht keinen Sinn hier direkt nebeneinander. Das heißt, wir brauchen eine hübsche Farbe. Emeralds habe ich dabei. Wir gehen oben Steine kaufen. Hallo Simone Steinschneider. Ich würde gerne Richtung Pink gehen. Ja. Oh nein. Na, so viel wollte ich gar nicht. Naja, wir müssen noch ein paar mehr Pink-Gebäuser bauen, wie es ausschaut. Ein weiteres Dorfhaus ist repariert und zu 50% eingerichtet. Denn hier unten steht das Bett drinnen. Aber der Dorfbewohner muss jetzt nicht mehr in so schlechten Bedingungen schlafen wie sein Nachbar, der kein Dach über dem Kopf hat. Nein, bei ihm ist die Bude hübsch und bei nächster Gelegenheit bekommt er auch noch einen Mitbewohner. Und wisst ihr was? Wir machen gleich zwei Dorfbewohner auf einmal glücklich. Kollege, du darfst umziehen. Ich habe das Bett geschnappt und wir stellen das jetzt hier ins Obergeschoss rein. Kiste ebenfalls dazu. Und schon kann hier auch ein Dorfbewohner drin schlafen. Wichtig ist nur, dass ich mir meine Fackel anbringe, dass hier drin nicht irgendein Monster spawnt. Also ich persönlich bin jetzt schon großer Fan von den farbigen Gebäuden. Ich freue mich, wenn hier mal alles bunt ist. Ich denke aber, nachdem meine Aufgabe ja fünf Häuser lautet, dass wir unbedingt den Meisterbaumeister ranschaffen müssen. Weil dann kann ich zwei Häuser an ihn abgeben und die Aufgabe ist erledigt. Aus dem Grund, ich glaube es ist genug Zeit vergangen. Er sollte mit seiner Taverne fertig sein. Ich saus mal. Halt, ich räume mein Inventar auf und dann saus ich rüber. Ins Ostdorf. So, wir betreten das Dorf durch das Westtor einmal hinein. Und dann kommen wir auch direkt hier an der neuen Taverne vorbei. Und ich muss sagen, ich mag sie. Lass uns mal reinschauen. Oh, da arbeitet schon jemand. Wer noch nicht weiß, wie er an seinen Block hinkommt, weil es ist gar nicht so leicht, hier einmal durchzulaufen. So, ich glaube, ich habe das Problem behoben. Ich glaube, hierdurch kann er jetzt manövrieren. Wir werden sehen. Hier gibt es einen Schankraum. Sehr schön. Und was ist oben? Okay, nur nochmal, nur nochmal einen Ausgang. Meisterbaumeister, das habt ihr wirklich hervorragend hinbekommen. Ja, dann seid ihr jetzt warm geworden und könnt ratzfatz ein paar Wohnhäuser für mich hochziehen, ha? Na klar, zeig mir einfach nur, wo. Oh, ich werde dem netten Meisterbaumeister jetzt zeigen, wo er bei uns bauen darf. Der kann die letzten zwei Gebäude gut übernehmen. Ist das nicht ein wunderbarer Abend? Guten Abend, GroKo. Seid gegrüßt, Crocodile Andi. Es ist soweit. Der König möchte, dass ihr euch um den Schiffsbau kümmert. Sprecht mit Boris, dem Bootsbaumeister. Er wird euch alles weitere erklären. Es wird zeigt, dass wir bereit sind, in den See zu stechen, um den Räuberhauptmann Schurken hinterher zu segeln. Ihr hört von mir, der Bote. Den Räuberhauptmann Schurken. Was ist das für eine coole Bezeichnung? Ja, dem müssen wir hinterher segeln, definitiv. Das heißt, wir müssen zu Boris und frühstücken. Trockenes Brot. Was gibt's besser? Wie bist denn du da heraufgekommen? Bevor wir allerdings rüberdüsen zu Boris, schaue ich mal hinüber zu Walter, dem Verwalter, ob es heute etwas zu tun gibt in der Stadt hier, was ich fertig bauen muss. Wie gesagt, schon Stadt. Es ist immer noch ein Dorf. Im Bergdorf. Grüß dich, Koko. Grüß dich, Meister Lucien. Es ist gut, den Meisterbaumeister im Dorf zu haben. Ich bin gespannt, was der hier noch so ändert und anpasst. Bewohnerzahl aktuell auf 32. Und wir schauen rauf zu Walter. Und dich lassen wir natürlich wie immer hier rein. Walter, was gibt es heute zu tun? Koko, schön, dass du da bist. Nachdem wir aktuell den Meisterbaumeister im Dorf haben, kannst du etwas ruhiger machen. Repariere doch ein Gebäude und nehme dir dann etwas Zeit für dich. Ey, Walter, das hört sich klasse an. Und dann, weißt du, was ich mache, bevor ich ein Häuschen baue? Nein, erzähl. Ich check die Steuern. Und du kriegst natürlich deinen Anteil wieder. Oh, hallo, hallo. Ich muss... Darf ich? Nein, darf wohl nicht. Ich will doch nur Steuern checken. Wir werden einfach stinkreich. 21 Diamanten an Walter und der Rest ins Dorf. Ey, perfekt. So, Walter, dein Anteil. Und ich nehme ein klein wenig mit. Dann können wir unterwegs mal wieder was kaufen. Was essen oder so. Das Gebäude, das ich heute reparieren möchte, befindet sich hinter meinem Wohnhaus. Ich finde das Gebäude nämlich eigentlich ganz schön. Aber ihr seht ja, es ist ein bisschen kaputt. Das heißt, wir tauschen hier die Wände durch wunderbar farbige Keramik aus. Und dann bauen wir wieder ein Dach drauf. Und das Ganze ist wieder voll einsatzfähig. Also, ab ins Lager. Und wir schauen. Nichts passiert. Was wir an Materialien da haben. Und wir nehmen Magenta. Das hört sich gut an. Da müssen wir vielleicht noch ein bisschen neu kaufen. Aber wir haben ja. Ich hole mir noch schnell vorne an der Mine etwas Eisen. Weil mir die Bauteile doch immer wieder ausgehen. Und ich dann kann ich ein paar Laternen und Ketten und so Zeug machen. Einfach. Und ja, vielleicht können wir noch eine Kleinigkeit dazu bauen. Ich habe noch eine Mini-Idee. Das würde das Ganze nämlich etwas aufpeppen. Aber jetzt schaut das Ganze doch gleich viel hübscher aus. Herzlich Willkommen in dem Hause von zwei glücklichen Villagern. Kamin haben wir natürlich auch angeschlossen. Passt perfekt. Dann räume ich mal fix mein Inventar leer. Und wir schauen zu Boris rüber. Weil ich euch gerade sehe, Meisterluschen. Braucht ihr noch irgendwas, um mit den Arbeiten anfangen zu können? Grüß dich, Kroko. Nein, ich brauche nichts. Vielen Dank. Ich gebe Bescheid. Sollte mir etwas fehlen. Perfekt. Dann frohes Schaffen. Und wir räumen mal flink alles aus. So, und dann wollen wir mal losdüsen zu Boris. Oh, wisst ihr was? Da nehmen wir den geheimen Ausgang. Ich glaube, dass wir da schneller sind. Ich renne mit dem Umweg über die Farm. Oh, das muss gar nicht sein. Wir können ja hier einfach den Geheimgang nehmen. Und der bringt uns dann ganz am Ende hier hinaus ins Schneegebiet. Dort müssen wir einfach nur exakt geradeaus laufen. Nicht links, nicht rechts. Sonst versinken wir. Und dann laufen wir hier links rüber und kommen gleich zum Steg. Nur noch durch das Wäldchen hier. Und schwuppdiwupp. Hier liegt der mehr oder weniger geheime Steg. Wo wir Boris finden. Juhu! Knappe Geschichte, aber geschafft. Boris, grüß dich. Mir wurde aufgetragen, mit dir bezüglich des Bootsbauens zu sprechen. Super, dass du schon da bist. Ich habe mir bereits alles in Auftrag geben lassen. Wenn du alles acht zusammenträgst, kannst du das Boot hier aufbauen. Das benötigte Holz und die wichtigsten Materialien sollten bereits im Ostdorf sein. Darum hatte sich der Dorf Älteste gekümmert. Die Sigtücher bekommst du beim Schäfer auf der Farm deines Opas und das Steuerhode habe ich beim Schmied in der Burg in Auftrag gegeben. Okay, das hört sich alles ganz gut an. Aber du weißt schon, dass ich keine Ahnung vom Bootsbau habe, oder? Ja, das weiß ich doch. Deswegen habe ich dir einen Plan gezeichnet, nachdem du das Schiff bauen kannst. Er ist hier in der Kiste rechts neben mir. Alles klar. Danke dir. Dann mache ich mich mal ins Werk und schaue, dass ich das Schiff gebaut bekomme. Viel Erfolg. Ja, Erfolg kann ich brauchen. Keine Ahnung, wie man ein Schiff baut. Bauanleitungsschiff. Das hört sich doch hervorragend an. Okay, lass mal reinschauen. Bauanleitungsschiff. Zum Öffnen der Bauanleitung das Buch auf einen Buchständer in einer Werft platzieren. Das macht also das Ding hier. Ich habe das einfach gar nicht in Frage gestellt. Okay. Dann würde ich sagen, platzieren wir ihn mal. Ja, schau an. Ein Hologramm ist aufgetaucht. Da hat Boris aber ganz schön was vorgelegt. Das Ding dürfen wir bauen. Boris, wir schaffen das. Keine Ahnung, ob wir das schaffen. Ich haue mich aufs Ohr und wir brechen in der Früh dann auf, um die ganzen Sachen zu beschaffen. Nachdem wir gestern sehr, sehr viele Aufgaben bekommen haben, ich habe das einfach mal so hingenommen, aber es ist ja doch eine Menge dazugekommen, schauen wir, dass wir sie Stück für Stück abarbeiten. Jetzt düsen wir als allererstes, ich glaube, zur Farm, von der Farm weiter zur Burg und dann zum Ostdorf und sammeln alle möglichen Rohstoffe ein und dann bauen wir am Ende das Boot. Hier kriegen wir schon mal einen Eindruck, wie das in Zukunft aussehen könnte. Oh, da ist sie. Die Farm. Ich saus runter. Der Schäfer sollte drüben beim Schaf-slash-Kuhstall stehen. Schäfer, grüß dich. Wie geht's denn deiner Frau? Sehr gut. Seit sie beim magischen Heiler war, ist wieder alles gut. Das höre ich gern. Aber ich denke, ihr seid nicht nur deswegen hier, oder? Ihr wollt sicher das Segeltuch haben, das der König in Auftrag gegeben hat. Ja, das ist richtig. Man merkt, dass meine Frau wieder richtig gesund ist. Das Segeltuch ist von bester Qualität. Hier in Ebnis. Die Schuld hat der König bereits begleichen lassen. Super, danke dir. Und grüß mir deine Frau. Ja, ja, mach ich. Da ist das Segeltuch in, ja, natürlich den Farben des Königs und Banner sind auch dabei. Fantastisch. Und anscheinend ist seine Frau diejenige, die sich um die Segeltücher kümmert. Ähm, mir kam da gerade so eine Idee. Wenn ich den alten Gaul und die Erna sehe. Hier ist doch irgendwo eine Leine, genau. Ich schnapp mir eine Leine, nimm die gute Erna mit, weil ich könnte mir vorstellen, dass wir jede Menge Zeug zum Tragen haben. Und dann ist es gut, wenn wir ein Eselchen haben, was unser Inventar ein gutes Stück erweitert. Ey, das schaut so süß aus mit den Öhrchen, wie die wackeln. Schau mal, ey. Erna, ich lieb dich einfach. Und noch ein Gang schneller. Wuhu. Mit Erna durch den Wald. An der Weggabelung müssen wir uns entscheiden. Links zum Ostdorf oder rechts zur Burg. Zuallererst möchte ich zur Burg. Hier hat uns schon mal wahnsinnig geholfen, als wir hier die Räuber vertreiben mussten. Wenn ihr die Serien und die Videos nicht kennt, schaut gerne mal die Reihe Minecraft Burg an. Ist oben rechts verlinkt. So, und wir schauen, dass wir mit unserem Eselchen mal hier hineinkommen. Erna, ich leih dich mal lieber hier gleich an. Oder kann ich? Doch, ich kann mit dir hier rein. Das geht. Erna, komm rein. Das hier war mal dein Stall. Und dann wurde nicht spezifiziert, welcher Schmied. Wir fragen einfach mal. Servus, Schmied. Ich bin hier wegen des Ruders. Meint ihr, dass das Boris geordert hatte? Ja, genau das. Die Teile liegen alle in der Kiste hier parat. Boris meinte allerdings, er schickt jemanden, der mir dafür mit einem Problem helfen kann. Okay, alles klar. Das bin dann wohl ich. Was gibt's denn? Wir haben in der Burg eine kleine Plage. Wenn ihr die beseitigen könntet, dann wäre uns sehr geholfen. Eine Plage? Worum geht's denn? Ach, seht's selbst. Okay, ich geh mir das mal anschauen. Wird schon nicht so schlimm sein. Gut, dann schauen wir mal, was für eine Plage sie hier wirklich haben. Oh nein. Oh, lasst mich hier raus. Eine Silberfischplage. Oh weia. Und da verwandeln sich die ganzen Steine hier in der Burg zu Silberfisch. Das ist tatsächlich für gerade so Steingemäuer eine wirklich ernstzunehmende Plage. Oh, mit denen ist in der Masse gar nicht zu spaßen. Oh, wie viele sind das denn? Oh weia, ey. Das sind ja Unmengen. Oh, ey. Ich bin der Rattenfänger. Ja, aber so langsam kriegen sie mich schon kaputt. Das hört gar nicht auf. Was ist denn da los? Haben wir sie jetzt im Griff? Schaut mal, wie die die Burg kaputt machen. Okay, Silberfische sind eine wirklich, wirklich ernstzunehmende, nervtötende Plage. Oh, was ist das? Das ist ein Silberfisch-Spawner. Was macht der denn in der Burg? Daher kommt die Plage. Okay, ich geh mal ganz kurz ins Burglager runter. Wenn die noch ein paar Steine da unten haben, repariere ich denen ihre Sachen. Sonst müssen sie es selber machen. Ich glaube, es sieht gut aus. Silberfisch-Plage wurde hiermit erfolgreich beseitigt. Ich höre irgendwo noch einen Silberfisch. Hier oben kommt der Leiter hoch. Tatsächlich. Jetzt hat Aufgabe erfüllt. Schon gewundert. Ich habe alle Silberfische beseitigt. Ihr hattet einen Spawner ganz oben im Turm. Da scheint wohl jemand einen Streich mit euch gespielt zu haben. Aber keine Sorge. Er ist weg. Ach, super. Vielen Dank. Aber wie kommt der da hin? Ja, das kann ich leider auch nicht sagen. Es ist schon ein bisschen komisch, um ehrlich zu sein. Aber ich muss leider weiter. Ach Gott, Grokko. Und vergiss das Ruder nicht. Oh, gut, dass du sagst. Das hätte ich jetzt tatsächlich vergessen. Hier in der Kiste, ne? Steuer, Ruder, Bauteile. Dankeschön. Bei so einer Gelegenheit vergesse ich immer gerne, Erna wieder mit nach Hause zu nehmen. Nicht aber heute. Heute habe ich dran gedacht. Erna, wir düsen Richtung Ostdorf. Die gute Erna binden wir oben wieder am Markt an. Wie immer. Hier, neben dem Rathaus. Zopp, zopp. Und wir suchen den Dorfältesten gleich auf. Der steht immer hier oben. Seos Dorfältester. Ich bin hier wegen des Schiffsbaumaterialien. Ja, das ist alles fertig. Und ihr könnt es direkt mitnehmen. Boris versprach uns allerdings als Bezahlung jemanden zu schicken, der uns unser Nahrungssilo baut und die Heubeilen einlagert, die überall im Dorf verteilt liegen. Ja, das habe ich schon mal gehört, dass Boris so einiges verspricht. Ihr könnt gerne die benötigten Rohstoffe aus unserem Lager hier nehmen. Okay, alles klar. Ich baue euch euer Nahrungssilo. Überhaupt kein Problem. Ich mache mich gleich ans Werk. Und dann nehme ich die ganzen Baumaterialien mit. Aber zuallererst die Arbeit. Dann das Vergnügen, was noch mehr Arbeit ist. Ja, macht Spaß. Ey, wie lässig der da steht hier. So ein Bein nach außen. Feiner Kerl. Materialien sind wie immer hier. Wir kennen uns im Ostdorf auch schon gut aus. Schnappen wir uns Steine und Holz. Wenn ich mich hier im Dorf so umsehe, ist das hier meiner Meinung nach die bestgeeignetste Stelle für so ein Nahrungssilo. Auch direkt am Marktplatz in der Nähe vom Rathaus. Bisschen erhöht. Glaube ich, ist ganz gut. Und damit, ja, die Nacht ist schon gut vorangeschritten. Aber das Silo steht. Cooles Haus. Bisschen erhöht. Man muss hier oben rein. Ist ein bisschen abgesetzt vom Boden. Ist für ganz gut so. Kommen keine Ratten so leicht rein. Durchlüftung. Jetzt war unsere Aufgabe noch. Wir müssen die Heuballen ranschaffen und hier reinschleppen. Ich bin mir nicht sicher, ob alle reinpassen. Deswegen machen wir sicher noch ein paar Kisten, in die wir die verstauen können. Aber ich möchte ehrlich gesagt zuvor eine Nacht schlafen. Wenn ich eine Nacht geschlafen habe, dann arbeitet es sich leichter. So, guten Morgen. Ich durfte freundlicherweise hier bei meinem Freund, dem Priester, übernachten. Und wir machen uns jetzt direkt wieder ans Werk. Ich habe meine Hake bereit. Wir müssen noch einiges an Stroh einsammeln. Hier unten ist noch viel. Ich glaube, da hinten. Los geht's. Stapel Nummer 1. Und da hinten ist auch schon Stapel Nummer 2. Wir stapeln hier bis unter die Decke. Diese Vorräte hier. Oh, das schaut gut aus. Ja. Alle runtergekriegt. Perfekt. Ey, wenn da der Dorfälteste nicht zufrieden ist, dann weiß ich auch nicht. Irgendwo ist schon wieder ein Endermang gestorben. Ich habe schon wieder einen Grasblock und eine Enderperle im Inventar. So, Erna. Wir düsen gleich weiter. Ich möchte nur hier mal etwas zu essen kaufen. Aber bei dem hier. Er ist ausverkauft. Leute, ihr könnt ja nicht ausverkauft sein, wenn ich da bin. Teures Essen oder günstiges Essen? Ja, wir sparen eher ein bisschen. Damit sind wir nämlich wieder gut bedient für die nächste Zeit. Dankeschön. Und jetzt hinauf zum Dorfältesten. Ich bin fertig. Das sieht wirklich super aus. Vielen Dank. Die Baumaterialien befinden sich hier in der Kiste. Ja, ich weiß. Ich habe sie schon entdeckt. Danke dir. Ich nehme alle mit. Jetzt, warte mal. Den Grasblock müssen wir nicht mitnehmen. Und die Kartoffeln auch nicht. So, schauen wir mal, was wir reinkriegen. Und beladen die Erna vor allem auch noch. Fast alles. Mit der Erna schaffen wir es. Erna, ich habe ganz viel Zeug für dich. Weißt du, kannst das. Und dann noch einmal den Rest. Sieht gut aus. Und wisst ihr, was wir noch tun? Die gute Erna ist so fleißig. Die hat sich auch einen Snack verdient. Eine goldene Rübe für die Erna, bitte. Dankeschön. Drei sogar. Erna, bitteschön. Bist du ganz eine Feine. Ja. So, das heißt aber auch gleichzeitig, wir müssen schon wieder weiter aufsitzen und zurück zur Werft. So, Erna ist mein laufendes Lager. Da ist alles drin, was wir brauchen. Und dann können wir damit beginnen, hier das Boot aufzubauen. Wir sollten allerdings unbedingt mal ein Wörtchen mit Boris vorherreden. Ey, Boris. Ey, Kroko. Du hättest mir ruhig mal sagen können, dass du mich überall als Arbeitskraft angepriesen hattest. Haha, ich dachte, du bist da schon so gewohnt. Das macht dir sicher nichts aus. Äh, Entschuldigung? Alles gut. Sind ja wahre Worte. Äh, jetzt mache ich mich aber fix an dem Bootsbau. Nicht, dass wir noch Ärger kriegen, dass wir nicht fertig werden. Ja, tu das. Ich bin schon gespannt, wie meine Planung fertig aussieht. Ich auch. Und ich habe schon eine gute Vorstellung davon. Das letzte, was ich gemacht habe, war die Planke anzulegen. Jetzt können wir hier wunderschön an Bord unseres Schiffes kommen. Hier gibt es eine kleine Käpt'n's Kajüte. Mit einer Leiter kommen wir hoch zum Platz des Steuermanns, der ein bisschen hüpfen muss oder größer sein muss. Und ansonsten hat das Schiff hier überall versteckten Stauraum oder offenen Stauraum. Die Segel sind im Moment nicht draußen, weil wir noch nicht losschippern. Das Ganze fährt unter der Flagge des Königs. Guten Morgen, guten Morgen. Ich düse hier gerade über die große Ebene zurück zur Farm. Schön, wie die Sonne hier hinter dem Baum hervorspitzt. Der Tag hat gerade eben erst begonnen. Wunderbar. Erna, du warst wie immer ganz fein. Eine Rübe für dich. Und schon sind wir hier oben am Eingang des Bergdorfes. Wer ist er? Ist das... Das ist der Dorfälteste aus dem Ostdorf. Ey, Dorfälteste, wie geht's dir? Was ist los? Glocketal, ey. Ich brauche dringend eure Hilfe. Wir werden von einer Plage reingesucht. Langsam, langsam. Was für eine Plage. Es sind kleine graue Wesen. Die habe ich doch nie gesehen. Bitte kommt ins Ostdorf und helft uns. Ja, ich helfe euch, natürlich. Lasst mich nur kurz Rücksprache mit dem Verwalter halten, okay? Ich muss schauen, was ich hier für Aufgaben habe, aber ich mache mich sofort auf den Weg. Versprochen. Alles klar. Ich treffe euch dann im Ostdorf. Ja, wir treffen uns im Ostdorf. Ich komme gleich. Also schnell zum Walter hinunterflitzen und schauen, welche Aufgaben wir heute anstehen haben. Dann müssen wir dringend ins Ostdorf. Hört sich spannend an. Aktuelle Dorfbewohneranzahl 32. Die lassen wir wie immer herein. Walter, grüß dich. Grüß dich, Roko. Sag mal, was gibt es denn heute zu erledigen? Wir sind schon sehr weit gekommen. Es fehlen nicht mehr viele Gebäude und der Wiederaufbau ist abgeschlossen. Sehr gut. Ja, wir sind wirklich schon weit. Der Meisterbaumeister des Königs hat auch wie versprochen zwei Gebäude vor seiner Abreise fertiggestellt. Ich soll übrigens schöne Grüße ausrichten. Die Gebäude findest du am Osteingang des Dorfes, falls du einen Blick drauf werfen möchtest. Hört sich sehr gut an. Schau ich mir auf alle Fälle an. Oh, und verschönere doch heute einfach ein paar Häuser. Mit bunter Keramik, ja? Ja, ja, kann ich machen. Ich hab allerdings immer wieder ein Problem, dem ich nachgehen muss. Oh nein, was ist das denn nun schon wieder? Ich vermute mal, es gibt eine Silberfischplage im Ostdorf. Oh, weia. Ja, sieh zu, dass du die in den Griff bekommst. Die Dinger verbreiten sich wie die Seuche. Und in der Masse sind sie kaum zu besiegen. Das stimmt tatsächlich. Ein so ein Ding, überhaupt kein Problem. Aber 10 oder 15, boah, gar kein Bock. Ähm, ich mach mich dran, okay? Vorher einmal steuern, checken wie immer. 12 an den Verwalter. Den Rest hier in die Kasse. Ich nehm wieder ein bisschen Kleingeld mit, damit ich flüssig bin. Und der Verwalter bekommt natürlich seinen Anteil wieder hier oben eingezahlt. Er hat gesagt, wir sind schon relativ weit. Werfen wir mal wieder einen Blick auf die Dorfkarte. Und oh ja, da sehen wir, wir haben 30 von 33 Gebäuden schon fertiggestellt. Ursprünglich waren es mal 30 Gebäude insgesamt. Wir haben ein paar mehr dazu gebaut. Die Kirche zum Beispiel. Ein paar Wohnhäuser noch dazu gesetzt. Oh, der Markt ist dazukommen. Den müssen wir auch noch reparieren. Die Bibliothek und das Wohnhaus hier. Dann ist das Dorf komplett wieder aufgebaut. Schaut euch an, wie schön unser Dorf ist. Da vorne sehe ich die zwei neuen Häuser. Die gehen wir gleich anschauen. Wir müssen eh Richtung Ostdorf. Gut, machen wir noch zwei Sachen, bevor wir losküssen. Wir schauen, dass wir ein Schwert bekommen. Und dass wir unsere Axt reparieren. Okay, beim Waffenschmied hier bekommen wir eine Axt zum reparieren. Dankeschön. Hier bekommen wir ein neues Schwert. Hätten wir auch eine Axt bekommen. Oh, es wird schon Nacht, aber ich will noch heute aufbrechen. Ich habe versprochen, dass ich komme. Okay. Eisenachst ist repariert. So, Abend gegessen habe ich auch. Und dann würde ich sagen, stürmen wir so schnell es geht rüber ins Ostdorf. Der schaut so, der schaut so, als hätte er da schon was entdeckt. Oh, ach du Schande. Uiuiuiuiuiuiuiuiui. Okay, aber ich glaube, ich glaube, dass Golems den Dingern ganz gut gewachsen sind. Wenn ich die alle rauslock, macht der Golem den letzten Rest. Oh, da ist auch ein Spawner. Oh nein. Da sieht man schon, dass die, das Haus schon ganz kaputt ist. Wegen diesen Mistviechern. Ich muss möglichst schauen, dass sie mich nicht erwischen. Und den Spawner ausschalten, Spawner ausschalten, Spawner ausschalten. Yes. Eins von fünf schon geschafft. Ich muss möglichst schnell schauen, dass ich die ausschalte, weil sonst zerlegt sich hier einfach die ganze Bude. Schaut mal. Schaut mal, wie die, oh, die reißen Löcher in die Höhlen frei, wo da ein Monster rein. Das ist saugefährlich. So eine Silberfischplage darf man echt nicht auf die leichte Schulter nehmen. Aber einen haben wir schon mal von fünf. Das sieht ja schon mal gut aus. Ich bin hier die Häuser abchecken, aber der Golem ist da nicht so heiß drauf. Deswegen glaube ich fast nicht, dass hier was ist. Gehen wir mal nach oben in die Stadtmitte. Rathaus. Lass mal Rathaus checken. Ja, ich habe einen gesehen hier. Schnell. Yes. Okay. Den haben wir auch. Da ist einfach mal drei Mauerstücke auseinandergefallen. Sag mal, wollt ihr mich auf den Arm nehmen? Ich brauche ein besseres Schwert gegen die. Das ist ja kaputt. Ui, 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 ui. Das halbe Rathaus löst sich auf. Wo kommen die denn alle her? Okay, gut, dass ich noch eine Rübe habe, ne? Merkt ihr, was ich sage? Sobald es so viele sind, ist es echt schlimm. Und ich habe sogar den Golem auf meiner Seite. Da unten ist noch ein Spawner. Seht ihr das, was die kaputt machen? Dann lösen sich Fackeln aus den Wänden etc. Es gibt die Option für Monster zu... Wieso kommen von da oben so viele? Ist da oben etwa noch ein Spawner? Und wie? Weg damit. Irre abchecken. Aber in der Kehre sind keine Silberfische. Ich hätte nichts sagen sollen. Und wie hier welche sind. Schnell, schnell, schnell. Bevor hier alles auch wieder zu Silberfischen wird. Oh, raus. Raus. Ein einziges war hier. Und dann werden alle zu Silberfischen. Das ist ja eine nervtötende Plage. Aber ich habe alle fünf Spawner erwischt. Und so wie es ausschaut, rennen hier keine Silberfische mehr rum. Das Golem ist auch ganz entspannt unterwegs. Vielen Dank für deine Hilfe, Großer, ne? War wirklich, wirklich gut. Danke dir. Ich glaube, wir übermitteln die guten Nachrichten an unseren Freund, den Dorfältesten. Oh, hi. Grüß dich, Schäfer. Ah, hallo. Die Plage ist beseitigt. Jetzt gilt nur noch herauszufinden, woher diese Silberfische gekommen sind. Vielen Dank. Aber es sieht so aus, als würde der bereits Anderorts gebraucht. Genau, genau. Guck, die Farbe meines Opas hat dasselbe Schicksal ereilt. Ja, Schäfer. Vielen Dank für die Info. Ich, ich, ich. Komm auf die Farm. Ich helfe euch. Darauf, Ältester. Viel Spaß beim Wiederaufbau. Sorry. Die haben ganz schön Schaden an Ebenweis Bescheid. Ich muss los. Die Farm hat es auch erwischt. Das gibt es doch nicht. Aber wisst ihr was? Ich habe meinen Helm verloren und meine Rüstung ist ziemlich kaputt. Wir machen Abstecher auf der Burg. Da sind wir auch schon. Vor uns liegt die Burg dieses Landes. Aufgebaut. Mit meinen eigenen Händen. Nie wisst Bescheid. Gehen wir rein und schauen, dass wir eine Rüstung herbekommen. Ah, nope. Werkzeugschmied hilft mir da jetzt wenig. Ich brauche den Rüstungsschmied. Oh, der hätte halt das deutlich bessere Schwert gehabt, ne? Das hat nur Unbreaking, aber das hat dafür Sweeping Edge und Fire Respect und alles Mögliche. Wir kaufen uns noch ein neues Schwert. Ja, gegen diese Silberfischplage ist das sehr hilfreich. Ach ja, genau. Ihr habt beim letzten Mal auch die Silberfischplage zugeschlagen gehabt. Rüstungsschmied. Ich brauche unbedingt ein neues Diamant Equipment. Das hilft nichts. Ich nehme einmal alles mit. Pfeile vom Burgner. Na, Pfeile haben wir, glaube ich, genug. Wir machen uns wieder vom Acker. Und da oben sehe ich schon ein fleißiges Golem. Gerade eben wurde dort ein Silberfisch erschlagen. Ich bin mir ganz sicher. Und schaut an. Null von vier Spawnern. Wenn da nicht gleich der erste ist, weiß ich auch nicht. Okay, wir gehen rein und schauen gleich mal nach einem Spawner. Hab ihn. Hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Ausgeschalten. Was hier nicht noch mehr passiert. Und das Schwert ist einfach so viel besser. So viel besser, wie ich die jetzt grille. Das ist auch passiert, dass wir nicht aus Versehen im Dorfbewohner mit grille. Dann nächstes Gebäude. Schweinestall. Oder Lager. Im Lager, kein Spawner, kein Silberfisch. Hier drüben beim Händler auch nichts. Schweinestall. Der Schweine hat euch grüßt. Pferdestall. Sieht alles ziemlich gut aus. Dann hinüber in den Kuhstall. Oh, ich höre schon wieder was. Ich höre schon wieder was. Rein da, Tür zu. Kommt her. Ich glaube, ich habe das gut im Griff hier. Alle weg. Sind Spawner irgendwo? Über uns was vielleicht? Oh, ouch. Oh, natürlich, natürlich. Spawner weg, Spawner weg, Spawner weg. Und weg mit euch. Zwei von vier. Okay, wo verstecken sich die denn bitte? Ah, eine Mühle könnte noch einer sein. Aber ich habe eigentlich alle Gebäude oben am Turm. Spauen wir erstmal in die Mühle. Oh, da ist einer. Erst abbauen. Drei von vier Spawnern erwischt. Da war aber noch irgendwo ein Silberfisch hier. Und da ist Spawner vier von vier. Ja, Gott sei Dank. Ich saus noch einmal außenrum. Ich trau dem irgendwie noch nicht so ganz. Aber so wie es aussieht, haben wir alle Silberfische. Zumindest alle Spawner. Ob mir irgendwo ein Silberfisch durch die Lappen gegangen ist. Großer. Du regelst das dann, wenn ich irgendwas übersehen haben sollte. Dann sprechen wir noch eben mal fix mit dem Schäfer, der uns informiert hat. Also, bei euch sollten jetzt auch keine mehr sein. Und ich habe die Spawner alle ausgeschalten. Ich frage mich allerdings, woher kamen die bitte? Das wissen wir auch nicht. Die tauchten plötzlich vor unseren Augen auf. Aber gut, dass ihr sie beseitigen konntet. Ja, durchaus. Ich bin auch recht froh. Dann düsen wir schnell zurück ins Dorf und schlafen dann in Ruhe. Ich bin nur knapp den Phantomen entgangen, die hier überall hinter mir her waren. Aber es wurde mal wieder höchste Zeit zum Schlafen. Jetzt haben wir allerdings noch eine Aufgabe vom Verwalter. Und die heißt, wir sollen das Dorf verschönern. Und wir haben ein paar Wohnhäuser, die noch ein paar Farben gebrauchen können. Ja, der mag, der kann auch noch was gebrauchen. Aber wir widmen uns jetzt heute den Wohnhäusern. Und zwar haben wir das hier. Eins. Das hier zwei. Und das hier drei. Ich finde, die drei Wohnhäuser könnten wir heute mal verschönern. Das wäre eigentlich ein guter Ansatz. Wir haben hier blau oder lila, grün, gelb. Oh, das sind die neuen Häuser. Schaut mal. Die haben wir uns noch gar nicht angeschaut. Wir sind vorher einfach daran vorbeigelaufen, weil wir so in unserer Mission drin waren. Unten ein kleiner Schlafplatz. Das ist hübsch. Dann geht hier ein Weg seitlich hin. Arbeitsplatz, wie ich sehe. Aha. Und auch Schlafplatz. Ja, gefällt mir gut. Das hat der Meisterbaumeister wirklich hervorragend gemacht. Und noch das Gebäude hier. Auch sehr, sehr schön umgesetzt. Meine Aufgabe ist es jetzt, die drei Gebäude hier zu verschönern. Das heißt, wir machen uns als allererstes mal auf. Ein paar Emeralds holen. Und dann Keramik shoppen bei den Steinmetzen oben. Lila sollten wir auf alle Fälle nochmal machen. Dieses Pink. Lila und Pink. Und dann noch ein Gelb, oder? Lila, Pink, Gelb würde ich jetzt vorschlagen. Zwei Stacks. Lila, zwei Stacks. Gelb, zwei Stacks. Wenn es nicht reicht, komme ich wieder. Wir müssen ein paar Häuser verschönern. Dann nehmen wir uns jetzt mal dem ersten Gebäude an. Ich würde sagen, wir machen das hier in Gelb. Schon fertig. Ey, ganz ehrlich, das finde ich schon cool. Dieses Gelb mit dem Holz. Irgendwann müssen wir im Übrigen das Rathaus auch nochmal farbig machen. Willst du mich verarschen? Ist das der Dorfälteste aus dem Ostdorf? Dorfälteste! Was denn los? Glockenalanty, sie sind wieder da. Wer ist wieder da? Na, die Silberfische! Plötzlich tauchten überall wieder diese Sporder auf. Wir wissen nicht, was wir tun sollen. Die sind einfach wieder aufgetaucht? Ja, wenn ich's noch sag. Okay. Ich kann sie nochmal beseitigen. Aber das hilft wahrscheinlich nicht. Weißt du was? Ich hab ne Idee. Ich besorg Hilfe. Ja, ja, lass das, lass das, lass das mal meine Sorge sein. Ich, ich kümmere mich drum. Das gibt's doch nicht. Die tauchen einfach wieder so auf. Wisst ihr was? Das hört sich für mich nicht nach einer Plage, sondern vielmehr nach einer Art Fluch an. Und wenn's um Flüche geht, gibt's nur eine Person, die wir aufsuchen sollten. Die Hexe. Ja, ich weiß, wir gehen da immer mit gemischten Gefühlen hin. Aber wir gehen da immer wieder hin. Also tun wir das auch diesmal. Ich räume mal ganz kurz meine Sachen hier aus. Oh, wir hätten noch ne Menge Terrakotta in Gelb gehabt, aber egal. Ich nehm meinen Bogen wieder mit. Ohne Bogen geh ich nicht durch den Wald. Und dann schauen wir mal, ob die Hexe Rad weiß. Prinzipiell tauchen wir... Oh, da ist ein Räuber. Das gibt's doch nicht. Au. Ich dachte, wir wären hier sicher. Wieso ist jetzt hier ein Räuber aufgetaucht? Oh, weia, oh, weia. Aber wie auch immer, hier komme ich meistens mitten in der Nacht an, wenn ich auf dem Weg bin zur Hexe. Warum laufe ich zur He... Ich fühl mich verfolgt. Warum laufe ich zur Hexe? Die Hexe schuldet mir noch einen Gefallen. Und ich denke, jetzt ist der beste Zeitpunkt, diesen Gefallen einzulösen. Da ist sie, die Hexenhöhle. Nehmen wir nichts in die Hand. Nicht, dass ich meine, ich greife sie an. Äh, Hexe! Hexe! Ja, grüß dich. Grüß dich, Hexe. Lass mich raten. Silberfische? Ja, ja, richtig. Woher weißt du das? Ach ja, du weißt ja alles. Wie auch immer. Ähm, es tauchen immer eine Menge Spawner in den Dörfern auf und in der Farm und kaum baue ich sie weg, ein bisschen später tauchen sie wieder auf. Die sind einfach nicht loszuwerden. Kannst du mir da irgendwie helfen? Oh nein, da kann ich leider gar nichts machen. Oh nein, das hört sich gar nicht gut an. Ich dachte, du weißt, was man da machen kann. Okay, dann werde ich's wohl... Weißt du was? Ich probiere es in einem umgedrehten Turm beim Magier. Vielleicht kann der mir helfen. Ähm, also du hast ja noch einen Gefallengut bei mir. Wenn du den natürlich einsetzen wollen, äh... Ach so. Du willst also nur verhandeln? Nein, nein. Für den Gefallen würde ich natürlich weit über meine Grenzen hinausgehen müssen und... Schon gut, schon gut. Hilf mir einfach. Okay? Also, woher sie kommen, kann ich dir nicht sagen. Aber wenn du sie mit einer speziellen Spitzhacke abbaust, tauchen sie nie wieder auf. Okay, eine spezielle Spitzhacke? Das hört sich ja vielversprechend an. Und wie bekomme ich die? Du kannst sie selber craften. Also, alles, was du dafür brauchst, ist etwas Monscheinholz. Äh... was? Ach, mach dir keinen Kopf. Ein wenig Monscheinholz findest du bei mir im Lager. Das kannst du gerne verwenden. Aber nur, wenn wir dann quitt sind und ich dir keinen Gefallen mehr schulde. Ja, wenn ich das Monscheinholz bekomme und die Spawner abgebaut habe und sie nicht wiederkommen, dann sind wir quitt. Ja, ja. Mach's gut. Das war schon wieder typisch Hexe. Gleich wieder am Verhandeln. Und was bringt für mich dabei raus? Oh, ich muss aufpassen, sie kann mich vielleicht noch hören. Ich kann dich immer noch hören. Dann klettern wir mal hinunter. Ey, dass die hier nie Staub wischt oder Spinnweben beseitigt, die Hexe. Was es mit dem du die Aufsicht hast, würde ich auch gerne wissen. Der steht da auch schon ewig. Guck, Monscheinholz. Ich vermute einfach mal, das lagert in der Kiste hier. Wenn ich immer wieder falsch bin, was die hier sonst noch so rumflacken hat. Da ist es. Monscheinholz. Daraus soll ich jetzt eine Spitzhacke machen. Da fehlt mir aber noch Holzstecker. Die muss ich mir wohl noch fällen. So, einmal den Baum fällen und einmal die Mondsteine. Und wir kriegen eine normale Holzspitzhacke. Es sieht auch verdächtig nur nach Eichenholz aus, wenn ich ehrlich bin. Aber bisher hat die Hexe meistens... Gut, die hat auch schon mal Mist gebaut, aber sie hatte eigentlich immer recht, oder? Wir probieren es mit der Spitzhacke. Doch, Ältester, ich glaube, ich habe die Lösung. Alles klar. Viel Erfolg. Da unten ist schon der erste Spawner. Den schalten wir direkt aus. Wohlen bewacht uns. Boah, das dauert ja ewig und drei Tage. Gut, Nummer eins geschafft. Wir wissen, wo sie stehen. Hier ist der nächste. Boah, wir reinge nicht höre. Die sind aber Fische schon wieder überall. Ausgeschalten. Da kommen die von überall her schon wieder. Aber nicht mit mir. Doch, mit mir, wie es ausschaut. Diesmal müssen wir echt so gut wie alle ausschalten, bevor wir... Weil wir brauchen so lange die Spawner auszuschalten. Treff die nicht mal, diese kleinen, miesen Halumpen. Ja. Sie stehen wirklich an exakt den gleichen Stellen. Gut, ihr erschafft. Dann rüber in die Kirche. Komm, 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 bevor einer spawnt. Bevor einer spawnt. Yes. Eine weitere Silberfische gespawnt. Es tut mir leid, wie da eine Kirche ausschaut. Wirklich. Und den letzten, der ist drüben in der Taverne. Einmal rein. Oh Gott, da sind schon wieder so viele. Und da können auch noch so viele neue spawnen. Erstmal eine Spawner abbauen. Egal, 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 egal. Ich will nicht noch mehr. Nein, nein, nein. Ich habe es nicht geschafft. Und es ist... Oh Gott, hier können so viele neue entstehen. Hochgestellt. Bitte, bitte erwisch mich nicht. Lass mich in Frieden. Ich will das noch umschauen. Ich will das schaffen. Ich will das schaffen. Yes. Okay, raus hier, raus hier, raus hier, raus hier. Nicht, dass hier alles zu Silberfischen wird. Wer nach diesem Chaos hier noch sagt, Silberfische seien harmlos. Boah, der Kirk watscht. Schaut euch das mal an. Aber jetzt schnell rüber hin auf die Farm. Ich hoffe, dass da... Zielsicher hier rein, würde ich sagen. Oh, weia. Und aus, abbauen, 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 abbauen. Ist er rauf? Ja, natürlich kommt es da rauf. Okay, ich hau dich ja schon. Uh, das hält auch. Oh, nee, da kommen sie alle rauf. Oh, ich muss auch nicht, dass ich nicht draufgehe, wenn da so viele kommen. Schlech, 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 schlech. Ja, eins von vier wieder. Wir sind klasse. Jennifer, ich glaube, ich weiß, was gegen diese Viecher hilft. Das ist sauber. Ja, 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 ja. Da rauf, da oben war der gestanden. Diesmal muss ich gar nicht mehr lange suchen. Oh, hier ist kein Silberfisch. Glück gehabt. Manchmal brauchen diese Spawner auch, bis sie spawnen. Ich gehöre sogar kein einziges, glaube ich. Und jetzt noch rüber in die Mühle. Schauen wir mal, wie es dort aussieht. Den schalten wir direkt aus. Ich habe, der hat schon wieder wen ausgespuckt. Ich habe es genau gehört. Der kommt dann mit Crit-Schaden ausgeschalten. Okay, jetzt nach oben den Spawner. Und, 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 und. Sehr gut. Hört ihr das? Es ist so ruhig. Wir haben auch die Farmen von Silberfischen befreit. Wir gönnen wir hier mal die Nacht an meinem Lieblingsort, bevor wir ins Bergdorf zurückkehren. Tut gut, wenn man Aufgaben erledigt hat. Ist das nicht ein wunderschöner, silberfischfreier Tag? Wir gehen jetzt ins Bergdorf und bauen unsere zwei Wohnhäuser noch schön farbig. Ein Haus fertig. Und es nervt unglaublich, mit der Spitzhacke die Blöcke abzubauen. Es wird Zeit, dass wir bei Wilhelm, grüß dich Wilhelm, grüß dich Kalko, eine Spitzhacke kaufen. Vielen Dank, Effizienz 2, Behutsamkeit. Wir sind auf alle Fälle schneller als mit der Steinspitzhacke. Definitiv. Und das dritte Haus ist auch fertig. Das Einzige, was ich nochmal checken sollte, ist Thema Beleuchtung. Nicht, dass ich irgendwo aus Versehen mal eine Fackel oder Laterne abgemacht habe. Wir spawnen dann die Monster im Haus. Das wäre ganz, ganz schlecht. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Ich räume mein Inventar auf und wir gehen am Ostdorf checken. Wir schauen am Ostdorf vorbei, ob dort wieder was gespawnt ist. Ein bisschen wundert es mich immer noch, dass es nur eine Holzspitzhacke war, mit der wir das gemacht haben. Das ist irgendwie seltsam. Und da sind wir schon am Ostdorf. Einmal rein spazieren und schauen, ob alles in Ordnung ist. Wir checken als allererstes die Taverne. Ich höre keine Silberfische. Ich sehe keine neuen Spawner. Na, repariert wurde leider noch nicht. Aber das sieht ja schon mal gar nicht verkehrt aus. Hier geht auch alles so den normalen Gang. Da unten ist nichts und Rathaus scheint auch nichts zu sein. Dorfält ist da. Ja, Koko. Sag mal, alles gut soweit? Scheint alles super zu sein. Keine neuen Spawner, keine Silberfische. Dann mache ich mich auf zur Hexe und sage, dass alles geklappt hat. Perfekt, perfekt. Ja, 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 ich muss wieder was essen. Hexe, Hexe. Es hat geklappt. Der Hexe ist nicht da. Hexe, es hat geklappt. Aber ihr Zauberbuch ist offen. Wir können ja mal schauen, was da so... Letzte Beschwörung rückgängig machen. Die ultimative Rüstung. Boah, ich will dieses Zauberbuch haben. Silberfisch... Warte mal. Silberfisch Spawner beschwören. Silberfische heraufbeschwören. Warte, und hier letzte Beschwörung rückgängig machen. Was hat die Hexe denn jetzt schon wieder angestellt? Das sieht ganz so aus, als hätte sie ihre Finger im Spiel. Spawner beschwören und Beschwörungen rückgängig machen. Ich wusste doch, dass es nicht stimmt mit der Holzspitzhacke. Die ist totaler Bullshit. Die Hexe hat ein bisschen gezaubert, dass das alles funktioniert. Die Frage ist, warum hat sie die... Warum hat sie die Spawner heraufbeschwört? So wie sich das für mich anhört, wollte die Hexe unbedingt den Gefallen loswerden, den sie mir schuldig war. Und hat aus heiterem Himmel ein Problem für uns beschworen. Ich geh sie mal suchen, weil irgendwo muss sie doch stecken. Aber um ehrlich zu sein, hab ich die Hexe auch noch nie wirklich außerhalb getroffen. Außer sie war irgendwie in Gefahr. Check mal da oben die Höhle. Zombie und Spinne. Job ein Eisen. Aber keine Hexe. Ich hab nach der Hexe noch gar nicht in ihrem Keller geschaut. Vielleicht steckt sie im Keller fest. Ach, guckle. Was haben wir denn hier? Oh, nee. Und wie sie im Keller feststeckt. Und was hat sie da für einen Mist gemacht? Erstmal diesen Silberfisch-Spawner abbauen. Oh Gott, das sind ja Unmengen. Ach du Schande. Hier kann ja einfach alles zu Silberfischen werden. Und die können Leitern drauf. Wollt ihr mich eigentlich veräppeln? Oh, ich muss irgendwie diese Silberfisch-Spawner abbauen. Das ist gar keine gute Idee. Ich höre sie da unten rufen. Okay, irgendwie muss ich doch an diesen blöden Spawner rankommen. Render, 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 Render. Einen ausgeschalten. Oh, wie viele sind denn da? Wie viele sind denn da? Flucht, 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 Flucht. Ich hab die Hexe aber noch gar nicht gesehen. Ich höre sie, aber ich seh sie nicht. Ah, da unten war auf alle Fälle noch so ein Spawner. Noch so ein Spawner. Weg, 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 weg. Und pflichten, 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 pflichten. Ich hab sie gefunden, Hexe. Was machst du schon wieder? Warum rette ich die Hexe eigentlich schon wieder? Die hat sich ja wohl selber in diese missliche Lage gebracht. Da ist noch ein Spawner. Wie hab ich den übersehen? Bin ich blind gewesen? Du hast uns also die Silberfisch-Blage in den Hals gehetzt. Nein. Ich hab es in deinem Hexenbuch gesehen. Was? Du hast in mein geheimes Hexenbuch geschaut? Das ist ja wirklich. Ich glaub nicht, dass du ein Recht darauf hast, hier rumzuschimpfen. Ich bin einfach ungern ein Gefallen schuldig. Das fühlt sich für mich gar nicht gut an. Verstehe ich. Und ich bin gewillt, dir zu verzeihen. Aber du musst mir folgenden Gefallen einlösen. Ich möchte diese ultimative Rüstung, für die in deinem Buch die Rede ist. Das können wir machen. Da gibt es nur einen kleinen Haken. Welcher Haken? Ich brauche vier Stück vom feinsten Netherite. Und das ist unmöglich. Da wurde seit dem Vorfall mit dem Nether-Portal keines mehr gesichtet. Okay. Kann ich das Erz irgendwo herbekommen? Nein. Der Einzige, der davon noch etwas haben könnte, wäre der Zauberer. Ja gut, dann frage ich den. Nein, 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 nein. Ich dürfte dir davon gar nicht erzählen. Aber warte, ich habe mal gehört, dass ein Schiff ihm eine Lieferung bringen sollte, dann aber in einen Sturm geraten ist. Okay. Du willst also, dass ich die Gewässer nach einem versunkenen Schiff absuche? Wollen tue ich gar nichts. Du willst das Zeug. Aber ja. Irgendwo vor der Küste des umgedrehten Turms würde ich anfangen an deiner Stelle. Okay. Na gut. Was brauchst du noch? Darüber reden wir, wenn du das Netherite hast. Ja, dann mache ich mich mal auf den Weg und du schaust mal, dass du hier irgendwie wieder rauskommst, wie sie einfach an der Decke fliegt in Sicherheit. Ey. Wir müssen uns jetzt auf die Suche nach einem versunkenen Schiff machen, das eventuell Netherite geladen hat und schon wieder rennen wir in der Nacht hier rum. Ich schlage mich jetzt durch den Wald und wir machen einen kleinen Zwischenstopp im Bergdorf und werden uns dort zu Hause ein paar Gegenstände mitnehmen, die wir bei so einer Unterwassersuchaktion ganz gut gebrauchen können. Erinnert ihr euch noch dran, als wir damals im Hafen gegen diese Unterwasserfische kämpfen mussten? Immer wieder schön, das Bergdorf so zu sehen. Dann einmal zu Hause zur Tür rein. Ich hätte ja gehofft, ich kriege gar noch ein Auge zudrücken, aber nein. Und wir nehmen mit Tiefseefischerflossen. Oh, wir haben der Hexe irgendwelche Ingredients geklaut. Und wir nehmen die Tiefseefischerhut nehmen wir auch mit. Ja, nehmen wir auch mit. Was gibt es? Alles gut? Ja, Koko. Danke für die Nachfrage. Oh, schau mal deinen an. Hier haben wir noch so ein Wasserwesen gehabt aus all der Zeit. Fangen wir mal systematisch an, hier alles abzusuchen. Ich mache mal kurz direkt die Küste hier und schaue, ob hier irgendwo ein Schiffswrack ist. Aber ganz ehrlich, das hätte man ja easy gefunden. Dann machen wir uns mal hier auf die Seite unter. Suchen mal hier. Auch nichts. Dann schippern wir ein Stückchen weiter raus. Und da haben wir es schon. Das war jetzt nicht kompliziert. Ich bin einfach direkt zur Schatzkiste und sie ist leer. Oh, nee. Ich hatte echt hoffnungsvoll. Aber vielleicht ist ja noch eine andere Kiste. Es sind ja immer noch mehr Kisten da. Eisen ist sehr, sehr fein. Emeralds mag ich. Gold mag ich. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, es ist lazuli. Auch. Aber es ist kein Netherite. Vielleicht war da das doch nicht das richtige Schiff. Eine Kiste haben wir noch. Mit ein bisschen Glück, mit ein bisschen Glück, mit ein bisschen Glück. Nein, nur Weizen. Gut verrottet Fleisch, breinig. Ein bisschen Kohle. Kartoffeln. Und Papier. Papier? Eine Seite aus dem Logbuch des Kapitäns. Das stecken wir ein. Vielleicht haben wir Glück, vielleicht haben wir Glück, vielleicht haben wir Glück. So ein Bötchen da hinten. Es scheint ein bisschen nass geworden zu sein. Man kann es echt schlecht lesen. Es wird wohl nicht mehr... Nicht mehr. Alles, was ich tun kann, vermute ich. Ätherite auf ein Beiboot zu laden. Okay, alles, was ich tun kann, ist, Netherite auf ein Beiboot zu laden. Ich hoffe, es kommt sicher beim Zau... Beim Zauberer an, vermute ich jetzt mal. Ich muss mich... Was muss er? Okay, so wie ich das sehe, wurde das Netherite auf ein Beiboot geladen. Und dann verschippert. Und dann sind die mit einem Beiboot mitten durch den Sturm gefahren. Alles, was wir wissen, ist, dass die Hexe gesagt hat, das Schiff sei gesunken. Und es hörte sich so an in meinen Ohren, als wäre das Netherite nie angekommen. Das heißt, irgendwo muss dieses Beiboot rumlungern. Irgendwo. Angenommen, das Schiff ist hier gesunken. Die haben hier irgendwo das Beiboot ins Wasser gelassen. Und es war schlechte Sicht. Dann ist das Boot in alle Richtungen gefahren. Dann haben wir keine Ahnung, welche Richtung das Beiboot weg ist. Aber sie werden ja hoffentlich gewusst haben, wo der umgedrehte Turm ist. Das heißt, hier... Alles ab hier muss ich absuchen und schauen, ob hier ein Beiboot versunken ist. Ich vermute, wir müssen allerdings ein bisschen genauer suchen und genauer hinschauen. Die haben sicher alles abgesucht. Und wenn sie es bis heute nicht gefunden haben, dann hat das Schiff sicher hier reingeschafft und es irgendwo hier abgetrudelt. Oder vielleicht von so einer Magma-Quelle nach unten gezogen. Und dort hat niemand mehr geschaut. Deswegen schauen wir auch wirklich in die letzten Ecken. Ein schöner Pfandplatz gewesen. Aber nope, da ist es nicht. Da an die Felsspalte rein. Tatsächlich. Tatsächlich, wir haben es. Und es ist feinstes Netherite drinnen. Besonders feines Netherite. Die Herkunft scheint unbekannt zu sein. Ja, wir kennen nur gewöhnliches Netherite, nicht feines Netherite, ne? Okay, ich springe auf mein Boot und... Ey, wir haben es geschafft. Ich würde sagen, wir nächtigen bei Boris, dem Bootsbauer, am Kai. Und dann gehen wir zurück ins Dorf. Denn wir dürfen nicht vergessen, auch wenn wir ziemlich heiß auf diese Rüstung sind, ist unsere Hauptaufgabe eigentlich, das Bergdorf weiter auszubauen. Und dieser Aufgabe möchte ich selbstverständlich nachkommen. Und wir sollten auch heute wieder schauen, was der Verwalter für Aufgaben für uns hat. Einmal hier anlegen. Das Schiff würde ich auch einfach stehen lassen. Boris, ich will nur eine Nacht bei dir schlafen. Es geht gar nicht. So, einmal ins Bettchen. Und ich bin auch schon wieder auf dem Weg. Ciao. Also ganz ehrlich, der Weg ins Bergdorf zieht sich schon immer ein Stück. Gerade vom Kai aus. Und ich gehe immer nicht den Geheimgang. Ich müsste den Geheimgang viel öfter nutzen. Mein erster Gang im Bergdorf wäre aber jetzt zum Verwalter. Schon Mittag. Ich möchte einfach mal abchecken, was ihr meint, was als nächste Aufgabe ansteht. Wenn ich einen Blick auf unsere Übersichtskarte werfe, sehe ich, ist es gar nicht mehr so viel zu tun. Wir haben aktuell 31 Einwohner. Verwalter, was gibt es denn heute zu tun? Ich grüße dich. Groko, schön, dass du da bist. Ach, wir werden langsam fertig. Es fehlt nur noch der Markt, die Bibliothek und ein Wohnhaus. Ja, ich finde auch, wir machen das echt super. Gümmer dich doch heute gern um das letzte Wohnhaus. Oh, das letzte Wohnhaus. Neue Aufgabe. Ja, hört sich gut an. Klar mache ich. Das ist es. Wir haben nur noch den Markt, die Bibliothek und das letzte Wohnhaus. Und dann haben wir das ganze Dorf wieder aufgebaut und wieder repariert. Und zu neuem Glanz haben wir dem Dorf auch verholfen. Dann würde ich sagen, machen wir heute definitiv ein schönes neues Wohnhaus hier oben hin. Dann bringen wir der Hexe Feind des Netherite. Das lasse ich nicht mehr los. Das bleibt in meinem Inventar. Gut, einmal Taucherausrüstung aufräumen und dann überlegen wir uns die Blockpalette. Kleinen Snack für zwischendurch. Und dann einen geschwindeten Blick auf unseren Bauplatz. Weiße Kirche. Irgendwann müssen wir unser eigenes Haus noch upgraden. Hier was Lilanes. Ja, das ist eher so ein Pink irgendwie. Ach, das ist, was ist, wie nennt sich diese Farbe? Hier ist Lila. Da ist so ein Rot-Lila. Was Grünes vielleicht hier zwischen rein? Und ich würde es so ein bisschen größer machen. Tada! Ein paar kleine Verzierungen könnte man hier noch anbringen, denke ich. Um es ein bisschen aufzupeppen. Ich hatte hier erst zwei Fenster. Jetzt habe ich wegen der Inneneinrichtung nur eins gemacht. Vielleicht müssen wir wieder zwei einbauen. So, ein paar Deko-Elemente hier anbringen. Und ja, Knöpfe sind für mich Deko-Elemente. Und jetzt schauen wir mal rein. Ich habe extra hier so eine kleine Treppe. Die führt seitlich rauf. Doppeltür. Und wir kommen hier in den Wohnbereich, den ich jetzt direkt nochmal umbaue. Weil ich glaube, mit zwei Fenstern sieht es tatsächlich ein bisschen hübscher aus von außen. Und dann rutscht unsere S-Ecke einfach hier hinüber. Da lassen wir den Bereich so. Wir könnten sogar den S-Bereich einfach ein bisschen größer machen. Die Etage oben hat noch Platz für weitere Betten. Mindestens eins. Kann man auch anders stellen. Ist eigentlich nur Schlafbereich. Mit ganz hübschem Ausblick. Und damit haben wir eine weitere Aufgabe abgeschlossen. Ich bin mal wieder auf dem Weg zum Lagerhaus. Um mein Inventar so weit aufzuräumen, dass wir jetzt das feinste Netherite zur Hexe bringen können. Ich nehme mir auf alle Fälle mal ein paar Pfeile mit. Man weiß nie, was sich die Hexe wieder einfallen lässt. Ich dachte mir allerdings, wir können mit den Emeralds im Ostdorf vorbeischauen und ein paar goldene Rüben uns holen. Guten Tag, guten Tag, guten Tag. Schön, dass ihr alle da seid. Und fleißig beim Tagesschiff nachgeht. Ich hätte sehr gerne ein paar goldene Rüben. Und ihr aktualisiert eure Trades nicht mehr. Doch, eher. 36 Stück nehme ich gerne. Perfekt. Das war es doch schon. Und ich muss die Zeit nutzen. Tagsüber mal durch den Wald zur Hexe. Und im Wald, da sind die Räuber. Ich hoffe ja schwer, dass da keine Räuber sind. Weil, ähm, ja. Wir haben teure Ware dabei. Immer wenn ich von hier oben komme, wünschte ich jetzt einen Wassereimer, aber ich habe keinen. Jetzt, wo ich gerade vor dem Stollen der Hexe stehe. Sie hat nur vier Stück gewollt. Das heißt, wir verheimlichen ihr am besten auch den Rest. Wir haben nur vier Stück. Denn wenn das wirklich so wertvoll ist, wer weiß, was wir damit noch machen können. Hexe! Mensch, Hexe, ich habe tatsächlich was gefunden. Oh, das ist unglaublich. Wie schön das glänzt. Und es sind vier Stück. Da kann ich ein ganzes Set für dich herstellen. Wunderbar. Was brauchst du noch? Zeit. Haha, Zeit kann ich dir nicht besorgen. Doch, das kannst du. Eigentlich müsste ich losziehen, um mir einige Zutaten besorgen. Wenn du das aber für mich tust, dann kann ich in der Zwischenzeit deine Rüstung beschwören. Ich sollte alles da haben für das Ritual. Na gut, was brauchst du? Hier, nimm die Liste. Und nur so als Info. Zu dieser Jahreszeit sammeln viele möchte gern Hexen ebenfalls ihre Zutaten. Nimm dich vor ihnen in Acht. Und jetzt husch, husch raus hier. Ich muss mich konzentrieren. Okay, ich gehe ja schon. Ich gehe ja schon. Husch, husch, sagt sie. Was muss die denn auf der Liste drauf? Zwölfmal Knochen, dreimal Spurenblüte, zwölfmal Amethystscherbe, 32mal Glühbeere. Okay, das hört sich nach einer kleinen Höhlenexpedition an. Und ich kenne da auch den perfekten Ort. Nein, das Skelett verschwindet. Den perfekten Ort, an dem wir alles finden. Dafür müssen wir uns nur da oben in die Berge schlagen und diesem Skelett mal Einhalt gebieten. Einen Knochen haben wir schon. Fehlen nur noch elf. Fantastisch. Ich war schon einmal für die Hexe unterwegs und auch dort bin ich in einer Höhle gelandet, wo es all diese Dinge irgendwie gab. Wenn ich mich richtig erinnere, müssen wir hier irgendwo in den Berg hinein. Ich habe es auf Anhieb gefunden. Sie hat da noch irgendwas gesagt von wegen anderer Hexen. Und ich sehe gerade, hier sind echt jede Menge anderer Hexen. Trauen wir uns da runter. Mit dem Wasser einmal wären wir echt besser unterwegs. Da ist noch eine. Ich sehe hier Glowberries. Und irgendwo hier werden wir ja wohl Sporenblüten auftreiben. Knochen, Sporenblüten. Okay, wir haben noch gar nichts. So holen wir uns ja allererst mal diese Glowberries. Kriegen wir die überhaupt so? Wie viel möchte sie? 32 Stück. Wie viel habe ich? Eine. Wow. Hier war ich schon mal. Und das ist ein Skelett-Spawner. Hier kriegen wir unsere Knochen her. Die nehmen wir auf dem Rausweg mit, würde ich sagen. Weil ich befürchte ja, dass wir in der Höhle jetzt auf unserer Suche eh genug finden werden. Wer die Hexe irgendein spannendes Ritual vollzieht, das ich mir nicht anschauen darf, muss ich so langweilige Dinge machen wie Glowberries sammeln. Aber wenn die Rüstung am Ende was taugt, dann tun wir das doch gerne. 19 Glowberries, 20, noch 12 Stück, gleich haben wir es geschafft. 24, 25, sehr gut. Eine Sporenblüte haben wir hier schon mal. 30 von den Glowberries. Ich habe keine Blöcke dabei. Wer hat sich denn das einfallen lassen? Jupp, die erste Sporenblüte haben wir. Da. Da ist unsere Sporenblüte Nummer 2. Ich glaube, da buddeln wir uns am besten hin. Boah, wir arbeiten hier auf schwindelerregenden Höhen. Und ich sehe schon wieder weitere gefährliche Möchtegern-Hexen. 4 Hexen ausgeschalten. Perfekt. Das wimmelt hier echt von denen. Noch eine Sporenblüte. 12 Amethystscherben und 11 Knochen. Zack. Oh, die haben Namen. Wie heißen denn die? Ui, 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 ui. Die haben mir vergiftet. Die wilde Hexe. Oh Gott. Wilde Hexen sind das ja eigentlich ziemlich wild. Okay, Gift-Effekt lässt nach. Gott sei Dank. Das ist auch eine Sporenblüte. Die scheint nicht so weit weg zu sein. Das ist echt wie so ein unterirdischer Sumpf mit den Hexen hier. 1, 2, 3. 230 Glowberries. Knochen. Aber ich habe hier echt kein Skelett gesehen. Rüber tauchen hier mal wieder auf. Schauen wir mal, ob wir irgendwo eine Giode ausfindig machen können. Das ist sogar eine. Ey, mehr Glück, was verstand der Junge. Da vorne ist schon eine. Hallo, guten Tag. Ich bin hier, um ein paar Shards zu holen. Oh, ich habe sogar Behutsamkeit ist jetzt hier keine gute Idee, ne? Kann ich die mit der Faust abbauen? Ja. 2 Stück. 12 Stück brauchen wir. Noch 10. Noch die Hälfte. Können wir mal ganz kurz schauen, wie schön die leuchten. Das sind einfach tolle Dinge. 12. Okay. Den nehmen wir als Andenken mit. 12 Stück, 3. Jetzt nur noch die Knochen. Und dann oben bei dem Skelett-Spawner hinstellen, würde ich sagen. Und wir haben es geschafft. Gib mir deine Knochen. 3 haben wir schon. Warum bist du kein Skelett? Die brauche ich gar nicht. 11. Und bist du der letzte Knochen-Lieberant? Ja. Damit ist dieses wunderbare Spawner-Line wieder entschärft. Und wir haben alles beieinander. Heute läuft es echt wie im Schnürchen. Wenn alle Aufgaben immer so klappen würden, wäre ich sehr happy. Ich habe alles. Und ich sehe da ja schon meine Rüstung. Nicht anfassen. Äh, warum? Pack erst meine Sachen hier in die Kiste und dann gehört sie dir. Na klar. Mach ich. 12 Amethyst. Äh, 12 Mal Knochen. 3 Mal Sporblossen. Und 32 Mal Glowberries. Jetzt kann ich mir die Rüstung in Ruhe anschauen. Den ultimativen Helm. Den ultimativen Brustpanzer. Ultimativer Beinschutz. Und die ultimativen Schuhe. Okay, eins nach dem anderen. Eins nach dem anderen. Protection 5. Bringt das überhaupt was? Keiner weiß es. Aber ich finde es cool. Unbreaking 3. Diese Rüstung kann nur von einer Hexe beschworen werden. Angezogen. Und habe ich gerade drei Herzen dazu bekommen? Oh, wie krass ist die Rüstung bitte? Zweieinhalb. Okay. Brustpanzer. Auch Protection 5 und Unbreaking 3. Noch mehr Herzen. Oh, ich sehe worauf das hinausläuft. Den ultimativen Beinschutz. Unbreaking 3, Protection 5. Noch mehr Herzen. Und die Schuhe. Feather Falling 4, Protection 5 und Unbreaking 3. Und einfach insgesamt zehn Herzen dazu bekommen. Schaut mal, wie krass ich jetzt drauf bin. Jetzt bin ich wirklich unaufhaltsam. Guten Morgen. Die Sonne geht auf im Bergdorf. Und wir sollten schnellstmöglich hinüber zum Rathaus zischen und uns unsere täglichen Aufgaben abholen. Viel ist ja nicht mehr zu machen in dem Städtchen. Ihr merkt schon. Ich sage zum Bergdorf schon Städtchen. Aber es ist auch wirklich gewachsen. Viel ist nicht mehr zu machen, aber ein paar Sachen können wir durchaus noch erledigen. Walter, grüß dich. Oko, schön, dass du vorbeischaust. Heute würde ich mich freuen, wenn du den Marktplatz etwas auf Vordermann bringen könntest. Hole hierfür gern Wolle von der Farm deines Opas. Und Farbstoff kannst du ja ohne Probleme aus den Blumen der Umgebung machen. Ja, klar. Hört sich gut an. Ich werde auch gleich noch ein paar Häuser mit Keramik upgraden. Was meinst du? Das ist eine schöne Idee. Viel Erfolg. Yes, mache ich. Ich komme gleich noch auf den Steuern wieder. Ich war nämlich schon eine Weile nicht mehr an der Kiste. Und ich glaube, wir haben wieder jede Menge zurück. Es hört gar nicht auf. Walter, dein Reichtum wird mehr. Man freut sich, man freut sich. So, ich habe gesagt, als erstes zwei Häuser mit Keramik verbessern. Und ich denke, das hier wird definitiv Haus Nummer 1. Haus Nummer 1. Das Rathaus könnte eigentlich auch noch eine Farbe vertragen. Sollen wir das Rathaus mit Schnee machen? So wie das hier drüben, ganz weiß. Mein Haus wäre auch noch eine Option. Die Schmiede geht schlecht. Viel Häuser ist gar nicht mehr zu machen. Da oben noch. Wisst ihr, was wir machen? Das ist erstmal leicht. Wir machen erstmal dieses Haus hier und das Haus da vorne. Dann haben wir nämlich die großen und wichtigen Häuser alle mal geupgradet. Haus Nummer 1 fertig. Und ich ziehe jetzt rüber in mein Bettchen. Dann schlafen wir die Nacht und dann kümmern wir uns um das zweite Haus. Und zwar würde ich das hier gerne in so einem dunklen Keramikton machen. Blau-Lila-mäßig. Beim ersten Haus habe ich zur lila Keramik gegriffen. Die hatten wir noch gar nicht in dem dunklen Ton verbaut. Ich fand es eigentlich ganz angenehm, mal so ein bisschen was kräftigeres mit rein zu mischen. Und für das Lager habe ich länger überlegt, weil prinzipiell finde ich weiß nicht verkehrt. Aber wir wissen alle, die weiße Keramik ist halt nicht so ganz weiß. Und aus dem Grund ist das Lager halt beige geworden. Neben der beigen Farbe hat das Lager aber noch einen neuen Kamin bekommen. Irgendwas stimmt mit meiner Rüstung nicht. Immer wenn ich mich ein- und auslogge, nimmt die mir meine Herzen wieder weg oder so. Ich muss sie mir ständig neu anfuttern, die Herzen. Das kostet ganz schön Nahrung. Den Krampf lassen wir jetzt halt. Nur optisch gesehen finde ich das Lagerhaus, ja gut so. Während dem Bauen kam mir gerade noch so eine andere Sache. Wir warten ja eigentlich auf Nachricht vom König. Schließlich, ja, sind wir eigentlich bereit. Wir bauen das Dorf nur noch an den letzten Zügen aus. Es wird eigentlich mal Zeit wieder für Nachricht vom König. Wenn der kleine Dorfbüro nochmal hier verschwindet, können wir mal schnell im Geheimversteck schauen. Und es ist tatsächlich eine Nachricht da. Upp, ich hab nicht reingeschaut. Keiner gesehen. Auftrag des Königs. Es ist auch einfach Zeit. Es kann sein, dass wir bald aufbrechen müssen. Wenn nicht sogar heute. Komm, wir lesen mal. Vielleicht müssen wir direkt aufbrechen. Seid gegrüßt, Crocodile Andy. Die Spione des Königs sollten den Aufenthaltsort des Räuberhauptmanns nun jederzeit ausfindig machen. Der König möchte, dass ihr einen Geheimgang von eurem Haus zum Dock baut, so dass ihr jederzeit unbemerkt abreisen könnt. Haltet euch bereit. Gehört von mir. Der Bote. Warte. Möchtet ihr einen Geheimgang baut? Von eurem Haus zum Dock. Also wir müssen hier von unserem Haus zum Dock hinunter in den Geheimgang basteln. Und der wird sicher hier über unseren Keller laufen. Hier haben wir schließlich schon unseren Geheimeingang mit dem Minecart. Und von hier aus sollten wir einen Gang buddeln. Dann gehen diese Richtung bis hin zum Boot. Wisst ihr, was wir da machen müssen? Wir müssen unbedingt schauen, wo die Koordinaten des Docks sind. Dass wir dann dort entsprechend hinbuddeln können. Am besten machen wir das, wenn wir das mit einer unserer Aufgaben kombinieren. Unsere Aufgabe ist es, den Marktplatz umzugestalten. Das heißt, wir überlegen uns jetzt ein Konzept für den Marktplatz. Laufen dann die Nacht. Und wenn wir dann die Rohstoffe kaufen, die wir brauchen, die Wolle und die Farbe, wie der Verwalter so schön gesagt hat, dann schauen wir auch hinüber zum Dock und checken mal die Koordinaten. Schritt Nummer 1 ist ja definitiv hier alles abzureißen. Guten Morgen, guten Morgen. Folgender Plan, folgender Plan. Wir räumen gleich das Inventar auf. Ich möchte euch zuallererst sagen, was ich hier vorhabe. Wir haben ungefähr Platz für 1, 2, 3, 4, vielleicht 5 Marktplätze. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, 5 Stück. Nicht zu kleine, eher hübsche und feine. Das heißt, wir wollen auch verschiedene Farben. Im besten Fall natürlich 5, aber ob wir 5 verschiedene Farben hinbekommen, das sehen wir dann. Also ich schaue, dass ich möglichst viel verschiedene Arten Wolle bekomme, damit wir möglichst bunt und mannigfaltig unterwegs sind. Dann düsen wir zur Farm und dann gleich weiter zum Dock. Dort müssen wir unbedingt die Koordinaten notieren. Ach, ist sie nicht schön, die Farm. Jedes Mal kommen da schöne Erinnerungen. Solltet ihr die Serie Minecraft Farm noch nicht gesehen haben, es gibt jetzt einen ganzen Film dazu. Ihr könnt euch alles ganz entspannt anschauen. Links oben rechts oder in der Videobeschreibung. Ach, wir flanieren hier schön zwischen den Feldern hindurch und düsen einmal um die Ecke hier zum Laden. Der Hofladen. Ich grüße dich. Oh, servus Coco. Was brauchst du? Wir brauchen, äh, wir könnten ein paar Kartoffeln mitnehmen. Die sind handgepflückt von Edgar, damit wir uns wieder was zum Essen machen können. Das ist nicht verkehrt. Und dann würde ich sagen, ah, komm, an apple a day keeps the doctor away. Das war so richtig schönes Denglisch gerade. Ach. Und ansonsten Wolle. It's so fluffy. 60? Komm, wir übertreiben. So viel brauchen wir nicht, aber wir haben die Kohle. Perfekt. Vielen herzlichen Dank. Und jetzt düsen wir weiter zum Dock. Ich glaube, wir haben alles, was wir brauchen, hier gekauft. Schauen wir mal, ob wir jetzt den Rest, den wir brauchen, auch noch notiert bekommen. So, die königliche Eisenmine müssen wir rechts liegen lassen und daran vorbeizischen, denn der Dock ist noch ein Stückchen weiter, hinter dem alten, zerfallenen Portal. Da wären wir auch schon, da liegt das Schiff in voller Bracht und wir müssen einmal die Koordinaten notieren. Ich würde aber gleich geschickt vorgehen beim Koordinaten notieren und die Koordinaten genau dort aufschreiben, wo wir auch später mit dem Gang hinauskommen wollen. Boris, grüß dich. Du, ich muss nur kurz eine Pause machen. Ich hoffe, es ist in Ordnung. Das ist der perfekte Ort, um mit dem Geheimgang rauszukommen. Einmal Koordinaten notieren. Minus 3, 8, 7. 64 ist auch wichtig. Und 6. Schönen Dach, Boris. Was Gott, Kaka. Während wir jetzt auf dem Rückweg sind, sollten wir unbedingt Farbstoff sammeln. Gut, dass ich noch dran denke. Einmal die roten Blumen hier. Da vorne ist sogar blauer Farbstoff. Sehr gut, hier ist auch jede Menge blauer Farbstoff. Und ich denke, wenn wir da über die Wiesen laufen, kriegen wir die anderen Farben auch noch zusammen, die wir brauchen. Ein bisschen gelbe Wolle hatte ich, glaube ich. Das heißt, wir nehmen trotz alledem noch ein bisschen gelbe Blumen mit. Hellgrau kann ich aus denen machen. Hellgrau ist nicht so ganz mein Plan, ne? Also wir haben jetzt 32 gelbe, 32 blaue und vier rote, die wir mit Knochenmehl gut vermehren können. Daraus können wir, glaube ich, ganz viele gute Farbkombinationen machen. Das passt schon. Ob man aus roten Beeren auch Farbstoff machen kann? Nein, eigentlich schade irgendwie. Aber aus rote Beete, oder? Ja, aus rote Beete könnten wir Farbstoff machen. Wir hatten ja mal ein bisschen noch. Wir brauchen echt zwingend einen schnelleren Weg zum Boot. Habt ihr gemerkt, wie lange wir brauchen da einmal außenrum? Ich meine, klar, wir haben jetzt gerade ein bisschen Blumen noch gepflückt. Aber auch nicht so viel mehr Zeit damit verdattelt. Man braucht schon echt lange. Also den direkten Geheimgang zum Boot ist schon eine gute Idee. Ein weiterer Morgen. Und wir wollen natürlich wieder nicht untätig sein. Deswegen saus ich direkt los. Die Dorfbewohner wollen sich hier sicher wieder versammeln. Also müssen wir das Ganze irgendwie hübsch gestalten. Ich bin mir echt noch nicht so ganz schlüssig wie. Aber eine Sache weiß ich, dass ich hier alle Fälle, Dinge brauche, um zu arbeiten. Würde ich hier sogar gerne den ersten Stand hinzimmern. Ich habe auch schon eine Idee. Die Frage ist, wird das hier noch als Fass anerkannt, wenn da was drauf sitzt? Ich glaube fast nicht. Warte mal, wir drehen mal den Spieß hier um. Die Werkbank geht hier hinten ran, weil die interessiert nämlich keinen. Das Fass kommt hier vorne hin. Dann brauche ich da zwischendrin noch eine Schnur und noch eine Schnur. Und wir legen oben Teppich drauf. Komm, wir fangen mit dem an, was wir haben. Gelb und weiß. Dann noch hier auf die linke Seite ein gelbes Banner. Und hier drüben ein weißes Banner. Und der erste Marktstand wäre soweit fertig. Und damit steht Marktplatz Nummer 2. Der gefällt mir auch sehr gut. Der ist, glaube ich, der größte, der hier stehen wird am Ende. Der ist schon sehr groß. Aber warum nicht? Darf ich auch mal einen großen geben? Was sagst du? Ja, ich mache das schon. Und deswegen schaue ich, dass ich noch flink einen weiteren baue. Auch wenn die jetzt schon ins Bett gehen. Einen möchte ich noch schaffen. Und zwar den hier hin. Aber technisch wird das Ganze ein bisschen tricky. Und wolle technisch auch. Wir hätten nämlich deutlich mehr kaufen müssen. Aber nachher ist man immer schlauer, ne? Die Sonne geht auf und ich bin bereits am Marktplatz am Burschteln. Schaut mal, Nummer 3 steht schon. Ich bereite schon alles für Nummer 4 vor. Und Nummer 5. Und dann ist der Markt aber wirklich in einem ganz neuen Glanz. Ich finde es jetzt schon ziemlich cool. Und es gibt genau dem Dorf, genau den kleinen fehlenden Glanz, den es noch braucht. So ein kleines, feines Detail. Ein weiterer Tag ist vorbei und ich bin hier fertig. Allerdings sehe ich, dass Falltüren etwas ist, womit Dorfbewohner einfach nicht klarkommen. Es ist echt ein bisschen traurig. Es ist nicht so schwierig, um Falltüren rumzulaufen. Ich dachte mir hier, da sind die Steinmetze, da staubt es ordentlich. Die freuen sich, wenn da so ein Kessel mit Wasser ist, wo man sich sauer machen kann. Aber nope, können wir nicht aufstellen. Hier noch eine Lampe hin und ich denke, das sollte ausgeleuchtet genug sein. Die Ecke braucht noch Licht. Es ist gut, wenn man sich das Ganze auch mal bei Nacht anschaut. Ob die noch zu Problemen führen, werden wir sehen. Vorerst lasse ich sie. So, fertig. Marktplatz, abgehackt. Unter uns liegt der hübsche neue Marktplatz. Das Dorf schläft und wir nutzen die Zeit. Gerade in der Nacht ist es eigentlich perfekt, einen Geheimgang zu buddeln. Ich muss nur noch reinfinden. Es ist gar nicht so einfach, da mal reinzukommen. Mit dem Minecraft hier runterfahren. Aussteigen. Wir sind drinnen. Wir checken einmal die Koordinaten. Wir müssen Richtung minus 387. Minuszahlen werden diese Richtung größer. Und wir müssen weiter runter auf 64. Und wir müssen zu 6. Okay, also wie ich schon vermute, wir müssen in diese Richtung buddeln. Und ich würde sagen, wir bringen tatsächlich den Gang erstmal auf die richtige Höhe. Oh, wir haben sogar Silk Touch da drauf. Das ist fancy. Das ist fancy, weil dann können wir hier gleich... Oh, und ich habe befürchtet, dass wir hier direkt auf eine Höhle stoßen. Aber wir müssen da durch. Wir müssen halt die Höhle ein bisschen umbauen. Oh, wir sind in der Höhle. Okay, da können wir schlecht umbauen. Wir müssen um die Kurve rum. Der erste Teil des Geheimgangs zeichnet sich dadurch aus, dass es sehr viel bergab geht. Mit ein paar Biegungen, aber hauptsächlich nach unten, nach unten, nach unten. Bis wir dann auf eine große Höhle stoßen. Okay, jetzt haben wir hier ein ganz anderes Problem. Wir kommen mit unserem Geheimgang mitten durch eine riesige Höhle. Und ich weiß noch nicht, ist es cool oder ist es eher doof? Weil ich meine, rein theoretisch, wenn ich jetzt hier mit dem Geheimgang durchfahre, kann ja jeder, der hier in der Höhle da drauf hüpft, bei mir ins Häuschen rein. Aber da jetzt ein Tunnel buddeln, fände ich schon sehr auffällig. Halte die davon, wenn wir das so ein bisschen natürlich wirken lassen irgendwie. Hindernis beseitigt. Wir haben jetzt eine Brücke durch eine Riesenhöhle. Da sind wir. Ich muss nur noch jetzt hier einen Ausgang überlegen. Wir können hier eine Redstone-Technik reinbauen. Platz wäre mehr als genug. Da einfach pistens, zack, die ziehen zurück. Wir kommen raus und stehen hier bei Boris. Allerdings habe ich mir etwas Einfacheres überlegt. Und zwar brauchen wir da zum einen mal eine Spruce-Tür. Boris wird das herausfinden, ganz klar. Wie das führt in diesen Raum hier hinein. So, langsam, 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 dass ich keine Fehler baue. So, das führt in den Raum hier rein. Der Raum ist ganz klein. Da hat nur eine Kiste Platz. Wenn man die Tür aufmacht, geht mal hin, schaut in die Kiste, nimmt die Sachen raus, die man braucht, macht die Tür wieder zu. Für alle, die sich allerdings auskennen, die gehen in den Raum hinein, schließen die Tür und kommen dann hier in unseren Geheimgang. Dann können wir mit dem Geheimgang jetzt Boris überraschen. Denn Boris hat keine Ahnung, dass wir hier sind. Habt ihr so einen einfachen Geheimgang schon mal verbaut? Schreibt es mir in die Kommentare. Mensch, Boris, grüß dich. Boko, wo kommst du denn her? Ich habe dich gar nicht kommen gesehen. Ach, Boris, bist du tagsüber etwa am Träumen, dass du gar nicht merkst, was um dich herum passiert? Das scheint wohl so. Alles gut, Boris. Psst, der König hat mich damit beauftragt, einen Geheimgang hier reinzubauen. Nur, dass du Bescheid weißt. Ah, ich verstehe. Daher kommst du also. Ja, daher komme ich also. Ich konnte Boris nicht im Dunkeln lassen. Ich mag den Burschen einfach. Da liegt es. Das Bergdorf. So gut wie alle Gebäude habe ich repariert, aufgewertet und verschönert. Und wir holen uns euch heute wieder einen neuen Auftrag von Walter. Lassen den hier wie gewohnt rein. Walter, guten Morgen, guten Morgen. Ah, guten Morgen, GroKo. Wie schaut es aus? Gibt es eine neue Aufgabe? Ja, allerdings. Der König möchte, dass wir die Bibliothek erneuern. Aus irgendeinem Grund war es ihm jetzt besonders wichtig. Kannst du dich bitte darum kümmern? Die Bibliothek ist das letzte Gebäude. Ich weiß gar nicht, warum wir die als letztes übrig gelassen haben. Ich kümmere mich darum. Na klar. Ist hier überhaupt, wo die Bibliothek steht? Das ist das Gebäude da. Das ist nur aus einem einzigen Grund die Bibliothek, habe ich das Gefühl. Da seht ihr den Grund. Und da wohnt und arbeitet ein Bibliotheker. Das ist der Grund, warum das die Bibliothek ist. War das vielleicht mal früher in der Bibliothek? Ja, ja, früher mal. Und jetzt ist es nur noch eine kleine Bibliothek mit einem Bett drin und einem ganzen Schlepp kaputten Dach. Also das Ding, das Ding sollen wir wohl weiter ausbauen. Und ihr wisst, wie wir, wenn wir das Ding ausbauen sollen, fangen wir an mit einem Abriss, oder? Bis auf die Grundmauern abgerissen. Alles, was ich habe stehen lassen, ist das Lesepult, falls der Bibliothekar noch fertig arbeiten wollte. Aber auch das reißen wir gleich ein. Ich hatte mir eine Sache gefragt. Und zwar sollte es hier jetzt schon ein bisschen flott gehen mit der Bibliothek. Ich meine, es ist das letzte Gebäude, was wir im Dorf noch reparieren müssen. Der König weiß das sicher. Ich frage mich also, gibt es einen neuen Auftrag vom König? Stechen wir heute endlich in den See? Wir warten noch auf den Anbruch der Nacht. Beziehungsweise können wir auch bei Dämmerung schon an unsere Geheimversteck gehen. Und schauen, ob wir eine neue Nachricht vom König haben. Wir sollten nur schauen, dass wir möglichst unbeobachtet sind. Wir scheinen eher mit sich selbst beschäftigt zu sein. Eher noch nicht ganz. Und ja, wir haben was. Hat keiner mehr bekommen. Oh, er vielleicht. Abend, ihr zwei. Guten Abend, guten Abend. Auftrag des Königs. Einen Zettel haben wir auch bekommen. Eine Vorratsliste, okay. Seid gegrüßt, Crocodile Andi. Die königlichen Späher haben den Aufenthaltsort von Räuberhauptmann Basti entdeckt. Erlade das Schiff mit den nötigen Vorräten, damit ihr zeitnah in den See stechen könnt. Eine Liste hierzu habe ich euch beigelegt. Es gibt allerdings noch ein Problem. Anscheinend hat sich der Räuberhauptmann in nahezu unbekanntes Gewässer zurückgezogen. Das Kartenmaterial des Königs ist sehr dürftig. Angeblich befindet sich aber eine detaillierte Karte der Gegend in der Bibliothek des Bergdorfs. Vielleicht könnt ihr sie ausfindig machen. Sobald ihr alles habt, sprecht mit eurem Steuermann und legt ab. Viel Erfolg, Kapitän Groco. Wir hören uns. Der Bote. Ich bin selben Kapitän geworden. El Capitano Groco. Aber wisst ihr, was das heißt? Kapitän Groco heißt auch, wir werden das hier alles verlassen. Wisst ihr was? Noch nicht. Noch haben wir zu tun. Wir müssen die Bibliothek fertig bauen, aber wir müssen eine Karte ausfindig machen in der Bibliothek. Willst du mich eigentlich auf den Arm nehmen? Wir haben die Bibliothek abgerissen. Einmal Ratseputz weg. Ey, Bibliotheker, weil ich dich gerade sehe. Sag mal, hast du was von einer alten Karte gehört? Alten Karte? In der Bibliothek? Ja, in der Bibliothek. Nein. Habe ich befürchtet. Danke trotzdem für die Info. Egal. Wir machen das, was wir tun können. Wir legen uns ins Bett und dann arbeiten wir diese Vorratsliste ab. Wir brauchen 128 Kartoffeln, 128 Brote, 128 goldene Rüben, 512 Pfeile. Brote, würde ich sagen, holen wir beim Bäcker hier unten. Für die Kartoffeln gehen wir auf die Farm, für die goldenen Rüben ins Ostdorf und für die Pfeile gehen wir zur Burg. Entschuldigung. Ich bin hier noch am Quatschen. Für mich hört sich das Ganze so an, als könnten wir noch einmal eine kleine Rundtour machen, bevor wir dann in den See stechen. Bibliothek müssen wir noch bauen, etc., etc. Wir haben noch gut was zu tun. Guten Morgen. Bin ich der Einzige, der es sehr passend findet, dass wir jetzt morgens zum Bäcker laufen? Wir sollten aber nicht ganz blauäugig zum Bäcker laufen. Wir sollten Zahlungsmittel mitnehmen. Schauen wir mal, ob ich noch hier welche habe, sonst müssen wir schnell ins Rathaus. Wow. Sechs Emeralds. Wir haben im Rathaus noch ganz viel. Warte mal, wir haben gleich direkt neue Steuern. Davon geht wieder ein Zehntel an den guten Walter und den Rest an Bergdorf und mich. Walter, einen wunderschönen guten Morgen und neue Steuern. Ja, ich weiß, es gefällt dir. Gut. Und wir sackeln jetzt mal etwas Geld ein, um die nötigen Besorgungen tätigen zu können. Ich nehme ein bisschen mehr mit. Ich habe keine Ahnung, was das Zeug alles kostet. So, Bäcker. Ich hoffe, du hast frische Brote für mich. Bäcker, ich brauche 128 Brote. Oh, Crocodile-Adee. Füll dir das Nahrungs-Hilo wieder auf. Alleine werde ich wohl kaum so viel Brote essen, oder? Was meint ihr? Natürlich nicht. Ich habe nur das beste Brot für euch gemacht. Und es sollte auch eine Weile halten. Dankeschön. Das weiß ich sehr zu schätzen. Okay, was will er? Er will einen Emerald für sechs Brote. Und wir brauchen zwei Stacks. Stack Nummer eins abgearbeitet. Stack Nummer zwei und ein paar für mich. Zwei Stacks Brote sind damit erledigt. Vielen Dank. Ich habe zu danken. Na klar, wir haben zu danken. Damit wäre Schritt eins auf der Liste, die Brote abgearbeitet. Dann büßen wir zur Farm und machen die Kartoffeln, würde ich sagen. Steht da was von gebratenen Kartoffeln? Ne, nur normale Kartoffeln. Okay, halten sich vielleicht länger. Ich kenne mich nicht so aus. Hier haben wir den allerersten Kontakt gehabt mit Räuberhauptmann Basti. Bedroht hat er uns und die Farben überfallen. Und die mussten uns damals schon zur Wehr setzen. Und haben es damals schon geschafft. Halt, Hofladen ist hier drüben. Grüße dich. Echt, grüß dich? Wir haben Kartoffeln. Oh, Kartoffeln sind günstig. Kartoffeln sind günstig. Aber ganz wichtig bei den Kartoffeln. Die sind gepflückt von Edgar. Hand gepflückt von Edgar, dem bekannten Schweinchen. Hier sind 56, 64 und vier Stück übrig. Damit haben wir das nächste auf der Liste. 128 Kartoffeln ebenfalls abgehakt. Und insgeheim sagen wir fürs Erste der Farm hier, lebe wohl. Gerne die Nacht in der Mühle. Okay, komm, wir warten die Nacht ab. Das ist mein Lieblingsschlafplatz. Und ich möchte zum Abschied hier noch einmal in der Mühle schlafen. So, so viel Zeit muss sein. Ich warte, bis die Sonne untergegangen ist. Und dann schlafe ich hier. Genau deswegen schlafe ich hier immer, um diesen Morgen mitzubekommen. Wir müssen die Farm verlassen. Ein letztes Mal durch die Farm hindurchdüsen. Es war mir stets eine Ehre. Wir werden uns bald wiedersehen. Und damit gehen wir zur Burg. Einmal durch den Wald hindurch. Nachdem damals Räuberhauptmann Basti das Bergdorf überrannt hatte. Und wir vertrieben wurden, haben wir hier eine Zuflucht geschaffen. Von der aus wir dann Stück für Stück das ganze Land wieder erobern konnten. Das ist uns wirklich gut gelungen. Denn jetzt gehört uns das ganze Land wieder. Und wir sind sogar so weit, dass wir aufbrechen können. Räuberhauptmann Basti ein für alle Mal zu besiegen. So, schauen wir mal rein in die schöne Burg. Stimmt, hier fällt immer noch Schnee. So, wir suchen aber den Bogner. Hier ist der Schmied am Arbeiten. Werkzeugschmied. Weitermachen. Und der Bogner ist immer hier hinten gewesen. Und der ist auch dort noch. Sehr gut. Wir brauchen 512. Okay, drei Stacks haben wir noch. Du musst unbedingt deine Trades erneuern, mein Freund. Sonst bin ich hier eine Weile. Einmal noch, mein bester. Einmal noch. Und dann, wir brauchen noch zwei Stacks. Acht Stacks sollten 512 sein. Benutze dabei die Zeit und repariere die Burg. Und dann bitte ein letztes Mal. Ja. Aber jetzt müssen wir vorsichtig sein. Wir brauchen eins, zwei Stacks. Okay. Acht, sechs Pfeile haben wir. Vielen herzlichen Dank, Werder Bogner. Ich habe alles, was ich brauche. Wir sind weiter Richtung Ostdorf. Da liegt es vor uns. Das Ostdorf. Das Ostdorf hat auch eine krasse Entwicklung hingelegt. Wenn wir uns das mal anschauen. Es fing an, da hat es noch gar keine Mauern. Oh, mittlerweile sind Mauern dazugekommen. Und die verschiedensten Gebäude. Kleine Ecktürmchen hier. Eine Kirche. Ein Rathaus. Alles Mögliche. Ist echt ein schöner Friedrichshort geworden eigentlich. Und ich komme natürlich jetzt genau in der Nacht an. Das ist nur so halbwegs praktisch. Ich glaube, ich werde mich irgendwo hinhauen. Und dann bei Tag das Ganze nochmal begutachten. Guten Morgen, guten Morgen. Greift da einfach eine Spinne an. Wir gehen auf den Marktplatz hoch. Und schauen mal, ob wir hier oben ein paar goldene Rüben bekommen. Yes. Und auch hier wieder zwei Stacks. Das wird jetzt, glaube ich, gar nicht so leicht werden. Der verkauft 36 Stück. Ja, wahrscheinlich auch. So, dann haben wir schon mal ein Stack und ein bisschen. Wir könnten das genau schaffen. Perfekt. Ja, 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 ja. Und wenn du noch goldene Rüben für mich hast, dann bin ich total happy. Nice. Oh, ich habe sogar zu viel gekauft. Das heißt, wir müssen jetzt nur noch alles, was wir gekauft haben, irgendwie aufs Schiff bringen. Und dann wäre die Aufgabe eigentlich schon erledigt. Ja, so schön, dass Ostdorf geworden ist. Mit Rathaus, Kirche und auch dem Wirtshaus hier unten. Wir sagen auch hier zu. Bis bald. Lebt wohl, sage ich so ungern. Bis bald. Und dann gehen wir Richtung Westen aus dem... Wir gehen Richtung Westen aus dem Ostdorf. Und sausen wieder ins Bergdorf. Wir haben noch ein paar Aufgaben ausstehen. Wir könnten allerdings auch außen rum gehen. Das ist doch eine Idee. Dann gehen wir nämlich am Schiff vorbei und laden einfach mal alles ab. Ja, hier sind wir bei der Mine gelandet. Oh, die Mine war auch eine gute Zeit. Die haben wir auch ausgebaut. Da ist unser guter Freund, der Gustav, der Minenvorseher. Und da liegt es. Unser Schiff, mit dem wir jetzt dann abreisen werden. Oh, und schau mal. Mittlerweile ist auch schon jemand an Bord. Mensch, Boris. Boris. Wo ist Boris, unser Bundesbaumeister? Ah, Boris ist an Bord, wie es ausschaut. Wilhelm dem Schmied. Schön. Fährst du mit? Na klar. Meiner muss sich ja um die Ausrüstung kümmern. Ja, fantastisch. Boris, du auch dabei? Na sicher, Coco. Wenn irgendwas beim Schiff ist, bin ich dein Mann. Ja, fantastisch. Und wen haben wir als Steuermann dabei? Okay, Siegurt. Grüß dich. Ich belade Schiff mit Vorräten. Wir sind noch nicht so weit. Einmal alle Vorräte verstauen. Hier ist Platz. Es sind schon Elite-Truppen an Bord. Ich habe mich schon gewundert, welche Truppen wir mitkriegen. So, wir schmeißen einmal die Brote rein. Einmal die Kartoffeln rein. Einmal die goldenen Rüben. Und die Pfeile hier. Aufgabe erledigt. Nice. Jetzt brauchen wir allerdings noch zwei Sachen. Wir müssen einmal die Bibliothek bauen. Den Auftrag vom Verwalter machen wir auf alle Fälle fertig. Ich gehe nicht, bevor ich nicht die Bibliothek fertig gebaut habe. Und wir suchen immer noch irgendeine alte Karte. Das verwirrt mich ein bisschen. Okay, zurück ins Bergdorf. Schauen wir, dass wir die Nacht im eigenen Bettchen schlafen können. Oh, wisst ihr was? Wir nutzen den Geheimgang, den wir zuletzt gebaut haben. Dann kommen wir direkt in unserem eigenen Haus da raus. Und können so prima die Nacht schlafen. Keiner hat gemerkt, dass wir weg waren. Und dann widmen wir uns dem Bau der Bibliothek. Ein neuer Morgen und wir werden tatkräftig. Auch wenn ich keine... Die Zahl würde ich jetzt nicht stören. Und ich glaube, ich haue den ganzen Boden weg. Ich meine, wir haben leider, leider nicht irgendeine Karte oder ähnliches gefunden. Allerdings ist mir das auch nicht aufgefallen. Unter der Bibliothek war schon die ganze Zeit ein Kellerraum. Okay, und das ist super anstrengend. Es geht noch weiter runter und ich höre und sehe Spinnen. Wartet mal. Kiste leer. Bücher überall. Kerzen. Wenn ich Spinnen höre, muss ich meinen Spinnenkiller mitnehmen. Lasst mal schauen, ob ich den verwenden kann oder ob der schon zu sehr kaputt ist. Der Kammerjäger, nee, der geht mir kaputt. Den nehme ich jetzt nicht mit. Oder guck, nee, den nehme ich nicht mit. Wir machen es ohne Kammerjäger. Aber mit Bogen. Dann wollen wir doch mal schauen, was da unten drinnen ist. Jetzt habe ich plötzlich, bin ich der Meinung, dass wir die Karte ganz sicher finden werden. Kann ich die schon hier durch... Ja, ich kann sogar durch der durchschießen. Ich weiß gar nicht, ob ich da wirklich rein will. Wenn das mal mit Spinnen zu tun hat, dann wurden die ganz schön riesig. Ach du Schande. Ach du Schande sind da viele. Und ich bin mir sicher, ich habe da einen Spawner gesehen. Wir müssen irgendwie diesen Spawner ausschalten. Oh nein, es wurde doch getroffen. Okay, einmal Spawner ausschalten. Und gegen diese Spinnen-Mistviecher kämpfen. Was haben wir hier? Eine verblasste Karte. Ob wir die verblasste Karte brauchen? Naja, wahrscheinlich nicht. Auf einer verblassten Karte sieht man nicht viel. Kisten sind auch leer. Buchständer leer. Dann einmal den Spawner ausschalten. Sehr gut. Da vorne sieht man ja aus, als wäre da ein großer Raum. Da werden wir sicher fündig. Und dann schauen wir mal hier um die Ecke. Noch eine Spinne. Aber mehr nicht. Das sieht doch wie ein Geheimversteck aus. Aber die Kiste ist leer. Ich will sicher, die Wand geht irgendwie auf. Oh, was ist denn dahinter? Wartet mal. Hier geht's weiter. Oh, weiter mit Spinnen, wie ich sehe. Und wieder so ein Spawner. Hab ich. Oh ey, das ist echt nicht geil hier. Super enger Gang. Und dann überall diese Krabbeltierchen. Wieder eins erwischt. Da ist noch ein Spawner. Ah! Oh, wie viele? Da ist noch ein Spawner. Ey, da kommen ja so viele Beine angekrabbelt. Okay. Oh Gott! Wenn das kein Jumpscare war, weiß ich auch nicht. Ich glaube, wir werden fündig. Wir haben sie. Die alte Seekarte. Ein wahres Meisterwerk eines sehr begabten Kartografen. Nice. Das ist genau die Karte, die wir brauchen. Oh, wir haben hier einen Ausgang. Oh, ich hab euch gesagt, hinter dem Bücherregal ist was. Hab ich es euch gesagt? Ich hab es euch gesagt. Wie gut. Aber von außen kann man es nicht schließen. Nur von innen. Das wäre schon mal geschafft. Dann müssen wir uns jetzt eigentlich nur noch der Bibliothek widmen hier. Ich hab es hier in demselben Weißton gehalten. Also auch aus Schnee gebaut wie unten unsere kleine Kneipe. Beziehungsweise unser Wirtshaus oder Gasthaus, wo man auch schlafen kann. Und noch ist nicht so viel Bibliothek zu erkennen, weil ich keine Bücherregale habe. Hier arbeitet der Bibliothekar nach wie vor. Bücherregale könnte man hier wunderschön einbringen. Theoretisch kann man sich aber überlegen, ob man den Schlafplatz eines Tages rausschmeißt und dafür überall Bücherregale reinmacht. Ich hab einen Dachboden gelassen, weil ich finde, zu so einer Bibliothek passt irgendwie früher oder später auch ein verstaubter Dachboden. Also der Bibliothekar kann einziehen und kann es sich entsprechend einrichten. Aber wisst ihr, was das für uns heißt? Das letzte Bauwerk des Bergdorfs ist fertig. Wir haben das Bergdorf wieder aufgebaut. Ich bin jetzt mal zum Abschluss auf die gegenüberliegende Bergseite gewandert, um euch mal so einen Überblick zu geben, was wir alles hier gebaut haben. Wir haben zum einen die Kirche oben. Dann haben wir den Pferdesteiger ganz unten. Wir haben den Fischer. Wir haben zwei Schmieden. Wir haben den Bäcker. Wir haben natürlich das Rathaus. Wir haben das Nahrungssilo. Wir haben unsere Kneipe. Den Marktplatz ganz neu hier in der Mitte. Wir haben eine Golemstatue. Einen Bogner. Die Steinmetzen. Mein eigenes Haus. Zwei kleine Felder. Das Lagerhaus. Natürlich haben wir noch ganz oben einen Wachturm und unsere zwei Minen, die sich im Berg befinden. Und sehr viele Wohngebäude. Ich finde, das Bergdorf kann sich auf alle Fälle schon sehen lassen. Und so werden wir das Bergdorf jetzt zurücklassen. Bin gespannt, wie es aussieht, wenn wir wiederkommen. Für mich heißt es jetzt Sachen packen und im Nebel der Nacht beschwinden. Dafür zischen wir natürlich wie immer geschwind in unser Häuschen und nehmen mit, was wir an Ausrüstung für unser Abenteuer so gebrauchen können. Ein wenig Geld nehmen wir auf alle Fälle mit. Man weiß ja nie. Die alte Seekarte ist ganz wichtig. Die Waffe nehmen wir auch mit. Das lassen wir da. Das wollen wir nicht verlieren unterwegs. Opas alten Bogen nehmen wir ganz sicher mit. Pfeile nehmen wir mit. Schild nehmen wir mit. Und natürlich die Rüstung, die wir am Leib tragen. Und so wie wir jetzt ausgerüstet sind, belassen wir das Bergdorf. Auf ein baldiges Wiedersehen. Einmal einsteigen. Und dann durch den Geheimgang zum Boot. Wir sind da. Okay, perfekt. In der Nacht ist es wohl am besten. Planke einziehen. Boris, wie schaut's aus? Es ist soweit. Ja, es ist soweit. Sprich mit dem Steuermann. Dann können wir ablegen. Wilhelm, es geht los. Räuberhauptmann Basti ist unser Ziel. Ja, ich weiß. Man hat mir bereits Koordinaten gegeben. Okay, dann würde ich sagen, Leinen los und ablegen dem Räuberhauptmann Basti hinterher. Feuer, Feuer! Haha, Hilfe!